Abschnitt 1 von Menschen im Krieg Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Menschen im Krieg von Andreas Latzko Abschnitt 1 Der Abmarsch Es war im Spätherbst des Zweiten Kriegsjahres, im Lazarettgarten einer kleinen österreichischen Provinzstadt, die am Fuße bewaldeter Hügel, wie hinter einer spanischen Wand verkrochen, ihr verschlafen, friedfertiges Dreinschauen noch immer nicht abgelegt hatte. Tag und Nacht pfiffen die Lokomotiven, rollten die schwer beladenen Züge mit singenden, geschmückten Soldaten, mit hochgeschichteten Heuballen, brüllendem Schlachtvieh, sorgfältig verschlossenen, finsteren Wagen mit Munition zur Front hinaus, krochen langsam die anderen heimwert, gezeichnet mit dem blutenden Kreuz, das der Krieg über Wände und Insassen geworfen. Mit Raseschritten durcheilte die große Wut das Städtchen, ohne seine Ruhe verscheuchen zu können, als hätten die niederen, hellgetünchten Häuser mit den zopfig verschnörkelten Fassaden stillschweigend das kluge Übereinkommen getroffen, den anspruchsvollen, lärmenden Gesellen, der da das unterste zu Oberst kehrte, vornehm zu ignorieren. In den Anlagen spielten die Kinder ungestört mit den großen, rostroten Blättern der alten Kastanien, Frauen standen schwatzend vor den Ladentüren, in jedem Gässchen schwebte irgendwo ein Mädchen mit buntem Kopftuch und rieb eine Fensterscheibe blank. Trotz der Spitalfahnen, die auf Schritt und Tritt von den Häusern wehten, trotz der vielen Tafeln, Aufschriften und Wegweiser, die der Eindringung dem wehrlosen Städtchen ins Antlitz geheftet, schien da, kaum fünfzig Kilometer hinter dem Gemetzel, dessen Schein in klaren Nächten wie Theaterfeu über den Horizont zuckte, der Frieden immer noch in Permanenz. Wenn, für Augenblicke, der Strom der schweren, fauchenden Kraftwagen und rasselnden Fuhrwerke versiegte, kein Zug über die Eisenbahnbrücke polterte und zufällig auch kein Trompetensignal und kein Säbelklirren kriegerisch tat, dann steckte das trotzige kleine Nest bittschnell sein gutmütig stumpsinniges Provinzgesicht auf, um sich vor dem nächsten Generalstabsauto, das mit wichtig-tuerischer Schnelle um die Ecke bog, resigniert, hinter die schlecht sitzende Soldatenmaske zu vergriechen. Wohl brummten in der Ferne die Kanonen, als kauerte eine ungeheure Dogge irgendwo tief unter der Erde, sprungbereit den Himmel anknurrend. Das dumpfe Bellen der großen Mörser klang herüber, wie schweres Husten aus der Krankenstube, die wachenden Schreckt, die mit rotgeweinten Augen nebenan zum Sterbenden hinüberlauschen. Auch die langen, niederen Häusereien zuckten klirrend zusammen, hochten erschüttert auf, so oft dies Husten dem Boden krampfte, als lege die Kriegsnot wie ein Alp, würgend auf der Brust der Welt. Erstaunt blickten die Straßen einander in die Augen, schläfrig, blinzelnd im Widerschein der Nachtlämmchen, die drin ihre fröhlich, huschenden Schatten über dichtgereihte Betten jagten. Gellende Schreie, Wimmern, Stöhle sandten die notgepfropften Räume in die Nacht hinaus. Jeder menschliche Laut, der durch die offenen Fenster drang, fiel wie ein wütender Angriff die Stille an, war wilde Anklage gegen den Krieg, der da vorne seine Arbeit tat und zerfetzte Menschenleiber wie Abfall hinter sich warf. Alle Häuser mit seinem blutigen Kehricht füllend. Aber die schönen, schmiedeeisernen Brunnen auf den Plätzen rauschten doch gleichmütig weiter, plauderten mit beruhigender Ausdauer von den Tagen ihrer Jugend, da die Menschen noch Zeit und Sorgfalt für edelgeschwungene Linien gehabt, Krieg eine Angelegenheit für Fürsten und Abenteurer gewesen. Aus jedem Schnörkel und jeder Ecke strömte das Märchen, lief auf leisen Sohlen von Frieden und Behagen flüsternd, wie eine unsichtbare Glatschbase durch alle Gässchen, und die greisen Kastanenbäume nickten zustimmend, strichen mit dem Schatten ihrer gespreizten Finger, besänftigend über die erschrockenen Fassaden. So dicht wucherte die Vergangenheit aus den rissigen Mauern, dass jeden, der in ihren Kreis trat, Brunnenrauschen den Kanonendonnel übertönte, die Kranken und Wunden besänftigt hinaushorchten vom heißen Lager in die geschwätzige Nacht, bleiche Männer, die man auf wippenden Bahnen durchs Städtchen trug, die Hölle vergaßen, aus der sie kamen, und selbst die schwer bepackten Opfer, die im nächtlichen Eilmarsch ströhnend vorbeizogen, milde wurden für eine Wegspanne, als wären sie dem Frieden begegnet und ihrem eigenen, unbewaffneten Ich im Schatten der Pfeiler und blumengeschmückten Erker. Es erging dem Kriege wie dem Fluss, der von Norden her in tobender Eile aus den Bergen kam, schäumend vor Wut über jedes Steinchen, das ihm den Weg vertat, und der, am anderen Ende, bei den letzten Häusern, doch sanft gerührt Abschied nahm von der Stadt, ganz gebändigt, ganz leise plätschernd, wie auf Fußspitzen, wie eingeschläfert von all der Verträumtheit, die er gespiegelt. Breitspurig trat er ins weite Wiesenfeld hinaus, einen Bogen schlingend um das Garnisonsspital, das im Schatten dickleibiger Platanen wie auf einer Insel stand. Von drei Seiten her mischte sich das Murmel der Trägenflut in das Rascheln der Blätter, als stimmte der Garten, wenn die Dämmung auf ihn fiel, mitleidig ein Schlummerlied an, für die Geschundenen, die da in Reih und Glied zu leiden hatten, reglementiert bis in den Tod hinein, bis ans Grab, in das man sie, verunglückte Schuhmacher, Klempnergesellen, Bauernknechte und Schreibersälen, mit großmäuligen Gewehrsalben verscharrte. Der Zapfenstreich war eben verklungen, die Wache hielt die Runde, stürbete im Schatten der großen Alleen drei Nachzügele auf und jagte sie ins Haus. »Seid so es vielleicht Offiziere, was?« brummte gemütlich polternd der Kommandant, ein stämmiger Landsturmkorporal, mit der grauten Schläfen. Mannschaft gehört ins Bett um neuner, und nur um seine Würde zu wahren, fügte er mit schlecht gespielter Bärbeißigkeit die Drohungen zu, »Als dann! Ist's gfällig oder net?« Beinahe hätte er die, in solchen Fällen übliche Drohung, dem einen oder anderen, Beine zu machen, schon ausgesprochen, aus Gewohnheit. Doch konnte er im letzten Moment den Satz noch verbeißen und schnitt ein Gesicht, als hätte er sich verschluckt. Denn die drei, die nun ergeben dem Mannschaftseingang zuhumpelten, hätten gewiss nichts einzuwenden gehabt, gegen das Beinemach. Sie krochen zu dritt, auf zusammen zwei Füßen und sechs klappernden Krücken, als hätten Regisseurhände, ängstlich um Symmetrie besorgt, das lebende Bild gestellt, ging rechts einer, der nur sein rechtes Bein behalten hatte, links sein Pendant, auf dem linken Fuße hüpfend. Und in der Mitte schaukelte, zwischen zwei hohen Krücken, der armselige Rest eines Menschenleibes, die leeren Hosenbeine übers Kreuz auf die Brust gesteckt, so kurz, dass der ganze Mann in einer Kinderwiege Platz gefunden hätte. Mit gesenktem Kopf und geballten Fäusten, wie geduckt unter der Last des Anblicks, starrte der Korporal der Gruppe nach, knurrte einen Fluch, der nicht gerade patriotisch klang, und spiel in weitem Bogen, zischend, durch die Vorderzähne. Als er sich zum Gehen wandte, schlug vom anderen Ende des Gartens, aus der Richtung des Offiziersflügels, schallendes Gelächter an sein Ohr. Versteinert blieb er stehen, zog den Kopf ein, wie aufs Genitt geschlagen, und über sein breites, gutmütiges Bauerngesicht, huschte ein Schein von unbändigem Hass. Er spiel noch einmal aus, um sich zu beruhigen, nahm einen Anlauf und passierte, stramm salutierend, die lustige Gesellschaft. Die Herren dankten lässig, sie saßen, angesteckt von dem Behagen, dass wie eine Wolke über dem ganzen Städtchen schwebte, fröhlich plaudernd auf viel, zu einem Gottrat zusammengeschobenen Bänken vor dem Hause, sprachen vom Krieg und lachten, wie vergnügte Schulkinder, die freudig von überstandenen Prüfungsängsten schwatzten. Jeder hatte seine Pflicht getan, sein Teil abbekommen, und saß nun, im Schutze seiner Wunde, in molliger Erwartung auf Heimurlaub, Wiedersehen, gefeiert werden und wenigstens zwei ganze Wochen als unnummerierter Mensch. Am lautesten lachte der junge Leutnant, den sie Musulmann nannten, wegen seiner mohammedanischen Kopfbedeckung als Offizier eines Bosniakenregiments. Eine herabsausende Hülse hatte ihm das linke Bein gebrochen und gründlich, denn es lag seit Wochen schon verschient und eingewickelt in starrer Gipshülse, sorgfältig gehegt von seinem Besitzer, der es auf Krücken gestützt, wie einen fremden, ihm anvertrauten Wertgegenstand mit sich trug. Auf der Bank gegenüber dem Musulmann saßen zwei Herren, ein Rittmeister, der einzige Aktive in der Gesellschaft, mit einem Querschläger im rechten Arm und ein Artillerieoffizier, in Zivil, Privatozent der Philosophie, daher kurz Philosoph genannt, mit einer schon verheilenden Hasenscharte, die ihm ein Granatsplitter in die Oberlippe gerissen. Diese drei bestritten, mit den zwei Damen auf der Bank, die an der Mauer stand, allein die Unterhaltung, denn der vierte, Landsturmleutnant, mit gelichtetem Hinterkopf, bekannter Opernkomponist in Zivil, saß versunken, mit zuckenden Gliedern und unstetirrenden Augen auf seiner Bank, ohne Anteil zu nehmen am Gespräch. Er war vor einer Woche erst eingeliefert worden, mit einer schweren Nervenerschütterung, die er sich auf dem Doberdo Plateau geholt. In seinem Blick kauerte noch das Grauen. Finster vor sich hinbrütend, ließ er willenlos alles mit sich geschehen, ging zu Bett oder saß im Garten, von den anderen wie durch eine unsichtbare Wand getrennt, auf die er stirrte. Selbst die unverhoffte Ankunft seiner hübschen, blonden Frau hatte die Vision des grausigen Erlebnisses, das ihn aus dem Gleichgewicht gebracht, für keinen Augenblick verscheuchen können. Das Kinn auf der Brust ließ er die geflüsterten Koseworte seiner Frau ohne ein Lächeln über sich ergehen, rückte, wie von einem Krampf gepackt, wie gepeinigt beiseite, so oft sie, mit unendlich viel Liebe in den Fingerspitzen, ängstlich eine Berührung mit seinen armen, zitternden Händen suchte. Schwere Tränen rollten über die zärtlichkeitshungrigen Wangen der kleinen Frau, die sich so tapfer durch alle Sperrzonen gekämpft hatte, bis zu dem Spital im Kriegsgebiet, und nun, nach der erlösenden Freude, ihren Mann lebend, unverstümmelt wiedergefunden zu haben, plötzlich einen rätselhaften Widerstand spürte, ein letztes, unerwartetes Hindernis, dass sie nicht mehr wegbetteln, nicht wegweinen konnte, und dass doch da war, sie unbarmherzig von dem Ersehnten trennte. In qualvoller Ratlosigkeit saß sie lauernd neben ihm, zermaterte sich das Hirn, ohne eine Erklärung finden zu können für die Feindschaft, die es ihm strahlte. Ihre Augen durchbohrten wie Finsternis, ihre Hände gingen immer wieder den gleichen Weg, sich schüchternd vorwärts tastend, um wie versenkt zurückzusucken, wenn sein gehässiges Ausweichen sie von neuem in Verzweiflung stürzte. Es war hart, so den Schmerz verbeißen zu müssen, nicht mit einem vorwuchsvollen Aufschrei ihrem Manne das Geheimnis entreißen zu können, das er in seinem Elend noch so trotzig zwischen sich und seine einzige Stütze schob. Hart war es auch, mit geheuchelter Fröhlichkeit über das glückliche Wiedersehen, teilzunehmen an der leichtfertigen Unterhaltung, immer wieder etwas erwidern müssen und nicht die Geduld zu verlieren über das ewige Kichern der anderen. Die freilich hatte es leicht, wusste den Mann geborgen bei einem höheren Kommando hinter der Front und war der Langeweile ihres kinderlosen Hauses hierher entflohen, in das ereignisreiche Leben des Spitals. Seit sieben Uhr abends saß sie, aufbruchbereit, in Hut und Jacke, ließ sich immer wieder zum Bleiben bewegen und schäkerte lustig drauf los, als wüsste sie nichts mehr von all den Qualen, die sie tagsüber in dem Hause gesehen, an das sie den Rücken lehnte. Die traurige kleine Frau atmete auf, als die Dunkelheit so dicht geworden war, dass sie unauffällig abrücken konnte von der frivolen Schwätzerin. Und doch war die Frau Major trotz des aufreißenden Gekutters der wichtig-tuarischen Miene, mit der sie von ihren Schwesternpflichten sprach, durchdrungen von einem Gefühl, das sie, ohne ihr Wissen, hoch über sie selbst emporhob. Die große Mütterlichkeitswelle, die über alles Weibliche hereinbrach, als den Männern die schwere Stunde geschlagen, trug auch sie. Die drei Männer, in deren Kreise sie jetzt mollig in Rätselarten plätscherte, hatte sie, wie tausend andere, blutüberströmt, unbeholfen, vor Schmerzen wimmernd gesehen. Und etwas von der Freude der Henne, deren Küken Flüge werden, durchwärmte ihre Koketterie. Seit die Männer hockend, kriechend, hungernd, Monat auf Monat den eigenen Tod austragen, wie Frauen ihre Kinder, seit Dulden und Warten, Passive sich abfinden mit Gefahr und Schmerz, das Geschlecht gewechselt, fühlen die Frauen sich stark, und selbst in ihrer Lüstenheit klimmt noch ein wenig von der neuen Leidenschaft des Bemutterns. Die traurige blonde Frau, eben erst angekommen aus einer Zone, in welcher der Krieg nur in Gesprächen lebt, ganz auf ihren einzigen Mann eingestellt, litt unter der geschlechtslosen Vertraulichkeit, die sich da im Schatten von Tod und Qualen breitmachte, im Lazarettgarten, den die Dunkelheit immer mehr verschlang. Die anderen aber waren daheim im Kriege, sprachen seine eigene Sprache, gemischt aus trotziger Lebensgefräßigkeit, einer paradoxen Milde in den Männern, geboren aus Übersättung an Rohheit, und einer seltsamen, geschwätzigen Kaltblutigkeit der Frau, die so viel von Blut und Sterben gehört, dass ihre ewige Neugier wie Härte und hysterische Grausamkeit klang. Der Muselmann und der Rittmeister hechelten den Philosophen durch, spötteten wegwerfend über Wortfüchser, Tüftler und ähnliche Tagediebe und freuten sich kindisch über seine breit lächelnde Verlegenheit vor der Frau Major, die, aus weiblichem Anstand, der wehrlosen Gutmütigkeit des Philosophen ihren Beistand lieh, während ihre Augen voll passionierter Zuneigung zu den anderen hinüberblitzten, die ihre Fäuste patzige Munde führten. Lassen Sie doch den armen Herrn Oberleutnant in Ruhe, wehrte sie ab mit gurend am Lachen. Er hat recht, der Krieg ist scheußlich, die zwei ziehen sie ja doch nur auf, zinkerte sie begütigend hinüber. Der Philosoph schmunzelte phlegmatisch und schwieg. Der Muselmann gab seinem Bein, das weiß schimmernd, einzig von ihm Sichter blieb in der Finsternis, mit leisen Zähneknirschen eine bessere Lage auf der Bank und lachte laut auf. Der Philosoph? Ja, was weiß denn der Philosoph vom Krieg, Frau Major? Der ist ja doch Artillerist. Krieg wird nur die Infanterie, wissen's, Frau Major, hier heiße ich Schwester Engelberta, fiel sie ein, und ihr Gesicht wurde fast ernst für einen Augenblick. Pardon, Schwester Engelberta, Artillerie und Infanterie, das ist nämlich wie Mann und Frau, wir Infanteristen müssen das Kind auf die Welt bringen, wann ein Sieg geboren werden soll. Die Artillerie hat nur das Vergnügen, wie der Mann in der Liebe, fahrt stolz vor, wann's Kind schon aus der Taufe gehoben wird. Habe ich nicht recht, Herr Rittmeister? Du bist ja jetzt auch, Reiter zu Fuß. Der Rittmeister stimmte dröhnend ein. Laut seiner summarischen Anschauung gehörten Abgeordnete, die nicht genug Geld fürs Militär bewilligten, Sozialisten und Pazifisten, kurz alles, was sprach, schrieb, überflüssige Worte machte und vom Gescheitsein lebte, in das gleiche Kapitel Bücherwurm wie der Philosoph. »Ja, ja«, sagte er mit seiner überschrieenen Stimme, »für der Artillerie ist so ein Philosoph Graz rechte. Auf dem Berg oben hocken und zuschauen, sonst tun sie eh nix. mit unsere eigenen Leute zusammenschießen. Mit den Katzelmacher vor uns seien mir immer leicht fertig worden, aber für euch Meuchelmörder im Rücken habe ich immer an Mords Respekt gehabt. Aber jetzt hört sie endlich auf, vom Krieg zu reden, sonst gehe ich schlafen. Da sitzt man endlich mit zwei reizenden Damen, sieht nach langer Zeit wieder ein Gesicht ohne Bart stoppeln und ihr spricht immer noch von der dammischen Schießerei. Herr Gott, wie zu mir in Lazaretzog das erste blonde Mäder reingekommen ist, mit dem weißen Haarweil auf dem Wuschelkopf, ich hätte es am liebsten bei der Hand genommen und immer nur angeschaut. Ehrenwort, Frau Major, das bissl Schießen wird einem höchstens fad mit der Zeit. Die Haustieren sind schon Ärger, aber das ärgste ist das vollkommene Fehlen der Holden Weiblichkeit. Fünf Monate lang nichts als Männer sehen und dann auf einmal wieder so ein helles liebes Frauenstimmerl hören. Das ist doch das Schönste. Dafür lohnt sich schon in Krieg zu gehen. Der Musulmann verzog sein bewegliches, von Jugend blitzendes Gesicht zu einer Grimasse. Das Schönste? Nein, weißt Herr Rittmeister, wenn ich aufrichtig sein soll, gebadet werden, dann mit dem frischen Verband ins saubere weiße Bett hinein und wissen, dass man seine Ruhe haben wird, für ein paar Wochen. Das ist ein Gefühl, wie da gibt es überhaupt keinen Vergleich. Aber wieder einmal Damen sehen ist freilich auch sehr schön. Der Philosoph hatte seinen runden, fleischigen Epikurea-Kopf schief auf die Schultern gelegt. Seine kleinen, listigen Augen bekamen einen feuchten Glanz, erblickte hinüber, wo ein heller Fleck in der fast greifbar gewordenen Finsternis, das weiße Kleid der Frau Major vermuten ließ, und hub in einem leise singenden Ton ganz langsam zu erzählen das schönste ist, wenn man da oben in den Bergen gelegen ist, wo jeder Schuss fünfmal hin und her geworfen wird, und dann ist es auf einmal ganz still, kein Pfeifen, kein Heulen, kein Donnern, nichts als eine herrliche Stille, der man zuhören kann, wie ein Musikstück. Ich habe die ersten Nächte sitzend durchwacht und die Ohren gespitzt auf dieses Schweigen, wie auf eine Melodie, die man von weitem erhaschen will. Ich glaube, ich habe sogar ein wenig geheult, so schön war es, zuzuhören, dass man gar nichts mehr hört. Der Rittmeister schleuderte seine Zigarette weg, dass sie, wie ein Komet, funken sprühend durch die Nacht flog und schlug sich klatschend auf den Schenkel. Na also, rief er höhnisch, haben Sie das verstanden, Frau Major? Zuhören, dass man nichts hört. Sehen Sie, das heißt man Philosophie. Ich weiß aber noch was Schöneres du, nämlich nicht zu hören, was man hört. Besonders man so an philosophischen Stiefel zu hören gibt. Man lachte, und der Gehänselte lächelte gutmütig mit. Aber er war ganz durchdrängt von dem Frieden, der aus der schlafenden Stadt in den herbstlichen Garten herüberwehte, und die aggressiven Scherze des Rittmeisters perlten an ihm ab, wie alles, was geeignet gewesen wäre, die Süße der wenigen Tage, die ihn von der Rückkehr an die Front noch trennten, zu mindern. Er wollte seine Zeit ausgenießen, behäbig, mit geschlossenen Augen, wie ein Kind, das ins finstere Zimmer muss. Die Frau Major beugte sich vor. Über das Schönste gehen also die Meinungen auseinander, sagt sie, und die Atem ging rascher. Was war aber das grässlichste, das sie draußen erlebt haben? Viele sagen, das Trommelfeuer viele können den ersten, den sie fein gesehen haben, nicht verwinden. Und sie? Der Philosoph, an den die Frage gerichtet war, schnitt ein gequältes Gesicht. Dieses Thema passte so gar nicht in sein Programm. Er suchte noch nach einer ausweichenden Antwort, als ein unverständlicher, röchelnder Ausruf alle Augen in die Ecke zog, in welcher der Landsturmoffizier und seine Frau saßen. Man hatte die beiden fast schon vergessen in der Dunkelheit und wechselte erschrockene Blicke, als der torkelnde Mann mit den erloschenen Augen, die zerbrochene Gliederpuppe, deren Stimme kaum einer kannte, jetzt im krähenden Diskant, hastig zu reden anfing. »Grässlich! Grässlich ist nur der Abmarsch!« rief er. »Man geht! Und dass man gelassen wird, das ist grässlich!« Ein kaltes, würgend Schweigen folgte seinen Worten. Selbst das ewig fröhliche Gesicht des Musulmannes erstarrte in peinlicher Verlegenheit. Das kam so unerwartet, klang so unverständlich und hatte, vielleicht durch das Vibrieren der Stimme aus dem zitternden Leib oder den gurgelnden Nebenton, der wie überschrienes Schluchzen klang, doch alle an der Kehle gepackt und ließ die Pulse schneller schlagen. Die Frau Major sprang auf. Sie hatte den Mann ankommen gesehen, auf eine Bahre geschnallt, weil ihm das Weinen so hoch schleuderte, dass die Träger nicht anders seiner Herr werden konnten. Irgendetwas unsagbar hässliches hatte, so hieß es, den armen Teufel halb um seinen Verstand gebracht, und die Frau Major durchzuckte je die Angst vor einem Tobsuchtsanfall. Sie kniff den Rittmeister in den Arm und rief mit geheuchelter Eile, um Gottes Willen, da klingen ja schon die Alle waren aufgestanden, die Frau Major hatte sich in den Arm der unglücklichen kleinen Frau eingehakt und drängte immer hastiger. Wir müssen eine Stunde zu Fuß gehen bis zur Stadt, wenn wir die elektrische verpassen. Ratlos, am ganzen Leibe zitternd, beugte die Frau sich noch einmal zu ihrem Mann hinab, um Abschied zu nehmen. Sie fühlte genau, dass dieser Aufschrei ihr galt, dass einen grimmigen tödlichen Vorwurf enthielt, den sie nicht begriff. Sie fühlte ihren Mann zurückweichen, sich verkrampfen unter der Berührung ihrer Lippen und schluchzte auf, bei dem grässlichen Gedanken an die endlose Nacht in dem frostigen verwahrlosten Hotelzimmer, allein mit diesem quälenden Zweifel. Aber die Frau Major zog sie mit sich, zwang sie zum Laufen, ließ sie erst wieder los, als Die Herren blickten ihnen nach, sahen die Figuren im Scheine der Straßenlaterne noch einmal auftauchen, horchten im Sausen der Trambahn nach. Der Musulmann griff nach seinen Krücken, blinzelte dem Philosophen bedeutungsvoll zu und sprach Gehnen von Schlafen gehen. Der Rittmeister sah neugierig auf den Kranken hinab, fühlte erbarmen und wollte dem armen Teufel eine Freude machen. Er klopfte ihm auf die Schulter und sagte in seiner Burschikosen Art, eine fesche Frau hast, das muss man schon sagen, mein Kompliment. Im nächsten Augenblick fuhr er erschrocken zurück, das kümmerliche zusammengesunkene Häufchen auf der Bank sprang plötzlich hoch, wie emporgeschnallt von einer je erwachten Kraft. Fesche Frau? Ja, ja, schneidige Frau, kam es geilfernd über die zuckenden Lippen, mit einer Wut, die wie brodelnd die Worte schleuderte, hat keine Träne vergossen beim Einwagonieren, waren alle fesch, wie wir abmarschiert sind. Auch die Frau vom armen Dill, sehr schneidig, hat ihm Rosen nachgeworfen in den Zug und war erst seit zwei Monaten seine Frau. Er kicherte höhnisch und ballte die Fäuste schwer ankämpfend gegen die Tränen, die ihm in der Gurgel Glüten, Rosen, und auf Wiedersehen gerufen. So patriotisch waren sie alle. Gratuliert hat unser Oberst dem Dill, weil seine Frau sich so stramm gehalten hat beim Abmarsch. So stramm, verstehst du, als ging's zum Manöver. Torkelnd auf weit auseinander gespreizten Beinen stand der Leutnant jetzt aufrecht, stützte sich auf den Arm des Rittmeisters und starrte ihm mit seinen Weißt du, was ihm geschehen ist, dem Dill? Ich war dabei. Weißt du was? Ratlos blickte der Rittmeister auf die anderen. Geh, komm schlafen, regt ihn nicht auf, dammelte er verlegen. Mit einem Triumphgeheul fiel ihm der Kranke ins Wort, keifend, mit unnatürlich hoher Stimme. Weißt nichts, was ihm geschehen ist, dem Dill? Weißt nicht? So sind wir gestanden wie jetzt. Er hat mir gerade das neue Bild zeigen wollen, das ihm seine Frau geschickt hat, seine tapfere Frau, seine gefasste Frau. Denn gefasst, das waren's alle, auf alles gefasst. Und wie wir so stehen, schlagte eine 28 ein, ganz weit von uns, gut 200 Schritt, haben gar nicht hingeschaut. Da sehe ich auf einmal was Schwarzes fliegen, und der Dill fällt um, mit dem Bild von seiner Flächenfrau in der Hand. Und im Kopf steckte ihm ein Stiefel, ein Bein, ein Stiefel mit dem Bein von einem Tränsoldaten, den die 28 zerrissen hat, ganz weit von uns. Einen Augenblick hielt er inne, starrte den Rittmeister triumphierend an. Dann sprach er weiter, mit einem gehässigen stolz in der Stimme und doch ab und zu aussetzend, unterbrochen von einem merkwürdig kluxenden Stöhnen. Nichts hat er mir gesagt, der arme Dill, mit dem Sporn im Schill, so einem richtigen Kommissporn, groß wie ein Fünfkronenstück. Nur die Augen hat er verdreht, traurig das Bild von seiner Frau angeschaut, dass sie sowas hat zugeben können. Sowas. Sowas, mein Lieber. Zu viert haben wir ihm den Stiefel rausziehen müssen. Zu viert! Hin und her drehen haben wir ihn müssen, du! Bis ein Stück von seinem Gehirn mitgekommen ist. Wie ausgerissene Wurzeln, wie ein grauer Polyp, ein kribierter auf dem Sporn. Geh hör auf, schrie wütend der Rittmeister, riss sich los und ging fluchend ins Haus. Die beiden anderen sahen ihm sehnsüchtig nach. Allein konnten sie den Unglücklichen doch nicht lassen. Er war, als der Rittmeister ihn den Arm entzog, erschöpft auf die Bank zurückgefallen, saß wimmernd wie ein geschlagenes Kind, mit dem Kopf auf der Lehne. Erst als der Philosoph leise seine Schulter berührte, um ihn gut zuredend zum Gehen zu bewegen, fuhr er von neuem auf und brach in ein bellendes hässliches Lachen aus. Aber wir haben sie ihm rausgerissen, seine fesche Frau. Zu viert haben wir gezogen, bis sie draußen war. Ich habe ihn befreit. Raus, weg ist sie. Alle sind's weg. Meine ist auch weg. Die meine ist auch rausgerissen. Alle werden ausgerissen. Keine Frau gibt's. Keine mehr. Keine... Nickend sang sein Kopf nach vorne. Über das tief traurige Gesicht rollten langsam die Tränen. Hinter seinem Rücken tauchte der Rittmeister wieder auf, gefolgt von dem kleinen Sekundararzt, der die Nachtwache hatte. Du musst jetzt ins Bett, Herr Leutnant, knarrte der Doktor mit forcierter Strenge. Der Kranke warf den Kopf zurück, starrte verständnisslos in das fremde Gesicht. Als der Arzt den Satz und er nickte zustimmen. Müssen gehen, natürlich, wiederholt er eifrig und seufzt er schwer. Alle müssen wir gehen. Wer nicht geht, ist ein Feigling, und einen Feigling wollen sie nicht haben. Das ist's ja. Verstehst du nicht? Jetzt sind Helden modern. Die frische Frau Dill hat einen Helden haben wollen zu ihrem neuen Hut. Darum hat der arme Dill sein Gehirn hinaustragen müssen. Ich auch. Du auch. Muss sterben gehen. Muss dich treten lassen, ins Gehirn treten. Und die Frauen schauen zu. Fisch, weil's jetzt so Mode ist. Er hatte seinen abgezehrten Leib mühsam an der Banklehne hochgestemmt, sah allen Umstehenden der Reihe nach fragend ins Gesicht, auf Zustimmung wartend. Ist das nicht traurig? frug er leise. Dann mit plötzlich wieder emporschnellender Stimme, von jeher Wut gepackt, schreiend, dass es unheimlich durch den Garten gelte. Ist das nicht Betrug, ha? Nicht Betrug? War ich ein Messerstecher, ein Raufbold? War ich ihr nicht recht am Klavier? Sanft und rücksichtsvoll haben wir sein müssen, zart fühlend, und auf einmal, weil die Mode gewechselt hat, wollen sie Mörder haben. Verstehst du das? Losgelöst vom Arzt stand er wieder torkelnd da, und seine Stimme sank allmählich zu einem beleidigen Klageton herab, der aus gepresster Kehle krölend wie das Lallen eines Trunkenen klang. Die meine war auch fesch, versteht sich? Keine Träne. Ich habe gewartet, immer gewartet, wann sie zu schreien anfangen wird, wann sie mich endlich bitten wird, auszusteigen, nicht mitzufahren, feig zu sein, für sie. Aber sie haben nicht den Mut gehabt, keine hat den Mut gehabt, nur fesch haben es sein wollen, meine auch, meine auch, mit dem Taschentuch gewinkt, wie die anderen. Seine zuckenden Arme strebten, sich windend in die Höhe, als wollte er den Himmel zum Zeugen anrufen. Was das grässlichste war, willst du wissen? stöhnt er leise, sich unvermittelt wieder an den Philosophen wendend. Die Enttäuschung war das grässlichste, der Abmarsch. Der Krieg nicht, der Krieg ist, wie er sein muss. Hat es dich überrascht, dass er grausam ist? Nur der Abmarsch war eine Überraschung. Dass die Frauen grausam sind, das war die Überraschung. Dass sie lächeln können und Rosen werfen, dass sie ihre Männer hergeben, ihre Kinder hergeben, ihre Buben, die sie tausendmal ins Bett gelegt, tausendmal zugedeckt, gestreichelt, aus sich selbst aufgebaut haben, das war die Überraschung. Dass sie uns hergegeben haben, dass sie uns geschickt haben, geschickt, weil jedes sich geniert hätte, ohne einen Helden dazustehen, das war die größte Enttäuschung, mein Lieber. Oder glaubst du, wir wären gegangen, wenn sie uns nicht geschickt hätten, glaubst du? So fragt doch den dümmsten Bauernburschen draußen, warum er eine Medaille haben möchte, ehe er auf Urlaub geht. Weil ihn sein Mädel dann Liebe hat, weil ihm die Frauenzimmer dann nachlaufen, weil er mit seiner Medaille den anderen die Weiber vor der Nase wegangeln kann. Darum, nur darum. Die Frauen haben uns geschickt. Kein General hätte was machen können, wenn die Frauen uns nicht hätten in die Züge pfropfen lassen, wenn sie geschrien hätten, dass sie uns nicht mehr anschauen, wenn wir zu mördern werden. Nicht einer wäre hinaus, wenn sie geschworen hätten, dass keine von ihnen ins Bett steigt, mit einem Mann, der Schädel gespalten, Menschen erschossen, Menschen erstochen hat. Nicht einer, sage ich euch. Ich hab's ja nicht glauben wollen, dass sie es so tragen können. Sie heucheln nur, habe ich gedacht, sie halten sich noch zurück, aber wenn der erste Pfiff kommt, dann werden sie aufschreien, werden uns herausreißen aus dem Zug, werden uns retten. Einmal hätten sie uns schützen können, und sie haben nur fesch sein wollen, auf der ganzen Welt nur fesch. Wie zerbrochen, sanften, kummervollen Weinen, den Kopf wehmütig hin- und herrollend, auf der keuchenden Brust. Hinter seinem Rücken hatte sich ein ganzer Kreis gebildet. Auch der alte Landsturm Korporal stand da, neben dem Arzt, mit vier Wachsoldaten, bereit, jeden Augenblick einzugreifen. Im Offiziersflügel waren alle Fenster aufgeflammt, notdürftig begleitete Figuren beugten sich heraus und sahen neugierig in den Garten hinab. Der Kranke musterte ängstlich die fremden, teilnahmslosen Gesichter. Er war erschöpft, die heißere Kehle gab keinen Laut mehr her. Seine Hand griff hilfesuchend nach dem Philosophen, der wie gebrochen an seiner Seite stand. Nun hielt der Arzt den richtigen Augenblick für gekommen. »Komm, Herr Leutnant, gehen wir schlafen«, sagte er, mit tölpelhaft forcierter Gemütlichkeit. Die Weiber sind nun mal so. Da kann man nix machen. Er wollte weiterreden, um den Kranken im Gespräch unbemerkt ins Haus zu locken, aber schon der nächste Satz blieb ihm vor Überraschung in der Kehle stecken. Das kraftlose schlotternde Skelett, das sich von ihm und dem Philosophen eben noch wie ohnmächtig hatte aufrichten lassen, sprang ruckartig hoch, schnellte die Arme auseinander, dass die beiden, die ihn hatten stützen wollen, strauchelnd in den Kreis der Zuschauer flogen. Er duckte sich in den Knien wippend wie ein Lastträger mit schwerer Fracht im Nacken, und so hockend mit schwellenden Adern wiederholte er keifend vor Wut die Worte des Doktors. Sind nun mal so, sind nun mal so, seit Wandern, hast du nie was von Suffragetten gehört, die Minister geohrfeigt, Museen in Brand gesteckt, sich an Laternenpfähle haben anketten lassen, für das Stimmrecht? Für das Stimmrecht, hörst du, und für ihre Männer nicht? Nicht einen Laut, nicht einen Schrei. Einen Augenblick hielt er inne, atemholend, übermannt von wilder, würgender Verzweiflung, dann raffte er sich noch einmal auf und schrie, mühsam gegen das Schluchzen ankämpfend, das ihn immer wieder gurgelnd erfasste, aus tiefster Not wie ein gehetztes Tier. Hast du von einer gehört, die sich für ihren Mann vor den Zug geworfen hat? Hat eine für uns Minister geohrfeigt, sich an die Schienen gebunden? Keine einzige hat man wegreißen müssen. Nicht eine hat gekämpft, nicht eine hat uns verteidigt, nicht eine hat sich gerührt in der ganzen Welt. Hinausgejagt haben sie uns, den Mund verstopft haben sie uns, die Sporn haben sie uns gegeben, wie dem armen Dill. Morden haben sie uns geschickt, sterben haben sie uns geschickt, für ihre Eitelkeit. Willst du sie verteidigen? Ausgerissen müssen sie werden, ausgerissen wie Unkraut, mit der Wurzel. Zu viert müsst ihr ziehen, wie beim Dill. Zu viert, dann muss sie raus. Bist du der Doktor? Da! Mach ihn auf, meinen Kopf. Ich will keine Frau. Sieh, zieh sie raus! Weit ausholend sauste seine Faust wie ein Hammer auf den eigenen Schädel, griffen seine gekrümmten Finger erbarmungslos in den spärlichen Haarwuchs am Hinterkopf, bis er, aufbrüllend vor Schmerz, einen ganzen Büschel herausgerissen in die Höhe hielt. Im nächsten Augenblick lagen auf einen Wink des Arztes die vier Wachsoldaten schon keuchend über ihm. Er schrie, knirschte, schlug um sich, strampelte sich frei, schüttelte sie ab wie Glätten. Auch der alte Korporal und der Doktor mussten mit zugreifen, dann erst gelang es, ihn ins Haus zu schleppen. Hinter ihm leerte sich rasch der Garten. Als letzter humpelte der Muselmann mit dem Philosophen an seiner Seite dem Eingang zu. Vor dem Portal blieb er stehen, sah, im Schein der Laterne, ernsthaft auf sein vergipses Bein, das wie leblos zwischen den Krücken hing. Weißt, Philosoph, da ist mir mein Haxen doch lieber. Narrisch werden, wie dieser arme Teufel, ist schon's ärgste, was einem draußen passieren kann. Dann schon lieber gleich ganz weg mit dem Kopf. Oder meinst du, dass der noch mal werden kann? Der Philosoph schwieg. Sein rundes, gutmütiges Gesicht war aschfahl geworden, seine Augen schwammen in Tränen. Er zuckte die Achseln und half dem anderen wortlos über die Treppe. Als sie auf den Korridor traten, hörten sie, bald irgendwo im Haus, noch Türen schlagen und einen letzten dumpfen Schrei. Dann wurde es still. Die Fenster im Offiziersflügel erloschen der Reihe nach, und bald lag der Garten, wie eine buschige schwarze Insel in den Fluss geschmiegt, der lautlos sich kräusend vorbeizog. Nur das Husten der Geschütze brachte ein Windstoß ab und zu, wie fernes Echo aus dem Westen herüber. Noch einmal knirrste der Kies, als die Patrouille quer durch den Garten zum Machtgebäude zurückmarschierte. Ein Soldat fluchte leise und näselte an seiner zerrissenen Bluse. Die anderen atmenden schwer, roten Stirne. Hinter ihnen ging der alte Landsturm Korporal, die Pfeife im Mundwinkel mit gesenktem Kopf. Als er in die Hauptallee einbog, flammte eben ein heller Feuerschein über den Himmel und ein langes Rollen, das sich schließlich knurrend in die Erde verkroch, machte alle Fenster erklirren. Der Alte blieb stehen. Er horchte, bis das Rollen verstummt war, hob drohend die geballte Faust, spie in weitem Bogen zischend durch die Zähne und brummte mit einem Ekel, der aus tiefster Seele kam. Pfui Teufel! Ende von Abschnitt Eins Aufgenommen von Julien Niedermeier Abschnitt Zwei von Menschen im Krieg von Andreas Latzko Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Feuertaufe Teil Eins Eine halbe Stunde hatte die Kompanie am Waldrande gerastet, nun gab Hauptmann Marschner den Befehl zum Aufbruch. Er war, trotz der mörderischen Hitze, ganz blass und sah beiseite, während er Leutnant Weixler den Auftrag gab, dafür zu sorgen, dass innerhalb zehn Minuten alles marschbereit sei, bis auf den letzten Mann. Eigentlich hatte er sich selbst überrumpelt mit diesem Befehl, denn nun, das wusste er, gab es keinen Aufschub mehr. Wenn er Weixler auf die Mannschaft losließ, dann klappte alles, die Leute zitterten vor diesem knapp zwanzig jährigen Jungen, als wäre er der leibhaftige Teufel. Und manchmal schien es dem Hauptmann selbst schon, als hätte die baumlange, knochige Gestalt wirklich etwas Unheimliches an sich. Nie flammte auch nur ein Funken Wärme aus diesen kleinen, stechenden Augen, die immer eine flackernde Unruhe spiegelten, immer wie im Fieber glänzten. Nichts war jung an dem ganzen Menschen, außer dem kleinen, schütteren Schnurrbart über den verkniffenen Lippen, die sich nur auftaten, um mit hämischer Härte die Bestrafung eines Soldaten zu fordern. Ein Jahr fast hatte ihn Hauptmann Marschner schon an seiner Seite und hat ihn noch nie lachen gehört, wusste noch nichts von seiner Familie, nicht woher er kam, ob er überhaupt Angehörige hatte. Er sprach nur selten in kurzen hastigen Sätzen, die er zischend hervorstieß. Wie das Brodeln einer verbissenen Wut, die in ihm kochte, klang alles, was er sagte, und handelte immer von Dienst oder Krieg, als gäbe es außer diesen beiden Dingen überhaupt nichts auf der Welt, das Worte lohnte. Und diesen Menschen hatte das Schicksal den Streich gespielt, ihn das ganze erste Kriegsjahr hindurch im Hinterland zurückzuhalten. Elf und ein halb Monate dauerte schon der Krieg, und Leutnant Weixler hatte noch keinen Feind gesehen. Wenige Kilometer war er nur gleich zu Beginn über die russische Grenze gekommen, dann hatte ihn der Typhus erwischt, ehe er noch einen Schuss abgefeuert. Nun kam er endlich an den Feind. Hauptmann Marschner wusste, dass er ein Mannschaftsgewehr für sich mitschleppen ließ und seine gesamten Ersparnisse für ein Zielfernrohr geopfert hatte, um ganz auf Nummer sicher zu gehen und genau zu wissen, wie viel Feinden er das Lämpchen ausgeblasen. Er war fast fröhlich geworden, seit man das Feuer schon aus der Nähe hörte, gesprächig, von einem nervösen Eifer getrieben, wie ein passionierter Jäger, wenn er die Fährte aufnimmt. Der Hauptmann sah ihn bald und wandte sich ab. Er wollte es nicht sehen, wie der Kerl seine armen, todmüden Leute drangsalierte, sie anfuhr, genau wie ein kläffernder Schäferhund, der die Herde zusammentreibt. Lange, ehe die zehn Minuten vergangen waren, würde die Kompanie gestellt sein, dafür sorgte Weixers Ungeduld. Und dann? Dann gab es keinen Grund mehr, noch länger zu zaudern, keine Möglichkeit mehr, Hauptmann Marschner tat einen tiefen Atemzug und sah mit merkwürdig gespannten, weit aufgerissenen Augen zum Himmel hinauf. Da vorne, jenseits des steilen Hügels, die jetzt noch die Aussicht auf das Gefechtsfeld versperrte, tackten in atemlose Eile unsichtbar die Maschinengewehre, und kaum eine Spanne hoch über dem Rande der Böschung schwebten, dicht gesät, kleine gelbe- weiße Päckchen wie hochgeworfene Schneeballen in der Luft, die Sprengwolken des Sperrfeuers, durch das er seine Kompanie zu führen hatte. Es war kein kurzer Weg, zwei Kilometer noch vom jenseitigen Fuße des Hügels bis zum Eingang der Laufgrieben und immer über freies Feld, ohne jede Deckung. Für eine Landsturm Kompanie, für ehrwürdige Familienväter, die seit wenigen Stunden im Felde standen, jetzt erst ihre Feuertorfe erhalten, zum ersten Mal Pulver riechen sollten, wahrlich keine kleine Aufgabe. Für den Weichsler, der nichts anderes im Kopf hatte, als das Verdienstkreuz, das er sich je eher holen wollte, für solch einen zwanzigjährigen Raufbold, der die Welt um die eigene, hochwichtige Person rotieren ließ, und noch keine Zeit gehabt hatte, das Leben schätzen zu lernen, mochte das nur ein aufregender Spaziergang seine Unerschrockenheit ins rechte Licht setzen konnte. Im Stillen machte der sich wohl längst schon lustig über die Unentschlossenheit seines alten Hauptmanns und fluchte über diese letzte Rast, die noch eine halbe Stunde länger auf seine erste Heldentat zu warten zwang. Maschner mähte mit seinem Reitstock die hohen Grashalme nieder und schielte von Zeit zu Zeit verstohlen zu seiner Kompanie. Er merkte es an den schleppenden Bewegungen der Leute, an dem Widerstreben, mit dem sie sich erhoben, wie Kinder, die man aus dem Schlaf erweckt, dass sie es längst schon erfasst hatten, wohin der Weg nun ging. Die lautlose Stille, in der sie ihre Bündel packten und eintraten in die Reihe, krampfte ihm das Herz zusammen. Unermüdlich hatte er sich seit Kriegsbeginn auf diesen Augenblick vorbereitet, Tag und Nacht gegrübelt, sich's tausendmal vorgesagt, dass, wo Höheres auf dem Spiele stand, die Not des Einzelnen nichts bedeutete, dass ein gewissenhafter Führer sich wappnen müsse mit Gleichgültigkeit. Und nun stand er da und merkte mit Schrecken, wie alle guten Vorsätze abröckelten und nichts in ihm übrig blieb, als heißes, grenzenloses Mitleid mit diesen aufgescheuchten Nesthütern, die sich so still ergeben, bereit machten, gleichsam ihr Leben in die Hände nahmen, wie ein kostbares Gefäß, um es in den Kampf zu tragen und dem Feinde vor die Füße zu werfen, als wäre es ihr Geringstes, was da in Scherben ging. Ein Kaninchen, das man selbst großgezogen hatte, um das Messer zu liefern, einen liebgewonnenen Haushund eigenhändig zum Schinder zu schleifen, schon solches hätte man ihm, dem gutherzigen Onkel Marschner, wie er in Bekannten Kreisen hieß, nicht zumuten dürfen. Und nun sollte er Menschen, die er selbst zu Soldaten ausgebildet, monatelang unter den Augen gehabt hatte, Menschen, die er wie seine Taschen kannte, ins Schrapnellfeuer hineinjagen. Was nutzten da alle tiefsinnigen Betrachtungen? Er sah nur die ängstlich flehenden Blicke, die seine Leute zu ihm hinüberschickten, um Schutz bittend, als glaubten sie, ihr, Herr Hauptbank könnte auch Flintenkugeln und Sprengstücken den Weg vorschreiben. Und dieses Vertrauen sollte er nun missbrauchen? Sollte diese bärtigen Kindsköpfe, die er vorgestern erst, von ihren Kleinen umringt, Abschied nehmen gesehen von den weinenden Frauen, jetzt ohne Rührung in den Tod kommandieren? Sollte unbekümmert weiter marschieren, wenn der eine oder andere getroffen hinfiel, sich jammernd in seinem Blut wälzte? Woher sollte er die Kraft nehmen, zu solcher Härte? Von dem höheren Ziel etwa? Es war nicht da, nicht mit den Händen zu fassen, es war zu sehr gesprochen, zu sehr nur klang, als dass es ihm hätte seine Soldaten verdecken können, die mit heimwärts gewandter Seele dem Sperrfeuer entgegen bankten. Wie ein Schlag in die Magengegend traf ihn die Meldung, die im Leutnant Weixler strahlend mit geröteten Wangen ins Gesicht schmetterte. Das klang so herausfordernd. Die dreiste Frage »Nun, warum freust du dich nicht auch auf die Gefahr wie ich?« war nicht zu überhören. Hauptmann Marschner strömte alles Blut in die Schläfen, er musste den Blick abwenden, und seine Augen irrten unwillkürlich zu den Schrapnellwolken, trugen eine Bitte, eine heimliche Invokation zu den dummen, wahllos niederprasselnden Dingern hinauf. Sie möchten diesen frostigen Burschen doch das Leiden lernen, ihn überzeugen von seiner Verwundbarkeit. Eine Sekunde später senkte er schon beschämt den Kopf. Sein Zorn wuchs gegen den Menschen, der ihm eine solche Regung hat entlocken können. Danke. Lass die Leute rutschehen. Ich muss noch einmal nach den Pferden schauen, sagte er gemessen, mit einer erzwungenen Ruhe, die ihm wohltat. Er wollte sich nicht drängen lassen, nun erst recht nicht, und freute sich, als er den Leuten zusammenzucken sah. Er lächelte zufrieden in sich hinein über das indignierte Gesicht und das trotzige »Zu Befehl, Herr Hauptmann«, das lange nicht mehr so schmetternd hellklang, sondern knirschend aus gepresster Kehle kam. Der Junge sollte nur auch einmal merken, wie wohl es tat, gebändigt zu werden. Sonst liebte er es ja, sich auf Kosten der Mannschaft und seiner Macht zu berauschen, triumphierend, als wäre es die Kraft seiner Persönlichkeit, die den Leuten Herr ward, und nicht das Dienstreglement, das immer ihnen zur Seite stand. Mit gemächlichen Schritten ging Hauptmann Marschner in den Wald zurück, doppelt froh, dass die Lektion, die er Weichsler teilt, seinen alten Knaben eine kurze Galgenfrist beschert hatte. Vielleicht zaußte eine Granate vor ihre Nase in die Erde, und diese wenigen Minuten retteten zwanzig Menschen das Leben. Vielleicht? Es konnte freilich auch umgekehrt kommen, just diese Minuten. Ach, was hatten solche Berechnungen für Zweck? Am besten war nicht daran denken. Er wollte den Leuten helfen, so viel er konnte. Retter konnte er keinem sein. Oder doch? Den einen, der ihm eben mit Feuereifer aus dem Walde entgegenstürzte, hatte er vorläufig geborgen. Der blieb mit sechs Mann bei den Pferden und dem Train zurück. War sein Unrecht, gerade diesen zu bestimmen? Alle anderen Unteroffiziere waren älter und verheiratet. Der kleine Dicke mit den O-Beinen hatte sogar sechs Kinder daheim. Konnte er es vor seinem Gewissen verantworten, diesen jungen, ledigen Burschen hier in Sicherheit? Mit einer wütenden Hand Hand bewegung unterbrach der Hauptmann seine Gedanken. Am liebsten hätte er sich mit der Faust an die Brust gepackt und tüchtig durchgebeutelt, dass er das verdammte Grübeln und Abwägen noch immer nicht lassen konnte. Gab es hier noch eine Gerechtigkeit, im Macht Bereiche der Granaten, die Taugen nicht zu verschonten und die Besten niederstreckten? Hatte er es nicht fest vorgenommen, mit allen überflüssigen Gedanken daheim zu lassen, bei seiner eingekampferten Zivilkleidung in der Friedenswohnung? Das alles gehörte zum Zivilingenieur Rudolf Marschner, der früher einmal Offizier gewesen und mit dreißig Jahren noch einmal zur Schulbank zurückgekehrt war, um das Kriegshandwerk, in das er sich als dummer Junge verirrt hatte, gegen einen Beruf zu vertauschen, der seiner weichen, nachdenklichen Natur besser entsprach? Dass ihn dieser Krieg zum Soldaten gemacht hatte, war ein Unglück, eine Katastrophe, die ihn, wie alle, unverdient traf, mit der er sich aber endlich abfinden musste, und dazu gehörte, in erster Reihe, das Loskommen von allem Resonieren, wozu sich viel mit Fragen quälen, einer musste doch im Walde zurückbleiben, zur Aufsicht, der Kommandant hatte diesen jungen Zugführer bestimmt, also blieb dieser da, und damit basta. Peinlich war es nur, dass der Kerl so ein gerührtes Gesicht schnitt. Widerlich, einfach widerlich war die hündische Dankbarkeit, die ihm aus den feucht schimmernden Augen strahlte. Wie kam der Mensch dazu, etwas von seiner Mutter zu stammeln? Er wurde hier gelassen, weil er Dienst es erfordert. Seine Mutter hatte dabei nichts zu tun. Die saß in Wien, und hier war Krieg. Das musste er sich gesagt sein lassen. Sein Kommandant wollte nicht hoffen, dass er es als Glück oder gar besondere Gnade empfinde, nicht mit in den Kampf zu müssen. Es wurde Hauptmann Marschner gleich leichter ums Herz, als er den zerknirschten Sünder so herunter kapitelt hatte. Sein Gewissen war jetzt ganz frei, als hätte er den Mann wirklich nur ganz zufällig auf diesen Posten beordert. Doch dauerte dieses Gefühl nicht lange, denn der alberne Kerl ließ es sich nicht nehmen, ihn wie seinen Retter anzuhimmeln, und als er in stramm militärischer Haltung aber mit einer Stimme, die rau und zitternd klang von verschluckten Tränen »Wünsche gehorsamst viel Glück, Herr Hauptmann« stammelte, da strahlte aus diesem Wunsch eine solche Inbrunst, eine so glühende Anhänglichkeit, dass es dem Hauptmann auf einmal wieder leer wurde im Magen, und er mit einer plötzlichen Wendung auf und davon ging. Nun wusste er ja Bescheid, konnte sich's beiläufig ausrechnen, was der Weixler schon alles an ihm beobachtet, wie der sich schon insgeheim über seine Rührseligkeit mockiert haben musste, wenn ein einfacher Mensch wie dieser Tischlergeselle seine geheimsten Gedanken erriet. Er hatte ihm ja kein Wort gesagt, hatte ihn nur verstohlen beobachtet, vorgestern Abend, beim Einwaggonieren in Wien, wie er von seiner Mutter Abschied nahm. Woher ahnte der verdammte Kerl, dass die verwurzelte, eingeschrumpfte Knusperhexe, mit der Haut, die wie ausgedörrt vom Leben, ein tausend Falten schlaff an den Backenknochen hing, solchen Eindruck auf seinen Hauptmann gemacht hatte? Er selbst wusste es ja sicher gar nicht, wie rührend es aussah, als das winzige Mütterchen so von unten her zu ihm empor blickte und weil er sein Gesicht nicht erreichen konnte, mit der zitternden Hand den breiten Brustkasten streichelte. Kein Mensch konnte es ihm verraten haben, dass sein Kompaniekommandant ihn seither nicht anschauen konnte, ohne auf himmelblauen Bluse wie hingemalt die zitronengelbe dicht geadete Hand die knolligen verkrümmten Finger zu sehen, die mit so unsagbar viel Liebe den rauen haarigen Loden berührt hatten. Und doch war der Lump irgendwie dahinter gekommen, dass diese Hand schützend über ihm schwebte, für ihn gebeten und das Herz seines Führers erweicht hatte. Wütend stampfte Marschner über die Wiese, beschämt, als hätte ihm jemand eine Larve vom Gesicht gerissen. So leicht war es also, ihn zu durchschauen, trotz der viel Mühe, die er sich nahm. Er blieb stehen, um sich zu verschnaufen, hieb wieder auf das Gras ein und fluchte laut auf. Nun ja, er konnte sich eben nicht verstellen, konnte nicht plötzlich aus seiner Haut heraus, und wenn es tausendmal Weltkrieg gab. Er war gewöhnt, zu lassen, war unfähig, von heute auf morgen zum Eisenfresser zu werden, der vergnügt auf Menschenjagd geht. Was war das auch, für ein wahnwitziger Gedanke, alle Menschen über einen Löffel barbieren zu wollen? Niemand dachte daran, aus Weichsler einen weichherzigen Philanthropen zu machen, und er sollte, so mir nichts, dir nichts, auf Befehl ein blutrünstiger Haudegen werden? Er war nun mal nicht mehr zwanzig Jahre alt wie der Weichsler, und diese stillen, traurigen Männer, die man so grausam aus ihrem Erdreich gerissen hatte, waren ihn jeder mehr, als nur ein Gewehr, das man in Reparatur schickt, wenn es beschädigt, gleichgültig liegen lässt, wenn es unbrauchbar geworden ist. Wer das Leben schon von allen Seiten angesehen und überdacht hatte, konnte nicht so zum nur Soldaten werden, wie sein Leutnant, der noch gar nicht richtig Mensch geworden war, die Welt noch gar nicht anders gesehen hatte, als vom Hofe der Kadettenschule und der Kaserne aus. Ja, wenn es noch gewesen wäre, wie am Anfang, als noch laute, junge, abenteuerlustige Burschen aus den Waggonfenstern johlten, nichts daheim zurückließen, als höchstens Eltern, denen sie nun endlich imponieren konnten. Damals hätte auch er seinen Mann gestellt, so gut wie oder besser als der stramme Leutnant Weichsler. Damals marschierten die Leute zwei, drei Wochen lang, ehe sie auf den Feind stießen. Da löste man sich noch langsam vom Leben los, ging durch tausend Mühen und Entbehrungen, bis über Hunger, Durst und Müdigkeit allmählich alles vergessen war, was man weit, weit rückwärts zurückgelassen hatte. Da schwelte der Hass gegen den Feind, der einem all die Not angetan hatte, von Tag Lösung, nach der langen, passiven Leidenszeit. Heute aber ging das alles auf eins, zwei, vorgestern noch in Wien, und jetzt noch mit dem Abschiedskuss auf den Lippen, noch nicht ganz losgerissen, gleich hinein ins Feuer, und nicht blindlings, nicht ahnungslos wie die Ersten. Für diese armen Teufel hatte der Krieg keine Geheimnisse mehr. Jeder hatte schon Tote in seiner Familie oder seiner Bekanntschaft, jeder hatte schon mit hatte verstümmelte und stellte Invaliden gesehen und wusste mehr über Schrapnellwunden, Querschläger, Gaskranaten und Flammenwerfer, als vor dem Kriege Artilleriegeneräle und Stabsärzte gewusst. Und just diese Sehenden, diese grausam Entwurzelnden, musste er nun führen. Er, der ausrangierte Hauptbahn Marschner, der Zivilist, der anfangs hatte zu Hause bleiben müssen, bei den Rekruten. Jetzt, da es tausendmal härter war, kam die Reihe an ihn, den Führer zu machen, und er durfte sich nicht wehren gegen die Aufgabe, der nicht gewachsen war. Nein, er hatte sich noch vordrängen, hatte, aus Anstand, auf seinem Rechte bestehen müssen, damit nicht andere, die schon draußen ihr Blut vergossen hatten, noch einmal hinaus gingen, für ihn. Eine dumpfe, ohnmächtige Wut kam über den Hauptmann, als er nun vor seine Soldaten hintrat, den breiter Reihe aufgestellt, in atemloser Spannung auf seine Lippen starrten. Was sollte er ihnen sagen? Es widerstrebte ihm, die üblichen patriotischen Phrasen, die wie von außen her diktiert auf die Lippen verlangten, gefügig abzuleiern. Seit Monaten trug er den trotzigen Entschluss in sich herum, das vorgeschriebene dulce est pro patria mori, nicht auszusprechen, koste es, was es wolle. Nichts war ihm so zuwider, als dieses Klimpern mit dem Opfertod, dieser Marktschreierkniff, das Sterben auszurufen, während es drin in der Bude ums Morden ging. Er biss die Zähne aufeinander und senkte scheu den Blick vor dieser Mauer aus bleichen Gesichtern. Die dumme, kindische Bitte, gib acht auf uns, plinzelte aufreizend aus allen Augen, brachte ihn zur Verzweiflung. Am liebsten hätte er sie alle zurückgejagt, den ihren, und wäre allein weiter. Mit einem Ruck warf er sich trotzig in die Brust, heftete den Blick starr auf eine Medaille, die ein Mann in der Mitte der langen Reihe auf der Brust trug und rief. Kinder, wir gehen jetzt an den Feind. Ich rechne darauf, dass jeder von euch seine Pflicht tun wird, getreu seinem Pfahneneid. Ich werde nichts von euch verlangen, was nicht im Interesse unseres Vaterlandes, in eurem eigenen Interesse also, für die Sicherheit eurer Frauen und Kinder geschehen muss. Darauf könnt ihr euch verlassen. Viel Glück! Und jetzt los! Er hatte, ohne es zu bemerken, die Stimme Weichslers, seinen überlauten, forciert schneidigen Kommandotol nachgeahmt, um die Rührung zu überschreien, die ihm Zittern in der Kehle lauerte, und nach dem letzten Worte kehrte er sich blitzschnell ab. Nur über die Schulter hinweg, ohne sich noch einmal umzuschauen, gab er Befehl zum Ausschwärmen, ließ den Kopf auf die Brust fallen und begann mit großen Schritten den Aufstieg. Hinter ihm knirschten die Stiefel, schlugen die Essscheien klappernd gegen irgendein Ausrüstungsstück. Bald Würgende Schweißwolke legte sich über die marschierende Kompanie. Hauptmann Marschner schämte sich. Ein tiefer, körperlicher Ekel überkamen, vor der Rolle, die er da gespielt hatte. Was blieb diesen einfachen Leuten, diesen Maurern, Monteuren und Landarbeitern, die ohne Fernblick über ihren Werktag gebeugt dahingelebt hatten, denn zu tun übrig, wenn die feinen Herrschaften, die studierten Leute, wenn der Herr Hauptmann mit den drei goldenen Sternen auf dem Kragen sie versicherte, es sei ihre Pflicht und höchst rühmenswert, italienische Maurer, Monteure und Landarbeiter über den Haufen zu schießen. Sie hinter ihm her und er führte sie gegen seinen Glauben aus erbärmlicher Feigheit und forderte von ihnen Mut und Todesverachtung. Er hatte sie beschwatzt, hatte ihr Vertrauen missbraucht, ihre Liebe zu Frau und Kind ausgebeutet, weil er eben lieber für eine Lüge vielleicht am Leben blieb, vielleicht doch noch heil aus dem Kriege heimkam, als Er setzte sein Leben und das ihre war Bonk auf falsche Karten, weil er zu feige war, dem sicheren Verlust allein ins Auge zu schauen. Die Sonne brannte mit mörderischer Glut auf den steilen baumlosen Abhang, in das Platzen der Schraubnells, das Tacken der Maschinengewehre, das Aufbrüllen der eigenen Geschütze mischte sich, jetzt schon immer näher, immer heller, das Heulen der herankommenden Geschosse. Und immer noch war die Kammlinie nicht erreicht. Der Hauptmann fühlte seine Lunge versagen, blieb stehen und hob den Arm. Die Leute sollten sich einen Augenblick verschnaufen, waren seit vier Uhr morgens schon unterwegs, hatten Tüchtiges geleistet mit ihren vierzigjährigen Beinen. Er merkte es an sich selbst. Mitleidig blickte er auf die blau-roten, schweißüberströmten Gesichter und fuhr zusammen, als er leutnant Weichsler mit großen Schritten auf sich zukommen sah. Warum konnte er dieses Gesicht nicht mehr sehen, ohne sich wie angefallen zu fühlen, wie an der Kehle gepackt von einem Hass, der sich kaum noch zügeln ließ. Er hätte eigentlich froh sein müssen, ihn hier draußen an seiner Seite zu haben. Ein Blick in diesen lauernden Augen musste genügen, um jeder Rührung Herr zu werden. Bitte gehorsamst, Herr Hauptmann, hörte er ihn schnarren. Ich gehe auf den linken Flügel hinüber. Da sind ein paar Kerle, die mir nicht recht gefallen. Besonders der Simmel, der rote Hund. Der zieht jetzt schon den Kopf ein, wann drüben ein Schrapenell platzt. Marschner schwieg. Der rote Hund? Der Simmel? Das war doch der rothaarige Flügelmann im zweiten Zug, der Tapezierer, der entzückende kleine Mädel auf dem Arm getragen hatte, bis zum letzten Augenblick, bis der Weichsler im brutalen Wagen gejagt. Dem Hauptmann war es, als sehe er noch den erstaunten Aufblick der Kinder zu dem mächtigen Mann, der ihren Vater anzuschnauzen wagte. Lass ihn nur, er wird sich schon dran gewöhnen, sagte er mild. Er hat halt noch seine Kinder im Kopf und hat es nicht eilig, sie zu weisen zu machen. Die Leute können ja nicht alle Helden sein, waren nur ihre Pflicht dum. Des Antliz Weichslers wurde stark, und die schmalen Lippen erschien wieder jener harte, verächtliche Zug, der den Hauptmann jedes Mal wie ein Peitschenhieb traf. Er soll jetzt eben nicht mehr an seine Fratzen denken, sondern an den Fahneneid, den er seinen allerhöchsten Kriegsheim geschworen hat. Hast es Ihnen ja eben erst gesagt, Herr Hauptmann. Ja, ja, ich hab's Ihnen gesagt, nickte Hauptmann Marschner geistes abwesend, und ließ sich langsam ins Gras nieder. Nicht, dass dieser so sprach, wunderte ihn, aber dass auch ihm einmal vor fünfundzwanzig Jahren, als er durch und durch mit Begeisterung wartiert, aus der Kadettenschule kam, Fahneneid und allerhöchster Kriegsherr genauso erschöpfend geklungen hatten. Wie dieser wäre damals auch er voll freudiger Begeisterung in einen Krieg gezogen. Wie aber sollte er heute, taub geworden für den Fanfarenklang solcher Worte und hellsehend für das Gebälk, das sie trug, Schritt halten mit der Jugend, die für alles, was stehend und mit erhobener Stimme verkündet wurde, ein gläubiges Echo war? Wie sollte er von seinen braven, behäbigen Spießern, das Leben schon so gründlich gebändigt hatte, dass sie daheim hungernd an Reichtümern vorbeigingen, die nur eine dünne Glaswand von ihnen schied, hier plötzlich ein wildes Draufgehen verlangen? Wie an den Tapeziermeister Simmel die gleiche Anforderungen stellen, als an den jungen Leutnant, der noch nie anderes erstrebt hatte, als im Fechten, Ringen und Mutzeigen unter den Ersten genannt zu werden? Waren je Söldner für ihre Sitten biedere Bürgersleute für ihre Unerschrockenheit berühmt? Je ein und dieselben Menschen zwanzig und fünfundvierzig Jahre alt zugleich gewesen? Zusammengekauert, den Kopf zwischen den Fäusten, war der Hauptmann so tief in seine Gedanken versunken, dass er Zeit und Ort vergaß, und alle Versuche leunt an Weichslers, ihn durch wiederholtes Vorbeischleichen, lautes Umherhetzen der Mannschaft aufzuscheuchen, blieben erfolglos. Endlich brachte nahes Pferdegetrappel wieder zu Bewusstsein. Auf dem Feldweg, der in halber Höhe um den Hügel lief, galoppierte ein Offizier die hohe Generalstäbler Mütze auf dem Kopf. Er parierte sein Pferd, erkundigte sich verbindlich nach den Marschzielen der Kompanie und rümpfte die Nase, als Hauptmann Marschner die Nummer der Quote nannte. »Dorthin geht's ihr?« griff er aus und die Grimasse ging langsam in ein respektvolles Lächeln über. »Ah, da gratuliere ich. Da kommt's ja gerade in die dickste Schweinerei hinein. Dort wollen die Herren Katzlmacher seit drei Tagen schon durch. Da will ich euch nicht aufhalten. Die armen Teufeln, die dort liegen, werden die Ablösung gut brauchen können. Servus und viel Glück. Mit Grasie berührten seine Finger die Kappe. Das Pferd schrie auf unter dem Druck der Sporen und fort ware. Der Hauptmann starrte ihm wie betäubt nach. »Ah, da gratuliere ich«, klang es ihm in den Ohren. Ein Mensch, hoch zu Ross, gut ausgeruht, rosig, sauber, wie aus dem Schachtal, trifft zweihundert totgeweihte Opfer, verschwitzt, Atemlos am Rande der Gefahr, weiß, dass in einer Stunde so manches Gesicht, das sich jetzt noch neugierig ihm zuwendet, schon leidverzerrt oder totenstarr im Grase liegen wird, und sagt lächelnd, »Ah, da gratuliere ich«, reitet weiter, ohne dass ihm ein andächtiger Schauer über den Rücken liefe, ohne dass ein Schatten seine Stirne streifte. Spurlos wird die Begegnung aus seinem Gedächtnis verschwinden, nicht heute Abend beim Tafeln ihn an den Kameraden erinnern, die mir am Morgen als Letzter vielleicht die Hand gereicht. Was bedeutete diesen Auserwählten, die aus sicherem Hinterhalt die Kolonnen ins Feuer schoben, der Todesmarsch einer Kompanie? Und der unglückselige rothaarige Tapazierer daneben an, zitterte, zog den Kopf ein, riss großmächtig die Augen auf, als hinge das Schicksal der Welt daran, ob er sein rotgelocktes Mäder noch einmal wird auf dem Arm tragen. Wahrlich, wenn man die Sache so aus der richtigen Perspektive sich ansah, als vorbeigaloppierender Generalstäbler, der das Ziel, den Sieg, den man früher oder später bei Gläserklärungen bejubeln wird, im Auge hat, dann hatte der Weichsler eigentlich recht. Es musste in Empören ein so großzügiges Heldengedicht von einem einzelnen Hasenfuß derart ins Lächerliche gezogen, zu einer weinerlichen Familienangelegenheit degradiert zu sehen. Die armen Teufel, die dort liegen. Marschner überlief es kalt, als ihm über die Worte des Generalstilters jede Vision des distrassenen, blutgetränkten Grabens aufstieg, mit der zur toderschöpften Besatzung, die ihn wie den Erlöser herbeisehnte. Er hob sich stöhnend, übermannt von einem grimmigen, erbitterten Keine Masche blieb da offen. Jede Minute, die er seinen Leuten noch schenkte, war Diebstahl oder gar Totschlag, begangen an jenen dort vorne. Wild warf er den Arm in die Höhe und schritt aus, fest entschlossen, nicht mehr stehen zu bleiben, ehe der Graben erreichbar, den er zu beziehen hatte. Sein Gesicht war bleich, vergrämt, verzerrte sich zu einem gequälten Lächeln, so oft vom anderen Flügel des aufreizend schnarrender »Vorwärts, vorwärts!« seines Leutnants zu ihm herüberklang. Auf einmal blieb er stehen. In das Knattern, Pochen, Knallen sprang plötzlich ein neuer Ton hinein, hob sich heller aus dem Ganzen, kaum noch ins Bewusstsein dringenden Spektakel. Er kam so gellend, so scharf drohend und blitzschnell heran, dass der Ton gleichsam sichtbar wurde, ein heulender Bogen in der Luft entstand, sich nahe an die Stirne heranbiss und dort mit einem kurzen, harten Peitschenschlag abriss, während wenige Schritte weiter vorne ein kleiner Staubwirbel aufstieg und unsichtbare Hagelkörner klatschend ins Gras prasselten. Ein Schrottnell! Verdutzt blickte Hauptmann marschmäßig um und sah zu seinem Schrecken alle Blicke auf sich gerichtet. Wie um Ratfragen starrten alle Augen ihn an. Um die Lippen aller spielte ein sonderbares, verlegen verschämtes Lächeln. Nun hieß es mit gutem Beispiel vorangehen, unbekümmert weitermarschieren, ohne stehen zu bleiben oder aufzublicken. Es war ja im Grunde ganz alles eins, was man tat. Ein Davonlaufen oder Verstecken gab's da nicht, da hieß es Glück haben. Sonst gab es keinen Schuss. Also vorwärts, als wüsste man von nichts. War nur einer da, der sich nichts aus der Sache zu machen schien, dann bekamen's die anderen mit der Scham, kontrollierten sich gegenseitig, und dann war alles gewonnen. Gefühl, von allen Seiten beobachtet zu werden, Haltung gab. Wäre er ganz allein gewesen, er hätte sich vielleicht hingeworfen, hätte hinter einem Stein Deckung gesucht, und wenn er noch so klein gewesen wäre. War nur ein Weitschuss, vorwärts Kinder, rief er laut, fast fröhlich gemacht, von dem Gefühl, seinen Leuten eine Stütze zu sein. Da schwirrten, ehe er noch fertig gesprochen hatte, schon den Nächsten heran. Er versteifte alle Muskeln und knirschte vor Wut, als sein Oberkörper dennoch zurückfuhr, und der Kopf für einen Augenblick zwischen den Schultern versank. Nicht die Wucht, mit der das Heulen heranflog, ließ ihn zusammenzucken. Die sonderbare Deutlichkeit, mit der die Flugbahn, genau wie auf der Abbildung im Artillerieunterricht, sich vorm wölbte, dieses wieder natürliche Gefühl, einen Ton mehr mit den Augen als mit dem Ohr erfassen zu müssen. Das war's, wogegen kein Wille aufkam. Man musste was tun, sich irgendwie die Illusion verschaffen, nicht ganz wehrlos zu sein. »Kompanie Laufschritt«, schrie er, so laut er nur konnte, beide Hände als Sprachrohr vor dem Mund. Wie erlöst stürmten die Leute los, die Spannung schwand von ihren Gesichtern, jede Einzelne war irgendwie mit sich beschäftigt, stolperte, raffte sich auf, haschte nach locker gewordenen Ausrüstungsstücken und in dem allgemeinen Keuchen und Pusten ging der drohende Pfiff der ankommenden Geschosse fast unbemerkt unter. Nach einer Weile war es Hauptmann Marschner, als fauchte ihm jemand ins linke Ohr hinein. Er wandte in den Kopf und sah Weichsler, dunkelrot im Gesicht neben sich her laufen. »Was gibt's?« frug er, unwillkürlich in Schritt fallend. »Herr Hauptmann, ich melde gehorsamst, man soll dein Exempel statuieren. Der Simmel, der Feigling, demoralisiert die ganze Kompanie. Bei jedem Schrapnell schreit er, Jesus Maria, schmeißt sich hin und macht den anderen Angst. Man sollt den Kerl als abschreckendes Beispiel Mitten in den Satz sauste eine Lage von vier Schrapnells hinein. Das Heulen schien noch lauter, noch schärfer geworden zu sein. Dem Hauptmann war's, als flitzte, blendend hell, eine ungeheure Sense in steilem Bogen direkt auf seinen Schädel zu. Diesmal aber durfte er mit keiner Wimper zucken. Wie beim Zahnarzt, wenn die Zange ansetzt, krampften sich seine Glieder. Zugleich starrte er seinem Leutnant forschend ins Gesicht, neugierig, wie er sich im ersehnten Feuer nun benahm. Allein der schien von den Schrapnells gar nicht Notiz zu nehmen. Er reckte sich, sah mit gespannter Aufmerksamkeit zum linken Flügel hinüber und rief empart, »Da, siehste, Hauptmann, da liegt der verdammte Kerl schon wieder, ich will ihm doch...« Ehe er stehen, machte Kerl und kam missmutig zurück. »Der Kerl ist getroffen!« meidete er mürrisch, mit einem verärgerten Achselzucken. »Getroffen?« entfuhr es dem Hauptmann, und ein hässlicher, bitterer Geschmack klebte ihm plötzlich die Zunge an den Gaumen. Er sah die frostige Ruhe in Weichsers Zügen, den teilnahmlosen, gleichgültigen Blick, und seine Hand zuckte in die Höhe. Schlagen hätte er ihn mögen, so aufreizend wirkte diese Unberührtheit, so wehtat ihm dieses hingeworfene, der Kerl ist getroffen. Das Bild des netten Mädels mit der hellen Schleife in den roten Locken blitzte vorbei, und die Vision einer verkrümmten Leiche, die ein Kind in den Armen hielt. Wie durch einen Schleier hindurch sah Weichsler an sich vorbei, der Kompanie nacheilen, und Der Verwundete lag am Rücken, seine flammend roten Haare umrahmten ein grün-graues, gespenstisch regungsloses Gesicht. Vor wenigen Minuten hatte Haupten Maschner den Mann noch laufen, dasselbe Antlitz noch erhitzt in erregter Lebendigkeit gesehen. Seine Knie gaben nach. Wie eine kalte Hand wühlte der Anblick dieses unfassbar jenen Wechsels in seinem Innern. War das möglich? Konnte so alles Blut in einer Sekunde entweichen, ein gesunder, kräftiger Mensch in wenigen Augenblicken zur Ruine zerfallen? Welche Höllenkraft lauerte in so einem Stück Eisen, dass es die Arbeit monatelangen Siechtums zwischen zwei Atemzügen verrichten konnte? Keine Angst, Simmel, stammelte der Hauptmann, auf die Schulter eines Sanitätssoldaten gestützt. Man wird sie runtertragen zum Drehen. Und tief Atemholend rang er sich mühsam die Lüge ab. Jetzt kommen's gar als Erster nach Wien zurück. Er wollte auch noch etwas von der Familie, von dem rotlockigen Medall hinzufügen, brachte es aber nicht über die Lippen. Es Es war ein Bange vor einem Aufschrei des Sterbenden nach den Seinen, und ein inneres Zittern durchlief ihn, als der qualvoll verzerrte Mund sich langsam auftat. Er sah die Augen sich öffnen, er schauerte vor dem gläsernen Blick, der an nichts körperlich mehr einen Halt zu finden, durch alle Anwesenden hindurch in weiter Ferne was zu suchen schien. Der Körper krümmte sich unter den wühlenden Händen des Sanitäters. Aus der aufgerissenen, blutüberströmten Brust stiegen gurgelnd unverständliche Laute, bliesen den roten Schaum vor dem Mund zu platzenden Luftblasen auf. »Simmel, was wollen Sie, Simmel?« bat Marschner, tief über den Verwundeten gebeugt. Mit gespannter Aufmerksamkeit lauschte er dem Laien, überzeugt, dass es eine letzte Botschaft zu erhaschen galt. Er atmete auf, als die verirrten Augen endlich zurückfanden und ängstlich forschend haften blieben auf seinem Gesicht. »Simmel!« rief er wieder und haschte nach der Hand, die zitternd die Wunde suchte. »Simmel, kennen Sie mich denn nicht?« Simmel nickte. Er riss die Augen auf, seine Mundwinkel sanken herab, und weinendig vorwurfsvoll, wie es dem Hauptmann schien, kam aus der zerfetzten Brust die Klage. »Wee!« »Herr Hauptmann!« »So weh!« Und nach einem kurzen, röchelnden Schmerzenslaut wiederholte er schäumend mit einem gellenden Wutschrei »Wee!« »Wee!« und schlug um sich mit Händen und Füßen. Hauptmann Marschner sprang auf. »Trag sie hinunter!« befahl er, hielt sich, ohne zu wissen, was er tat, die Ohren zu und lief davon, der Kompanie nach, die schon oben auf der Kammlinie stand. Er lief, den Kopf wie in einem Schraubstock zwischen die Hände gepresst, torkelnd, atemlos, von einer Angst getrieben, als stürmte das Wehklagen des Verwundeten mit der hobener Axt hinter ihm her. Er sah den eingeschrumpften Leib sich winden, sah das blitzschnell verwelkte Gesicht, das vergilbte weiße Augen und das »So weh, Herr Hauptmann!« klang in ihm fort, kreilte sich ihm in die Brust, dass er oben angelangt, halb erstickt niederfiel, als hätte man ihm den Boden unter den Füßen weggezogen. Nein, er konnte das nicht, er wollte nicht mehr. Er war kein Henker, war nicht fähig, Menschen in den Tod zu peitschen, konnte nicht taub sein für ihren Jammer, für dieses Kinderwimmern, das wie bitterer Vorwurf sein Gewissen traf. Seine Füße stampften, trotzig den Boden. Alles in ihm beäumte sich gegen die Aufgabe, die ihn rief. Unten dehnte sich das Schlachtfeld, trostlos grau, kein Baum, kein Fleckchen grün, eine steinene Wüste, zerhackt, zermürbt, aufgewühlt, ohne ein einziges Lebenszeichen. Die Laufgräben, die, in der Talsohle beginnend, hinaufführten zum Hügelrand, aus dem die Drahtsäune starrten, sahen wie zum Griff gespannte Finger aus, krallten sich tief in den erwürgten Boden ein. Marschner blickte sich unwillkürlich noch einmal um, hinter ihm senkte sich die grüne Böschung steil zu dem Wäldchen, in dessen Schutz er seinen Tränen zurückgelassen hatte. Weiter rückwärts glänzte weiß die Landstraße, wie ein Fluss von bunten Wiesen umrahmt. Eine kurze Wendung, und das Grün verschwand. Alles Leben ging unter, wie niedergebrüllt von den Geschützen, von dem Heulen und Knallen, das, gleich dem Pulsschlag eines ungeheuren Fiebers, in das jenseitige Tal hineinhämmerte. Granatrichter, neben Granatrichter, gehnte dort unten. Dicke, schwarze Erzsäulen sprangen zuweilen auf, verdeckten für Augenblicke ein Teilchen dieser zu Asche gebrannten Öde, aus der die geborsteten, wie mit dem Federmesser zerschnitzelten Baumstümpfe, höhnend emporragten, eine Herausforderung an die ohnmächtige Fantasie. In diesem Totenfeld aus Schutt die Landschaft wiederzuerkennen, die es gewesen, ehe der Wahnsinn darüber hinweggefegt, und es mit Trümmern besät zurückgelassen hatte, wie einen Tanzboden, auf dem zwei Welten um eine Dirn gerauft. Und in dieses Höllental sollte er nun hinuntersteigen. Dort unten Leben, fünf Tage und fünf Nächte lang, mit einem Häufchen verdammter, da hinausgespien, bei lebendigem Leibe auf den Angelhaken gespießt, als Köder für den Feind. Ende von Abschnitt Zwei Aufgenommen von Julia Niedermeier Abschnitt Drei von Menschen im Krieg von Andreas Latzko Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Feuertaufe Teil Zwei Ganz allein Von niemandem belauscht und tobt von den Platzen der Geschosse, die da oben dicht wie Gewitterregen fielen, gab Hauptmann Marschner sich ganz seiner Wut hin, der ohnmächtigen Wut gegen eine Welt, die ihm solches angetan. Er fluchte, schrie seinen Hass aus voller Kehle in den Taubenlärm hinein und sprang auf, als weit unten, fast im Tal schon, seine Leute auftauchten, gefolgt von Leutnant Weixler, der hinter ihnen herlief, wie ein Metzgergesell, der seine Ochsen zur Schlachtbank treibt. Der Hauptmann sah sie eilen, sah die Sprengwolken sich mehren über ihren Köpfen, sah zwischen sich und ihnen da und dort auf dem Abhang wie liegen gebliebene Rucksäcke blaugraue Häufchen zerstreut, regungslos die einen, wie große Spinnen zappelnd die anderen, und stürmte los. Wie toll raste er über die steile Böschung, fühlte kaum die Erde unter den Füßen, hörte das Brasseln der Sprengstücke nicht, flog mehr, als er lief, stolperte über verkohlte Wurzeln, fiel hin, raffte sich auf und sprang weiter, ohne nach rechts oder links zu schauen, mit geschlossenen Augen fast. Ab und zu sah er, wie aus dem Eisenbahnfenster ein blasses, verstörtes Gesicht vorbeihuschen. Einmal war es ihm, als wimmerte jemand um Wasser, aber er wollte nichts sehen, wollte nichts hören, lief weiter, blind und taub, unaufhaltsam, gejagt von der Angst, von jenem bösen, vorwurfsvollen, so weh. Nur einmal blieb er stehen, fest gewurzelt, als wäre er in eine Falle getreten, die sich eisern an seine Beine klammerte. Eine Hand hielt ihn auf, eine graue, verkrampfte Hand, die mit gekrümmten Fingern, wie aus Stein gehauen, starr vor ihm aufragte. Ein Gesicht sah er nicht, hatte keine Ahnung, wer ihm drohend die tote Faust entgegen hielt, nur, dass diese selbe Hand vor zwei Stunden noch gelebt, drüben im Wällchen, gemächlich schwarz pro den Scheiben geschnitten oder eine letzte Feldpostkarte geschrieben hatte, wusste er, und ein Grauen sprang ihn an, vor diesen Fingern, gab seinen Beinen neue Kraft, dass er, wie ein Knabe, in großen Sätzen weiterstürmte, bis er mit fliegenden Flanken eine rote Wolke vor den Augen endlich bei der Kompanie ankam, ganz unten im Tal schon, am Eingang der Laufgräben. Leutnant Weichsler trat stramm vor ihn hin und meldete den Verlust von vierzehn Mann. Marschner hörte den Stolz, der in seiner Stimme klang, wie Triumph über das Geleistete, wie das Jubilieren eines unreifen Jungen, der mit den ersten Herrchen auf der Oberlippe prallt, mit Würde seinen jungen Bass forciert. Was waren diesen Burschen die Verwunderten, die oben auf dem Abhang sich kugelten? Der rothaarige Feigling mit seinem Gewimmer, die Kinder, die ihrer Nährer beraubt, einem Bettler-Dasein, dem Sumpf vielleicht im Gefängnis entgegenreiften. Alles Statisten, Hintergrund, dessen dunkel leuchtend den Heldenmut des Leutnant Weixler hob. Vierzehn blutige Leiber säumten den Weg, den er furchtlos gegangen. Mussten seine Augen nicht Hochmut sprühen? Der Hauptmann eilte weiter an Weixler vorbei. Nur nicht ihn anschauen, sagte er sich, nur nicht diesem zufrieden leuchtenden Blick begegnen, sonst könnte der Zorn Herr werden über alle Vernunft, die Zunge sich lösen, die geballte Rechte den Weg des eigenen Willens gehen. Hier aber musste er diesen Menschen schonen, hier war der Leutnant Weixler in seinem Recht, wuchs von Minute zu Minute, überragte alle, schwamm oben auf, während die anderen mit der Last ihrer gereiften Menschlichkeit behängt, klotzig versanken. Hier galten andere Gesetze. Der finstere Schacht, in dem man nun mit zitternden Knien vorwärts wankte, führte zu einer Insel, die nur der Tod umspülte. Wer da strandete, durfte nichts mithaben, was er in einer anderen Welt gebraucht. Nur, wer nichts herüber gerettet hatte, als sich klammerten. Immer klarer wurde es Hauptmann Marschner, während er sich durch den klitschigen Graben betäubt weiter tastete, dass er seinen verhassten Leutnant jetzt wie einen Schatz hüten müsse, dass er verloren wäre ohne ihn. Er sah die Spur geronnene Blutlachen vor seinen Füßen, trat auf zerfetzte, blutdurchdrängte Uniformstücke, auf abgeschossene Hülsen, klirrende Konservenbüchsen, Geschosstrümmer, gähnende Granatrichter öffneten sich plötzlich, mit abgebrannten Brettern, heißbrecherisch überbrückt. Überall grinsten die Spuren tobsichtiger Verwüstung, verkohlte Reste, ein Wust von Träten, Pfosten, Säcken, zerbrochenen Werkzeugen, eine atemraubende, schwindelerregende Unordnung, eingehüllt in stickigen Brandgeruch, Pulverdampf und den scharfen, stechenden Atem der Egrasitgranaten. Die Erde auf Schritt und Tritt von riesenhaften Explosionen zerfleischt, mühsam zusammengeflickt, wieder aufgerissen, noch einmal eingeebnet. Das Mann, wie durch einen Orkan, wie von einem Wirbel erfasst, bewusstlos dahintorkelte. Zermalm von der Wucht seiner Eindrücke kroch Hauptmann Marschner wie ein Wurm durch den Graben, und seine Gedanken kehrten immer leidenschaftlicher, immer verzweifelter zu Leuten Weichsler zurück. Nur Weichsler konnte ihm helfen, konnte ihn ersetzen mit einer frostigen, grimmigen Energie, mit seiner Blindheit für alles, was nicht an seinem eigenen Leben riss, was überstrahlt wurde von der glanzvollen Vorstellung eines mit Dekorationen übersäten, außerturlich beförderten Erich Weichsler. Ängstlich sah er sich immer wieder nach seinem Leutnant um, atmete auf, so oft von rückwärts die schnarrende, treibende Stimme an sein Ohr schlug. Noch immer wollte der Graben kein Ende nehmen. Marschner fühlte seine Kräfte erlahmen, stolperte immer häufiger und schloss doch erschauernd die Augen vor den sich kreuzenden Blutspuren, die genau den Weg der Verwundeten zeigten. Auf einmal riss er den Kopf hoch. Ein neuer Geruch drang auf ihn ein, ein süßlicher Gestank, der immer stärker wurde, bis er, bei einer Einbuchtung der Grabenwand, die hier nach links einschwenkend, halbkreisförmig zurücktrat, wie eine dichte Wolke vorbrach. Von Ekel geschüttelt, den Magen in der Kehle, sah er sich um. Er blickte in der Vertiefung an den Hügel von schmutzigen, zerfetzten Uniformen, übereinander geschichtet, mit merkwürdig starren Konturen. Nur allmählich erfasste sein Blick das Grauen, das sich vor ihm türmte. Gefallene Soldaten lagen da, wie zusammengetragene Bretter und Traversen auf einem Bauplatz, verkrümmt, wie der Todeskampf sie gelassen. Zeltbahnen waren über sie gebreitet, waren beiseite geglitten, enthüllten steingraue, grimmige Fratzen, herabgefallene Kinnladen, klotzende Augen. Die Arme der oben aufliegenden hingen wie ein Spalier bis zur Erde hinab, griffen den Unteren ins Gesicht, waren schon übersät mit den bunten Flecken der Verwesung. Hauptmann Marschner stieß einen kurzen, rülpsenden Schrei aus und torkelte vorn über. Sein Kopf verzitterte im Genick, wie haltlos geworden. Seine Knie knickten ein, dass er den Boden schon auf sich zukommen sah, als plötzlich ein unbekanntes Gesicht vor ihm auftauchte, seinen Blick auf sich zog, ihm je wieder Haltung gab. Ein fremder Feldwebel stand vor ihm, starrte ihn sprachlos an, mit großen, Eine Sekunde lang blieb er wie gelähmt, dann riss er den Mund auf, klatschte in die Hände, sprang in die Luft wie ein Tänzer und lief, ohne an eine Ehrenbezeugung zu denken, in riesigen Sprüngen davon. »Ablösung!« schrie er im Laufen, blieb stehen vor einem schwarzen Loch, das wie der Eingang zu einer Höhle in der Grabenwand gehnte, und rief mit unbeschreiblichem Jubel in der Stimme, mit einem Jauchzer, der wie durch Tränen klang, gebückt in die finstere Öffnung hinein. »Ablösung!« »Herr Oberleutnant, Ablösung ist da!« Der Hauptmann folgte ihm mit den Blicken, hörte den Ruf, und seine Augen wurden feucht. So rührend war dieser kindliche Freudenschrei, dieses Schmettern aus befreiter Brust. Langsam ging er dem Feldwebel nach, sah, als hätte der Schrei die Toten geweckt, aus allen Ecken blasse Gesichter hervorlogen, verwundete mit blutigen Verbänden, schlotternde Gestalten mit dem Gewehr in der Hand. Von allen Seiten strömten Leute herbei, starrten ihn an, formten mit den Lippen lautlos das Wort »Ablösung« nach, bis endlich einer losbrüllte, ein gellendes Hurra ausbrachte, das wie Feuer weiterlief, ein Echo fand, in unsichtbaren Kehlen, die es begeistert wiederholten. Erschüttert beugte Marschner den Kopf, fuhr sich schnell mit der Hand über die Augen, als ihm der Kommandant aus der Höhle entgegenstürzte. Nichts war mehr lebendig an diesem Menschen. Sein Gesicht war aschgrau, seine Augen erloschen, glanzlos, von fingerbreiten Rändern umzogen, die Lieder glühend rot vom Wachen, Haare, Bart, Kleidung waren überzogen, mit einer dicken Kruste aus Lehm und Schmutz, dass er aussah, als wäre er eben aus dem Grab gestiegen. Die Hand, die nach kurzer militärischer Meldung mit überschwänglicher Freude die Rechte des Hauptmannes umklammerte, war leichenkalt und klebte von Schweiß und Erde. Unheckentlich war der Gegensatz zwischen diesem mit Kleidern behängten Knochengerippe, zwischen dieser starren Totenmaske und der zappligen überreizten Lebendigkeit, mit welcher der Oberleugnant über seine Befreier herfiel. Die Worte strömten wie ein Wasserfall von seinen zersprungenen Lippen. Er zog Machschner in die Höhle hinein, drückte den Strauchelnden, der, wie geblendet um sich griff, auf eine unsichtbare Sitzgelegenheit nieder und begann zu erzählen. Nicht einen Augenblick konnte er ruhig stehen. Er hüpfte, schlug sich an die Schenkel, lachte überlaut, lief tänzelnd auf und ab, barf sich auf das Lager in der Ecke, verlangte zwischendurch immer wieder eine Zigarette, schleuderte sie, ohne es zu merken, nach zwei Zügen schon weg, und bat gleich um eine neue. Also drei Stunden später, gräte er selig, mit einer forcierten Heiterkeit. Drei? Nein, in einer Stunde schon wär's zu spät gewesen. Weißt, wie viele Patronen ich noch hab? Elfhundert im Ganzen, Maschinengewehr ausgeleiert, Telefon kaputt, seit gestern Nacht schon. Patrie zum Reparieren? Unmöglich, weil ich jeden Mann im Graben brauch. Hundert vierundsechzig sind mir eingezogen. Jetzt hab ich noch einunddreißig und elf Verwundete, die kein Quer mehr halten können. Einunddreißig Mandeln und damit soll ich den Graben halten. Heit Nacht waren wir noch fünfundvierzzig, wie's kommen sind. Haben sie auch zum Teufel gejagt, aber vierzehn sind wieder drauf gegangen. Die haben mir noch gar nicht begraben können. Hast du nicht liegen gesehen, vor dem Mannschaftsunterstand? Der Hauptmann ließ ihn reden, hatte die Ellenbogen auf dem primitiven Tisch aufgestützt, hielt den Kopf zwischen den Händen und schwieg. Seine Augen irrten durch den finsteren muffigen Raum, den ein plakendes Petroleum-Lämpchen mit seinem Gestank erfüllte. Er sah das verschimmelte Stroh in der Ecke, den verwaisten Fernsprecher neben dem Eingang, eine leere Konservenkiste, auf der eine verknüllte Landkarte ausgebreitet lag, sah einen Berg von Gewehren, Bündel von Uniformen mit Zetteln besteckt, und fühlte, wie langsam ein stummes, eisiges Grauen in ihm hochstieg, ihm den Atem verschnürte, als lege die Erde, die da oben von geborsenen Brettern gehalten, jeden Augenblick niederzustürzen drohte, mit Zentnerlast auf seiner Brust. Wie ein böser Traum wirkte dieses tänzelnde Gespenst mit dem kichernden Totenkopf, der vor acht Tagen vielleicht noch jung gewesen, und der Gedanke, dass jetzt an ihn die Reihe kam, in diesem Grabgewäube fünf, sechs, acht Tagelang auszuharren, die gleichen Gräuel zu erleben, die der andere lachend erzählte, steigerten seine Mutlosigkeit zu einer heißen, hämmernden Empörung, die er kaum noch meistern konnte. Er hätte brüllen mögen, aufspringen, hinauslaufen und aus tiefster Seele heraus die Menschheit anbrüllen, warum sie ihn dahergeworfen, warum er da liegen bleiben sollte, bis er zu Aas oder zum Namen geworden. Er konnte es nicht begreifen, wie er hatte hier hinaustreiben lassen, sah keinen Sinn, kein Ziel, nur dieses Erdloch, die verwesenden Leichen draußen und, gleich daneben, einen Schritt weit nur von dieser Tobsucht, sein Wien, wie er es vor zwei Tagen erst verlassen hatte, mit Trambahnen, Schaufenstern, grüßenden Menschen und Theaterseelen. Was war das für ein Wahnsinn, hier zu kauern, in blöder Geduld auf den Tod zu warten, in Schmutz und Blut wie ein Tier auf nackter Erde zu verrecken, während andere froh, sauber geschmückt in hellen Seelen saßen, sich aus Form musizieren ließen, in ihr weiches Bett krochen, ohne Angst, ohne Gefahr, gehütet von einer Welt, die entrüstet über jeden Herr fiele, der ihnen auch nur ein Herrchen krümen wollte. War er schon irr, oder waren es die anderen? Seine Pulse tobten, als müsste die Brust ihm platzen, wenn er sich diese Not nicht von der Seele schreien durfte. Und in diesem Augenblick kam Leutnant Weichsler in geschäftiger Eile wie ein Ballarrangeur in den Unterstand, stellte sich stramm vor ihn hin und meldete, dass oben alles in Ordnung sei, dass er die Posten schon bestimmt, die Wachen abgeteilt, die Maschinengewehre schon platziert habe. Der Hauptmann sah ihn an und musste die Augen niederschlagen, wie geohrfeigt von dieser Gelassenheit, die seine Wut je zu einer tiefen, brennenden Scham welken ließ. Warum blieb dieser unberührt von der großen Todesangst, die hier die Luft schwängerte? Warum konnte dieser der Ordnung befehlen mit der Umsicht eines reifen Mannes walten, während er wie ein verschüchtertes Kind sich verkroch, mit dem sinnlosen Trotz der bedrängten Kreatur sich gegen das Schicksal bäumte, Gezimte? War er denn feig? War er wirklich von niedriger, kläglicher Angst beherrscht, von jener erbärmlichen Blindheit der Seele, die über das eigene Ich nicht emporblicken, für keine Idee sich selbst übersehen kann? War er so, ohne Sinn für Gemeinschaft, wirklich ganz von kurzsichtiger Selbstsucht beherrscht, um sein nacktes, elendes Dasein nur besorgt? Nein, so war er nicht. Hing nicht mehr an seinem Leben als irgendein anderer, könnte es begeistert hingeben, ohne Fahnen, ohne Rausch, ohne Applaus, wenn der feindliche Grabende drüben mit Menschen wieder Weichser gefüllt wäre, wenn der Kampf gegen diese verbohrte Härte ginge, gegen diese mit Menschenfleisch aufgemästeten Schlagworte, gegen diese ganze raffiniert aufgebaute Gewaltmaschine, die ihre Schützlinge als Schutzwall vor sich her trieb. Er würde sich mit den bloßen Fäusten hineinstürzen, ohne das Platzen der Geschosse, das Wimmern der Verwundeten zu hören. Nein, er war nicht feig, nicht so, wie diese beiden dachten. Er sah sich spöttisch splinzeln, sich heimlich lustig machen über den unglücklichen Landsturmonkel, der wie ein Häufchen Elend in der Ecke saß. Was wussten die von seiner Not? Standen da als Helden, fühlten den Blick der Heimat auf sich ruhen, sprachen Worte, die, getragen von dem Echo einer Welt, die Einsamkeit mit Gleichgesinnten bevölkerten und die Kraft von Millionen in ihre Seele strömten, und lachten über einen, der töten sollte, ohne Hass, und sterben, ohne Begeisterung, für einen Sieg, der Nichts war als Gewalt, die sich durchsetzte, weil sie stärker zuschlug, nicht aber, weil sie ihm rächte, weil ihr Ziel gut und edel war. Möchten diese nur über ihn spotten, er hatte keinen Grund, sich zu vergriechen vor ihrem Mut. Ein kalter, stolzer Trotz durchströmte ihn, dass er aufstand, auf einmal stark geworden, wie gehoben von der übermenschlichen Last, die er allein auf seinen Schultern trug. Er sah den Oberleutnant immer noch umhertänseln, alles zusammenraffen und in seinen Rucksack stopfen, hörte ihn brüllend den Burschen beschimpfen, zur Eile treiben und zwischendurch immer wieder neue Einzelheiten auskramen, grausige Episoden aus den Kämpfen der letzten Tage, die Weichsler mit gespannter Aufmerksamkeit verschlangen. »Was fragst?« schrie er eben, lachend seinen Zuhörer an. »Ob die Italiener auch große Verluste gehabt haben? Ja, meinst, wir haben uns nur so zusammenpfeffern lassen, wie die Hasen? Kannst dir ausrechnen, was die verloren haben, in den Elf Angriffen, wann wir schon auf dreißig Mandel zusammengeschmolzen sind, ohne aus dem Graben zu kriechen? Die sollen nur so weitermachen, noch ein paar Wochen lang, dann werden es bald fertig sein mit ihrem Menschenmaterial. Hauptmann Marschner hatte nicht aufpassen wollen, stand über die Karte geborgt und fuhr in die Höhe, als das Wort Menschenmaterial an sein Ohr schlug. Das klang in seine Gedanken hinein, wie ein Hohenschrei, als hätten die beiden ihn durchschaut und sich verabredet, ihm so recht zu zeigen, wie allein er war. Menschenmaterial In einem Graben den Leichengeruch durchzog, der Einschlag der Granaten durchzitterte, standen zwei, jeder selbst Einsatz und sprachen, während auch um ihre Knochen die Würfel noch rollten, von Menschenmaterial. Brachten dies ruchlos schändliche Worte über die Lippen, ohne jede Empörung, als wäre es nur natürlich, dass ihr Leib nicht mehr als eine Spielmünze war, in der Hand von Menschen, die sich das Recht nahmen, wie Götter zu spielen. Legten ihr einzig unwiederbringliches Leben, ohne Bedenken die Füße, die es erst mit ihren Leichen beweisen konnte, ob sie den Einsatz richtig zu platzieren weiß. Und die so sprachen, waren Offiziere. Wo gab es da noch einen Hoffnungsschimmer? Draußen bei den Einfachen, beim Kanonenfutter vielleicht. Die kauerten jetzt ergeben auf ihren Plätzen, dachten nach Hause und fühlten sich doch jeder immer noch als Mensch. Es zog ihn zu seinen Leuten, zu ihrer stillen, stumpfen Trauer, zu dieser wirklichen Größe, die ohne Pathos und ohne Feierlichkeit gleichsam in der Hausjoppe geduldig den Heldentod erwartete. Lautlos ging er an den beiden Schwätzern vorbei, hinaus ins Freie. Vor dem Ausgang standen marschbereit die übriggebliebenen der abgelösten Kompanie im Laufgraben. Immer zwei Mann mit einem Toten Kameraden auf der Zeltbahn zwischen sich. Ein langer Zug, erschütternd in der lautlosen Erwartung, in die von oben das Zischen und Knallen des Schrapnells, das Krachen der Granaten wie eine Drohung an die noch Lebenden sich mischte. Marschner ballte erbitter die Fäuste gegen diese dröhnende Unersättlichkeit, als plötzlich der bleiche Feldwebel vor die Toten trat und ihn aus seiner Versunkenheit schreckte. Herr Hauptmann, ich melde gehorsamst, wir haben noch drei Schwerverwundete, die nicht gehen können, außer unsere vierzehn Toten. Für die drei Italiener sind mir keine Träger geblieben. Die lassen wir euch zum Andenken da, fiel mit seinem dröhnenden Lachen der Oberleutnant ein, der eben mit Weichsler den Unterstand verließ. Bei der Nacht kannst du sie da oben zwischen den Laufgräben verscharren lassen, Herr Hauptmann. Wann's finster wird, verlegen die Herrn Katzenmacher ihr Sperrfeuer weiter zurück. Da kann man schon hinauf. Viel Ruh werden's zwar nett haben, denn die Granaten reißen alles wieder auf, aber unsere eigenen Toten haben's auch nicht schöner. Meinen armen Katetten hab ich schon dreimal begraben lassen. Wie kommen denn die drei überhaupt her? fragte Leutnant Weichsler sich vordringend. Habt sie denn einen Grabenkampf gehabt? Der Oberleutnant schüttelte stolz den Kopf. Ja, warum nicht gar? So weit haben's die Herrschaften nie gebracht. Die drei haben uns vorgestern Nacht den Stacheldraht abzücken wollen, aber unser Maschinist hat's erwischt und ihnen den Spaß verdorben mit seiner Kugel spritzen. Na, und nachher sind sie uns grad so vor der Nasen gelegen und haben so wunderschöne kanariengelbe Schuhe angehabt, die haben ihnen meine Leute nicht gönnt. Da schloss er mit einem Fingerzeig auf die Füße des blassen Feldwebels, da hast gleich ein Paar davon. Jetzt müssen wir aber gehen. Los Feldwebel! Respekt, Herr Hauptmann! Die Katzlmacher werden schauen heute Abend, wann sie daherkommen, um uns schön bequem abzukrageln und auf einmal legen 150 Gewehre los und zwei feine neue Kugelspritzen. Haha, schade, dass ich nicht dabei sein kann. Servus, Kleiner, viel Glück! Einen lustigen Gassenhauer trellern, folgte seinen Leuten, ohne sich noch einmal umzusehen, ohne zu bemerken, dass Marschner ihm noch ein Geleite gab. Fröhlich wie ein Sonntagsausflug traten da Menschen den Weg an, die über das grausige Trümmerfeld den steilen zerschossenen Hügel führte. Welche Hölle mussten die hier in diesem Maulwufsbau durchlitten haben? Mit einem schweren Seufzer blieb der Hauptmann stehen. Es war, als ginge mit der langen, grauen Kolonne, die sich langsam durch den Graben schlängelte, die letzte Hoffnung weg. Der Rücken des letzten Soldaten, wie er so schaukelnd immer kleiner wurde, war die Welt. Der Blick klammerte sich an diesen Rücken, maß bang die schwindete Entfernung von der Grabenecke, die ihn bald für immer verdecken musste. Noch konnte man einen Gruß nachrufen, im Laufschritt noch einen Brief nachtragen. Dann verschwand auch dieser letzte Mittler, die letzte Möglichkeit, die Weite in zwei Hälften zu teilen, und die Sehnsucht scheute zurück vor dem endlosen Raum, den sie nun allein zu überbrücken hatte. Maschner sank in sich zusammen, als er nun ganz verlassen im leeren Graben stand. Wie ausgehöhlt fühlte er sich, sah hilfesuchend umher, und sein Blick blieb haften an der Mulde, die nun freigemacht war von den Leichen. Nur die drei Italiener lagen noch da. Der eine zeigte sein Gesicht, sperrte immer noch den Mund auf zu einem Schrei, und seine Hände kreilten sich, wie abwehrend, in den aufgedunsenen Leib. Die anderen lagen mit hochgezogenen Knien, den Kopf zwischen den Armen. Die nackten Füße starrten mit den grauen, verkrampften Zehen wie ausgeraubt, wie eine stumme Anklage in den Laufgraben hinein. Es lag eine Ferne um diese Leichen, eine Verlassenheit um diese entblößten Füße, ein wirres Gewebe aus Erinnerungen, ein Gedränge von verwehten Gesichtern flimmerte auf, Ruderknechte aus Venedig, geschwätzige Kutscher, eine zahnlose Wirtin aus dem Posilipo. Zwei Urlaubsreisen durch Italien jagten ein Herr von Leidtragenden vorbei, und als Letzte schloss die eigene Schwester den Reigen, saß sorglos bei der Musik auf der Türkenschanze, während der Bruder schon irgendwo starr auf der Erde lag, als toter Feind, den man mit dem Fuß beiseite schob. Schaudernd eilte der Hauptmann weiter, als gingen die drei Toten auf ihren nackten Sohlen lautlos hinter ihm her, fühlte sich wie geborgen, als er endlich bei seinen Leuten ankam. Die Granaten die einzelnen Einschläge trennte, dass alle Geräusche zu einem einzigen gleichmäßig fließenden Donner zusammenschmolzen, der die Erde wie einen Schiffsleib erzittern machte. Nur einem Volltreffer, der oben die Leckungen auseinander wirbelte, folgte ein scharfes Krachen und Spitten, und wenige Minuten später schleppten zwei Männer ächzend eine Leiche herunter, lehnten sie an die Grabenwand und stiegen durch den schmalen Schacht wieder zurück auf ihren Posten. Marschner sah den Feldwebel aufstehen, den Mund bewegen, dann erhob sich in der Ecke ein Soldat, nahm sein Gewehr und stapfte mit schweren Schritten den beiden anderen nach. Das war so trostlos, so unbarmherzig sachlich, etwa, wie man bei Einzelübungen im Kasernenhof gelangweilt, der Nächste ruft. Nur dass sich um den Toten sofort eine kleine Gruppe zusammenscharte, von der scheuen Neugier getrieben, die einfache Leute unwiderstehlich zu Leichen und Beerdigungen zieht. Auch von ihm erwarteten die meisten, er fühlte es an ihren Blicken, dass er nun hinüber gehen werde, um dem Toten seine Referenz zu erweisen. Aber er wollte nicht. Er war fest entschlossen, nicht zu erfahren, Wiedergefallene hieß. Fest entschlossen, sich endlich beherrschen zu lernen, allen kleinen Ereignissen gegenüber gleichgültig zu bleiben. Solange er das Antlis des Toten nicht gesehen, seinen Namen nicht gehört hatte, war nur ein Mann gefallen, einer von den vielen Tausenden. Wenn man Distanz behielt, sich nicht über jeden Einzelnen beugte, kein fest bestimmtes Schicksal vor sich aufsteigen ließ, war es gar nicht schwer, gleichgültig zu bleiben. Trotzig ging er vor den zweiten Schacht hin, der nach oben führte, und merkte jetzt erst, dass es ganz still geworden war, dass kein Heulen, kein Bersten mehr heruntertrang. Lehmend löste dieses Schweigen den betäubenden Lärm ab, füllte den Raum mit einer gespannten Erwartung, die ängstlich in allen Augen flatterte. Er wollte sich befreien von diesem beklemmenden Druck und kroch durch den bröckelnden Schacht in die Stellung hinauf. Das Erste, was er erblickte, war der gekrümmte Rücken Weichslers, der sich mit dem Fernklass vor den Augen an ein Schutzschild schmiegte. Auch die anderen standen wie angesaugt an ihren Schießscharten und die Regungslosigkeit ihrer Schulterblätter hatte des Erschreckendes. Auf einmal durchlief ein Zucken die erstarrte Reihe. Weichser sprang zurück, prallte gegen den Hauptmann, schrie, »Sie kommen!« stößte weiter zum Schacht und blies mit geblähten Backen in seine Larmpfeife. Hilflos starrte im Marschen nach, trat zaudernd zur Schießscharte und sah hinaus in das weite, rauchdurchzogene Feld, das jenseits der zerzausten Drähte, grau, zerrissen und blutbefleckt sich wölbte, wie der geblähte Leib einer riesenhaften Leiche. Weit rückwärts ging eben die Sonne unter, wuchs, halb schon versunken, rotglühend aus dem Boden, und vor diesem blendenden Hintergrund tanzten schwarze Silhouetten, wie Mücken im Mikroskop, wie Indianer, die das Kriegsbeil schwingen. Ganz klein waren sie noch, verschwanden bisweilen, sprangen hoch, kamen näher, fuchtelten mit den Gewehren wie mit Polypenarmen, und ihr Geschrei wurde allmählich hörbar, anschwellend wie fernes Hundebellen, hell heulend, wenn sie »Avanti« brüllten, wie von dumpfen Donnerrollen abgelöst, wenn der Ruf »Coracio« durch hereinlief. An der Böschung stand jetzt dich gedrängt, Kopf an Kopf die die Gesichter aus Stein verbissen kreideweiß mit lippenlosen Mund das Gewehr im Anschlag. Ein einziges Raubtier mit hundert Armen und Augen. »Nicht schießen! Nicht schießen! Nicht schießen!« galtete die Stimme Weichslers ohne Atempause durch den Graben, schlang sich um alle Kehlen und hielt die Finger fest, die sich in bleicher Gier um die Chäne krallten. Schon flog die erste Handgranate in den Graben. Der Hauptmann sah sie kommen, sah einen Mann sich aus der Masse lösen, dem Ausgang erzutaumeln, mit ausgebreiteten Armen, von über gebeugt, einen roten Schleier aus Blut vor dem Gesicht. Da setzte endlich erlösend das Tacken der Maschinengewehre ein. Und sofort rasten auch die Gewehre los, wie eine schnaubende Meute. Eine abstoßende kalte Gier lag auf allen Gesichtern, manche schrien laut auf vor Hass und Wut, wenn wieder neue Gruppen auftauchten hinter den gelichteten Reihen. Die Gewehrläufe glühten schon, und immer noch kam das grölende Coraggio näher und näher. Wie von Tobsucht befallen, hüpften draußen die Silhouetten, sprangen in die Luft, fehlen hin, kollerten durcheinander, als hätte der Kriegstanz jetzt erst seinen Paroxismus erreicht. Da sah Hauptmann Marschner, wie der Mann neben ihm, für einen Augenblick das Gewehr senkte und mit hastigen, schlotternden Händen das Bajonett auf den Rauchenden aufklemmte. Ein Erbrechen stieg in ihm hoch, das erschwindelnd die Augen schloss und sich gegen die Grabenwand gelehnt auf die Erde niedergleiten ließ. Sollte er das sehen? Menschen Morden sehen aus nächster Nähe? Er riss den Revolver aus der Tasche, nahm das gefüllte Magazin heraus und warf es weg. Nun war er wehrlos, wurde auf einmal ruhig, richtete sich auf, von einer wunderbaren Gefasstheit gehoben, bereit, sich niedermachen zu lassen, von einem dieser keuchenden Tiere, die da, von blinder Todesangst gehetzt, heranstürmten. Er wollte als Mensch sterben, ohne Hass, ohne Wut, mit sauberen Händen. Ein heißeres Aufbrüllen, ein fürchterlicher, entmenschter Schrei in seiner nächsten Nähe, riss seine Gedanken in den Graben zurück. Ein breiter Strahl aus Licht und Feuer fiel in steilen Bogen, blendend neben ihm nieder, floss spritzend über die Schulter des großen, pockennabigen Schneiders vom ersten Zug. Ihm nun stand die ganze linke Seite des Mannes in Flammen. Er warf sich heulend auf die Erde, wälzte sich kreischend, sprang wieder auf, lief wie eine lebende Fackel jammernd umher, bis er zusammenbrach, halb schon verkohlt, zuckend um sich griff, und er starrte. Hauptmann Marschner sah ihn liegen, atmete den Geruch des verbrannten Fleisches und sein Blick fiel unwillkürlich auf die eigene Hand, wo unter dem Daumen ein winziger, weißer Fleck an die Qualen einer Brandhunde erinnerte, der sich als Junge zugezogen. Durch den Graben lief in diesem Augenblick ein brausendes, jauchzendes Hurra aus hundert befreiten Kehlen. Der Angriff war abgeschlagen. Leutnant Weixler hatte den und auf den ersten Schuss getroffen. Die erstarrte Hand des Gefallenen hatte die Flammen, steil aufsteigend wie eine Fontäne, auf die eigenen Kameraden ergossen, und die dezimierten Reihen waren von der unerwarteten Gefahr je zurück gescheut, welchen Hals über Kopf erfolgt von rasendem Feuer aus allen Gewehren. Wie leblos fielen die Soldaten hin, mit schlaffen Zügen und erloschenen Augen, als mit Kraft gespeist hatte. Einzelne lehnten Käse weiß an der Grabenwand, legten den Kopf beiseite und erbrachen sich vor Übermüdung. Auch Marschner fühlte ein Übelsein in sich aufsteigen, tastete sich dem Ausgang zu. Nun wollte er in seinen Unterstand, ganz allein sein, sich irgendwie befreien von der Verzweiflung, den umklammerte. Holla! rief Leutnant Beixler, ganz unerwartet in die Stille hinein, und galoppierte nach links, wo die Maschinengewehre standen. Der Hauptmann wandte sich noch einmal um, stieg auf den Antritt und sah ins Vorfeld hinaus. Da, dicht vor den Drahthindernissen, kniete ein Italiener, die Linke schlaf am Leib, die Rechte flehend erhoben und rutschte langsam heran. Weiter rückwärts, halb verdeckt von dem Knierenden, regte sich etwas auf der Erde. Drei Verwundete krochen dort, an den Boden gepresst, dem eigenen Graben zu. Man sah genau, wie sie hinter Leichen Deckung suchten, immer wieder eine Weile regungslos liegen blieben, um nicht entdeckt zu werden vom Feind. So jämmerlich war der Anblick dieser gottverlassenen Kreaturen, die so mit Zähnen und Krallen an das bisschen Leben sich klammerten, vom Tod umlauert, jede Sekunde, wie eine Ewigkeit über sich. »Geht's? Ist nicht irgendwo ein Strick da?« rief ein alter Korporal in den Graben zurück. »Der arme Teufel von Salamucci dauert nicht. Zieh mal ihn rein!« Mitten in seiner Rede perlte eine Skala des Maschinengewehres. Der knieende vor dem Stacheldraht horchte auf, warf sich zurück, wie zum Anlauf, und fiel aufs Gesicht. Hinter ihm sah man die Erde stauben vom Einschlagen der Kugeln und die anderen weit rückwärts sich wie Schlangen aufrichten. Dann machten alle drei einen kurzen Satz nach vorne und blieben liegen. Einen Augenblick stand Hauptmann Marschner sprachlos, sperrte den Mund auf und brachte keinen Laut aus der Kehle. Endlich löste sich seine Zunge und er schrie mit einer wahnsinnigen wirkenden Wut in der Stimme. Herr Leutnant Weixler! Befehlen, Hauptmann, kam es unbefangen zurück. Er lief dem Leutnant entgegen mit geballten Fäusten, krebsrot im Gesicht. Haben Sie geschossen? keifte er atemlos. Der Leutnant sah ihn erstaunt an, legte die Hände an die Hosen hart und meldete stramm. Zu Befehle, Hauptmann! Wieder blieb Marschner für einen Augenblick die Stimme aus. Seine Zähne schlugen klappernd aneinander. Schämen Sie sich, stammelte er, am ganzen Leibe zitternd. Auf wehrlose Verwundete schießt ein Soldat nicht. Merken Sie sich das. Weixler wurde kreideweiß. Melde Gehorsamst, Herr Hauptmann, der eine, der bei uns war, hat mir die anderen verdeckt. Ich habe ihn nicht verschonen können. Dann, mit je sich aufbäumenden Sorren, fügte trotzig hinzu. Ich dachte auch, wir hätten genug hungrige Mäuler daheim. Wie ein bissiger Hund fuhr der Hauptmann ganz nah hin heran, stampfte mit dem Fuß und schrie, Was Sie denken, interessiert mich nicht. Ich verbiete ihnen, auf Verwundete zu schießen. Solange ich hier das Kommando führe, ist jeder Verwundete heilig. Ob er zu uns will oder zum Feind, haben Sie mich verstanden. Der Leutnant reckte sich hochmütig. Dann muss ich Herrn Hauptmann gehorsams bitten, mir diesen Befehl schriftlich zu geben. Ich halte es für meine Pflicht, dem Feinde möglichst viel Schaden zuzufügen. Ein Mann, den ich heute laufen lasse, kommt in zwei Monaten geheilt zurück und schießt mir vielleicht zehn Kameraden tot. Eine Sekunde lang standen sie sich regungslos gegenüber und starrten sich an wie zwei Kämpfer auf Leben und Tod. Dann nickte Marschner ganz leise mit dem Kopf und sagte tunlos sie sollen es schriftlich haben machte kehrt und ging. Vor seinen Augen tanzten farbige Kugeln er musste alle Kraft zusammen nehmen um nicht das Gleichgewicht zu verlieren und fiel zerschlagen auf die Konserven Kiste nieder als er endlich den Unterstand erreicht hatte Sein Hass wandelte sich langsam in eine Tiefe erbitterte Mutlosigkeit er wusste genau dass er im Unrecht war seinem Gewissen gegenüber nicht ihm galt die Tat als feiger Meuchelmord aber er und sein Gewissen hatten hier nichts zu sagen hatten sich hierher verirrt und mussten Unrecht behalten was sollte er tun gab er den Befehl schriftlich aus der Hand dann bescherte der Weichsler eine erwünschte Gelegenheit sich hervor zu tun und brachte sich selbst vor den Auditor und diesen Triumph wollte er dem himischen Kerl nicht gönnen lieber selbst Schluss machen hingegen zum Brigadekommando und es den hohen Herren offen ins Gesicht sagen dass er das blutige Scheibenschießen nicht länger mit gleich viel welche Uniform sie trugen wenigstens hörte das Versteckspielen endlich auf sie sollten ihn nur füsilieren oder aufknüpfen lassen wie einen gemeinen Verbrecher er würde ihnen zeigen dass er zu sterben wusste mit festen Schritten ging er hinaus befahl einem Soldaten den Herrn Leutnant zu holen so hell war es jetzt in ihm und so ruhig er hörte das höllische Feuer das Italiener wieder auf den Graben legten und ging langsam wie ein Spaziergänger nach vorne jetzt schmeißen es mit schweren Minen meldete der alte Korporal und schaut den Hauptmann verzweifelt an aber der ging vorbei ungerührt von dem flehenden Kummer das alles ging ihm nichts mehr an der Herr Leutnant übernahm hier das Kommando das wollte ihm eben sagen konnte es kaum erwarten die Verantwortung von sich zu wälzen und kroch als Weichser noch immer nicht kam durch den Schacht in die Stellung hinauf die kleinen schlechten Augen flogen ihm entgegen suchten den geschriebenen Befehl in seiner Hand er tat als merkte den fragenden Blick gar nicht herrschte ihn hoch fahrend an Herr Leutnant ich übergebe Ihnen jetzt die Kompanie bis ein kurzes Heulen von unerhörter Stärke schnitt ihm das Wort ab er hatte das Gefühl das trifft mich sah im selben Augenblick auch schon etwas wie einen schwarzen Walfisch vor seinen Augen aus dem Himmel sausen kopfüber in die rückwärtige Grabenwand hineinfahren dann brach ein Grat aus der Erde ein Flammenmeer das ihn aufhob und ihm die Lunge mit Feuer füllte als er langsam zu sich kam lag er unter einem Erdwall begraben nur der Kopf und der linke Arm waren frei die anderen Glieder fühlte er nicht mehr sein ganzer Körper war gewichtlos geworden er fand seine Beine nicht es war nichts da was er hätte bewegen können nur ein Brennen und Wühlen das von irgendwoher in sein Gehirn mündete die Stirne versenkte und die Zunge zu einem schweren würgenden Klumpen anschwellen ließ in die ausgebrannte Mundhülle zu träufeln war niemand wo war denn Weichsler der musste doch da in der Nähe stehen oder oder sollte der am Ende auch verwundet er wollte hochschnellen wissen was mit Weichsler geschehen war er wollte wie ein überlasteter Dampfkran mühte sich seine linke Hand den Kopf zu erreichen und als es ihm endlich gelang sie unter den Nacken zu schieben da der Hirnschale ausblieb daß er in einen weichen warmen Brei hineingriff in dem seine Haare vom geronnenen Blut verkleistet wie ein feuchter warmer Filz an den Fingern Pappen blieb sterben doch fuhr es ihn kalt hier sterben ganz allein und Weichsler er musste erfahren was mit dem musste mit übermenschlicher Anstrengung stemmte er seinen Kopf mit der linken so weit hoch dass er einige Schritte weit den Graben überblicken konnte und nun sah er Weichsler mit dem Rücken gegen sich mit dem rechten Arm an die Wand gelehnt schief dastehen die linke Hand an den Leib gepresst die Schultern hoch oben wie im Krampf noch eine Spanne höher reckte er sich er blickte den Boden und einen breiten dunklen Schatten den Weichsler warf Blut er blutet oder das war doch Blut konnte nur Blut sein und dehnte sich doch so merkwürdig zog wie ein dünner roter Faden zu Weichsler hinauf dorthin wo er sich den Leib hielt als wollte er die Wurzeln abreißen die ihn an die Erde fesselten er musste doch sehen schleuderte den Kopf nach vorne und stieß einen röchelnden Schrei aus einen Schreckens Schrei als er erkannte dass der Unglückliche seine Eingeweide hinter sich herzog Weichsler entfuhr es ihm gellend von heißem Mitleid durchzittert Der Angerufene wandte sich langsam sah fragend zu Marschner hinunter blass traurig mit erschrockenen Augen nur den Bruchteil einer Sekunde lang stand er so dann verlor er das Gleichgewicht taumelte und fiel nieder verschwand aus dem Gesichtskreis des Hauptmanns kaum dass ihre Blicke Zeit gehabt hatten sich zu kreuzen vorbeigehuscht war nur das bleiche Gesicht und doch stand es da blieb haften in der Luft mit einem milden weichen klagenden Zug um die schmalen Lippen mit einem unvergesslichen Ausdruck von sanftem ängstlichem sich ergeben er leidet durchflammte es Marschner er leidet jauchste es in ihm und ein Leuchten ergoss sich über seine Blässe seinen blutverklebten Finger fuhren wie streichelnd durch die Luft bis der Kopf zurück sank und die Augen brachen die ersten Soldaten die durch den hoch getürmten Erdwall endlich bis zu ihm vortrangen fanden ihn schon entseelt um seinen Mund schwebte trotz der grässlichen Verwundung ein zufriedenes fast glückliches Lächeln Ende von Abschnitt Drei Aufgenommen von Jule Niedermeier Abschnitt Vier von Menschen im Krieg von Andreas Latzko Diese Libowoks Aufnahme ist in der Public Domain Der Sieger Auf dem großen Platz vor dem alten Rathaus das jetzt dem Armee Oberkommando als Amtsgebäude diente und die drei zauberkräftigen Buchstaben A O K wie ein kabbalistisches Zeichen auf der Stirne trug konzertierte auf Befehl seiner Exzellenz von drei bis vier nachmittags täglich eine Militärkapelle Es sollte der Zivilbevölkerung für die vielen Unannehmlichkeiten die das Einkortieren von mehreren hundert Stabsoffizieren und einer Reihe niederer Kommandostellen unvermeidlichem Gefolge hat dieses kleine Vergnügen als Entschädigung geboten werden Auch trugen nach Ansicht des Exzellenzherrn derartige Veranstaltungen viel zur Beliebtheit des Militärs bei und förderten den Patriotismus der Schuljugend und der kompakten Masse Für die Stimmung im Publikum zu sorgen und für gutes Einvernehmen zwischen den Militärs und Zivilbehörden ging der gestrenge Herr Oberkommandierende bei aller Wahrung seiner Vorrechte im Interesse der Kriegführung für dringend geboten Nebenbei aber hatte der Umstand dass die Herren des Generalstabes mit Exzellenz an der Spitze um die Zeit ihren schwarzen Einnahmen nicht unwesentlich zu der Einführung dieser Nachmittagskonzerte beigetragen Unter Unter den hundertjährigen Platanen die mit ihren riesigen ineinandergreifenden Kronen den ganzen Platz wie ein Kirchenschiff überwölbten saß es sich sehr angenehm Die Herbstsonne lag mit mattem Glanz auf den Mauern ringsum streute wie durch Putzenscheiben goldene Ringe durch das dichte Laub auf die kleinen runden Tische die in langen Reihen vor dem Kaffeehaus standen Für die Herren vom Generalstab war eine extra Reihe da Schneeweiß gedeckt mit kleinen Blumenvasen und frischen knusprigen Kuchen der ein Verpflegsfeldwebel täglich Punkt drei aus der großen Feldbäckerei herüberbrachte wo sie für Exzellenz und seine Kaffeegesellschaft eigens und mit entsprechender Sorgfalt unter persönlicher Aufsicht des Kommandanten verfertigt wurden Es war ein schönes lustiges Bild ein buntes richtiges Großstadttreiben um den Musikpavillon so lebendig und sorglos fröhlich wie auf dem Graben in Wien an einem schönen Frühlingssonntag im tiefsten Frieden Die Kinder umstanden andächtig das Orchester schlugen den Takt und klatschten begeistert Beifall nach jedem Stück In den Straßen die auf dem Platz mündeten zirkulierte die heranwachsende Jugend kichende Backfische mit bunt bemützten Gymnasiasten Während die Haute Volée die Damen der ortsansässigen Beamten und Kaufmannschaft in der benachbarten Konditorei auf der Lauer saßen um sich emsig zu entrüsten über die unternehmungslustigen Hüte durchstimmernden Strümpfe und fast kniefreien Röcke einer gewissen zugereisten Weiblichkeit die da trotz aller Proteste und Verfügungen bei helllichten Tage schamlos ihr Unwesen trieb Die Hauptnote aber gaben doch die durchreisenden Offiziere Alles was auf Urlaub ging oder wieder zur Truppe einrückte musste durch die Stadt und genoss in vollen Zügen den ersten oder letzten freien Tag Jeder geringste Mangel draußen an der Front ob es nun Hufnägel Sattelseife Sanitätsmaterial oder Flaschenbier zu holen galt Alles konnte hier am nächsten und raschesten besorgt werden in dieser ersten kleinen großen Stadt Wer Pech hatte oder unbeliebt war erhielt eine Auszeichnung für seine Heldentat und damit Basta Wer aber die Gunst seines Kommandanten genoss wurde vor allem hierher zum Einholen geschickt als Lohn Eine unglaubliche Findigkeit im Entdecken dringender Bedürfnisse hatte sich allmählich herausgebildet und ein geheimnisvolles arithmetisches Verhältnis waldete unverkennbar zwischen dem Aufwand der einzelnen Truppenteile an Holzkohle Wagenfette etc. und der Entfernung ihres Standortes von der beliebten Etappenstation Lange wehrte das Vergnügen ja nicht gerade die Zeit ein heißes Wannenbad zu nehmen seine besten Uniformstücke frisch aufgebügelt einige Mal in den Hauptstraßen herum zu zeigen zwei Mahlzeiten an weiß gedeckten Tisch und eine kurze Nacht in einem richtig gehenden Bett mit oder wenn es durchaus sein musste ohne Zärtlichkeit dann ging es wieder betrübt und in nervöser Reizbarkeit hinaus zum rasend überfüllten Bahnhof und zurück zur Front in das feuchte Erdloch oder sonnendurchglühte Blockhaus Die Lebensgier dieser jungen Offiziere die so mit hungrigen Augen durch das Städtchen bummelte ein Hasten im Blut wie der Taucher der in einem Augenblick die Lunge sich voll saugt hatte allmählich das ganze langweilige Provinznest angesteckt es brittelte schäumte bereicherte sich und wurde leichtlebig konnte gar nicht genug haben an Sensationen nun es einmal im Mittelpunkt des Weltgeschehens stand und einen Anspruch hatte auf Ereignisse Kopf an Kopf wogte die Menge auch an diesem Wochentage an der Musik vorbei festlich gekleidet und festlicher Laune durchzuckt von den Rhythmen des blauen Donauwalzes den das Orchester mit Trommelwirbel und schnellen Schlag hinreißend exekutierte wie hinter den Kulissen eines ganz großen Festspielhauses während der Aufführung einer Tragödie mit Chören und Massenaufzügen ging es eigentlich zu Von dem blutig ernsten Stück das vorne gespielt wurde sah und hörte man nichts Das Gesicht der Akteure entspannte sich hier auf der Hinterbühne Sie rasteten warfen sich hinein in den farbigen Rummel herzlich froh nichts zu wissen von dem Fortgang des Trauerspiels genau wie richtige Schauspieler auch in ihr bürgerliches Dasein zurückfallen bis zum nächsten Stichwort Wer da im Schatten der alten Bäume sitzend bei Kaffee und Zigarre diesem Treiben zusah konnte leicht von der Illusion erfasst werden auch das Drama das vorne an der Front gespielt wird sei nur ein lustiges Spektakelstück Der ganze Krieg präsentierte sich von hier aus gesehen wie ein lebensspender der Strom der Musikkapellen heranschwemmt Geld und Frohsinn unter die Leute bringt und von promenierenden Offizieren betrieben von gemächlich verdauenden Generalstäbern dirigiert wird von seiner blutigen Seite war nichts zu sehen kein Geschützendonner schlug ans Ohr kein Verwundeter trug sein persönliches Elend als störende Note in die allgemeine Lebenslust hinein Das war freilich nicht immer so gewesen In den ersten Tagen als das tägliche Kaffee Konzert noch den Reiz der Neuheit hatte ergossen sämtliche Sanitätsanstalten alle Ergänzungs- Not- und Reserve-Lazarette ihren ungeheuren Bestand an Rekonvaleszenten und leicht Verwundeten in die Stadt hinein auf die Promenade Aber das dauerte nur zwei Tage Dann befahl seine Exzellenz der Oberkommandierende den Garnisons-Chefarzt zu kurzer Audienz und erklärte dem zerknirschten Sünder in scharfen Worten wie ungünstig ein solcher Anblick die Stimmung im Publikum beeinflusste Er gab der Hoffnung Ausdruck dass alles was Verbände trägt verstümmelt ist oder sonst wie geeignet erscheint deprimierend auf die allgemeine Kriegsbegeisterung einzuwirken künftig hin in den Spitälern konsegniert bleiben werde Und seine Hoffnung wurde nicht enttäuscht Nichts Unerfreuliches trübte mehr sein Vergnügen wenn er mit der geliebten Virginia zwischen den Zähnen über die lange Reihe seiner Untergebenen hinweg auf die Straße hinaus sah Niemand ging da vorbei ohne einen ehrfurchtsvollen scheuen Seitenblick auf den allmächtigen Schlachten Lenker zu werfen der wie andere gewöhnliche Sterbliche seinen Kaffee schlürfte trotzdem er der berühmte Generaloberst X war unbeschränkter Herr über Hunderttausende von Menschen leben in den Zeitungen mit Vorliebe der Sieger von Sternchen genannt Kein Schicksal gab es in dieser Stadt dass er nicht mit einem Federstrich hätte umbiegen nichts was er nicht nach Gut Dünken hätte fördern oder vernichten können Seine Gunst bedeutete Lieferungen und Reichtum oder Auszeichnung und Avancement Seine Ungnade Aussichtslosigkeit oder eine Marschroute in den sicheren Tod Mollig zurückgelehnt in den großen Korbstuhl der einmal historisch zu werden versprach saß lächelnd der Gewaltige und scherzte mit der Frau seines Generalstabschefs Er Er wies mit der Hand hinaus auf die Straße wo im grellen Sonnenschein die Menge wogte und sagte mit einer satten triumphierenden Heiterkeit in der Stimme Da dieses Treiben möchte ich einmal den Herrn Pazifisten zeigen die immer so tun als wäre der Krieg nichts als ein scheußliches Gemetze Sie hätten dieses Nest im Frieden sehen sollen gnädige Frau zum Einschlafen Der Dienstmann an der Ecke verdient heute mehr Geld als früher der größte Kaufmann Und haben Sie sich schon die jungen Leute angesehen die von der Front hereinkommen Sonnenverbrannt gesund und vergnügt Die meisten sind im Frieden in irgendeiner Kanzlei gehockt schlapp käsig verbummelt Glauben Sie mir Die Welt ist noch nie so gesund gewesen wie heute Nehmen Sie aber eine Zeitung in die Hand dann lesen Sie von einer Weltkatastrophe vom Verbluten Europas und was die Herren sonst noch zusammenschmieren Die buschigen weißen braun klebten hoch hinauf bis zur Mitte der stark gewelbten Stirne Die kleinen stechenschwarzen Augen huschten beobachtend über die Gesichter der Anwesenden Die Anregung des Exzellenzherrn wurde sofort emsig aufgenommen An allen Tischen flammte das Gespräch auf wurde die segensreiche Wirkung des Krieges abgewandelt ergingen die Spaßmacher sich in witzigen Bemerkungen über das Schreibergeschwätz der Friedensfreunde Nicht ein einziger saß in der ganzen Gesellschaft dem der Krieg nicht wenigstens zwei Auszeichnungen materielle Sorglosigkeit und eine herrschaftliche Lebensführung beschert hatte wie sie in Friedenszeiten nur viel beneideten Geldmagnaten beschieden ist Der Krieg trug in diesem Kreise die Maske Knecht ruprechts einen Sack voll guter Gaben auf dem Rücken und eine Anweisung auf glänzende Karriere in der Hand Wohl hatte der eine oder andere der Herrn einen Trauerflor auf dem Ärmel für den Bruder oder Schwager der als Truppenoffizier das andere das totbringende Gorgonenantlitz des Krieges geschaut aber dieses Antlitz war so weit über sechzig Kilometer in der Luftlinie und ein gelegentlicher Ausflug in seine Nähe war kurzer Nervenkitzel spannendes Erlebnis In einer Stunde raste das Auto wieder in die Badewanne und man ging wieder in Stifletten über asphaltierte Straßen Wer hätte da nicht einstimmen mögen in das Loblied der Exzellenz Der hohe Herr lauschte eine Weile noch befriedigt dem Stimmengewirr das seine Worte entfesselt hatten und zog sich dann allmählich wieder in seine Gedanken zurück Er blickte ernsthaft vor sich hin sah die Sonnenringe die durch das bewegliche Laubdach wie durch drei dicht gesäten Reihen seine linke Brusthälfte bedeckten Alles was die Herrscher viermächtiger Reiche für Heldenmut Todesverachtung und hohe Verdienste als sichtbares Dankeszeichen zu vergeben hatten war vollzählig da in der Reichensammlung Es gab keine Ehrung die der Sieger von Sternchen noch hätte erstreben können und das alles hatten ihm elf kurze Kriegsmonate an den Hals geworfen war die Ernte eines einzigen Kriegsjahres 39 Dienstjahre hatte er vorher in öder Gleichmäßigkeit in ewigem Kampfe mit schäbigen Alltagssorgen abgehaspelt hatte sich müde gerungen mit all den Nöten eines hoffnungslosen Kleinbürger Daseins das den kläglichen Bemühungen eines verschämten Armen gleicht der einen Defekt seiner Kleidung mit tausend Kniffen zu verbergen sucht und das verräterische Loch immer wieder hervorlogen sieht aus der krampfhaft drapierten Verhüllung 39 Jahre lang hatte er sich unentwegt auf Enthaltsamkeit trainiert mit sehr viel Gold auf der Uniform und sehr wenig in der Tasche war eigentlich längst schon bereit gewesen abzugehen gründlich satt des billigen Vergnügens als Nero auf dem Exerzierfeld den Krampus zu machen für junge Offiziere und da kam das Wunder im Handumdrehen war aus dem kräntigen alten Herrn eine Art Nationalheld eine europäische Berühmtheit war er der Sieger von Sternchen geworden Genau wie im Märchen wenn die gütige Fee erscheint der verwunschene Prinz in strahlender Jugend der garstigen Hülle entsteigt und von Lakaien und Rittern umringt sein prächtiges Schloss bezieht Die strahlende Jugend blieb ihm wohl versagt aber er war doch wieder elastisch geworden das ereignisreiche Jahr hat ihn aufgerüttelt Lebenslust und Arbeitskraft eines Vierzigjährigen pulsierten neu erwacht in seinen Adern Als Herrscher saß er da im Schatten der Plantanen Das Glück an seiner Brust spiegelte leuchtend die Sonne und eine Stadt lag ihm zu Füßen Nichts gar nichts fehlte um das Märchen vollkommen zu machen Vor dem Kaffeehaus schlummerte das riesige graue Tier von zwei strammen Unteroffizieren bewacht mit der Lunge von hundert Pferden im Brustkasten des Kurbeschlages harrend der es weckt um den Herrn mit Windeseile hinaus zu fahren auf sein Schloss hoch über Stadt und Tal wo war die Zeit da man mit Generalstreifen auf der Hose noch mit der Trambahn nach Hause fuhr in die standesgemäße Sechszimmerwohnung die eigentlich eine Fünfzimmerwohnung war mit einer Kammer Wo war Wo war das alles Jahrhunderte hatten ihre edelsten Kräfte Generationen ihren Kunstsinn aufgeboten um das Schloss das jetzt für seine Exzellenz den Musste musste sich fühlen, konnte den Krieg nur wie ein herrliches Märchen erleben. Oder gab es je einen Hofhalt, der näher das Wunder streifte? In der Küche regierte ein Meister seiner Kunst, der Chef des ersten Hotels im Lande, sonst mit doppeltem Generalsgehalt nicht zufrieden, für einen Lohn von fünfzig Keller täglich und wandte doch seine ganze Kunst auf, hatte nie angstvoller gestrebt, dem Gaumen, dem er diente, zu schmeicheln. Der Braten, den er servieren ließ, war das schönste Stück Fleisch, das zweihundert Ochsen, die täglich im Armeebereich ihr Leben fürs Vaterland ließen, bei sorgfältigster Wahl zu vergeben hatten. Die würdigen Männer, die ihn auf silbernen Schüsseln von Schülern Benvenutus für den Ahn des Hauses geschmiedet, auftrugen, waren Generäle des Kellnerstandes, ließen im Frieden den Frack in London bauen und lauerten jetzt, wie verprügelte Piccolos, zittern auf jeden Wink des Gebietes. Und dieser ganze Drehen, dieser ganze fürstliche Haushalt funktionierte automatisch und ganz ohne Geld, ohne dass der Herr, für den alles sich mühte, jemals den sonst zu unvermeidlichen Griff zur Brieftasche tat. Unerschöpflich zirkulierte das Benzin in den Adern der Dreikraftwagen, die Tag und Nacht auf den Marmorquadern des Schlosshofes sich regelten. Wie von Feenhänden gespendet, strömte alles herbei, was Mund und Auge begehrten. Kein Bedienter forderte seinen Lohn, alles schien selbstverständlich da zu sein, wie in Märchenschlössern, wo jeder Wunsch Schöpferkraft besitzt. Allein, nicht nur das Tischlein deckt dich, war Ereignis, war ernste, greifbare Wirklichkeit geworden. Das Wunder war nicht erschöpft, wenn es 29 Tage lang alle Vorratskammern gefüllt hatte. Es trieb am 30. Tag auch den Esel, der sich streckt und Reichtum spendet, noch auf, und anstelle der leidigen Lieferantenrechnungen flatterten Banknoten ins Haus. Statt Ärger, Streit, notwendige Knauserei seufzend zu tragen, stopfte man sich die Taschen gelangweilt mit den Scheinen voll, die ja doch gänzlich überflüssig waren in dem Schlaraffenland, das der Krieg sein Vassalen erschlossen hatte. Eine einzige finstere Wolke nur huschte ab und zu über das strahlende Firmament dieses Wunderlandes, und ihr Schatten streifte die Stirne seiner Exzellenz. Der Gedanke, das Märchen könnte der Wirklichkeit weichen, die Angst, eines Tages erwachen zu müssen, aus diesem herrlichen Traum, störte zuweilen die reine Freude. Nicht vor dem Frieden war es dem Exzellenzherrn Bange, an den dachte er gar nicht. Aber wie, wenn die Mauer, aus Menschenleibern kunstvoll gebaut, eines Tages doch ins Wanken geriete? Wenn der Feind alle Riegelstellungen durchstößt, die Disziplin der Panik weicht und die mächtige Mauer in ihre Bestandteile zerfällt, sich in Angst erfüllte um ihre Leben jagende Menschen auflöst, Dann würde der Sieger von Sternchen, der allmächtige Märchenkönig, wieder in den schäbigen Alltag zurücksinken, müsste irgendwo in einem stillen Nest unbemerkt seine Pension verzehren, seine Trophäen in eine bescheidene Etagenwohnung propfen und unter anderem ausrangierten, als Stammtischgröße sich bescheiden. Ein Misserfolg, und die Welt vergisst ihm nun ihre Begeisterung. Ein anderer zieht ins Schloss hinauf, ein anderer rast im Kraftwagen als Herrscher durch die Stadt, der ganze riesige Tross blickt demütig zum neuen Herrn empor, und der alte wird zur Anekdote, eine entlargte Vogelscheuche, die jeder Spatz trech besudelt. Die kleine, fleischige Hand ballte sich unwillkürlich zur Faust, und die gefürchtete Querfalte über der Nasenwurzel, das Gewitterzeichen, das die eigenen Soldaten wieder feind fürchten gelernt, grub sich für einen Augenblick in die hochgewölbte Stirn. Dann hälte sich das Gesicht wieder auf, und Exzellenz sah sich stolz im Kreise um. Nein, der Sieger von Sternchen hatte keine Angst. Seine Mauer stand fest und wankte nicht. Drei Monate hatte jede Nachricht, die in der Abteilung für Kundschafterdienste einlief, von den ungeheuren Vorbereitungen im feindlichen Lager berichtet. Drei Monate lang hatten sie drüben Munition gehäuft und Kräfte zusammengezogen für den Monsterangriff, der nun seit heute Nacht entfesselt war. Der General wusste, was die Menschenmenge, die da lustig in der Sonne wimmelte, erst am nächsten Morgen aus den Zeitungen erfahren sollte, dass draußen an der Front seit zwanzig Stunden eine erbitterte Schlacht im Gange war, dass kaum sechzig Kilometer von dem Promenadenkonzert die Geschütze ohne Atempause tobten, ein dichter Hagel von glühendem Eisen zischend auf seine Soldaten niederprasselte. Drei restlos abgewiesene Infanterieüberfälle hatten die Morgenberichte schon gemeldet, und jetzt hämmerte mit rasender Wut die Artillerie als Einleitung zu neuen Kämpfen während der Nacht. Nun, sie sollten nur kommen. Mit einem Ruck richtete sich der Exzellenzherr auf, und sein Blick bekam einen gespannten Ausdruck, als könnte er, während seine Finger auf der Tischplatte nervös den Takt zum Donauwalzer trommelten, das Trommelfeuer hören, das draußen an der Front wie Sturmwind brüllte. Seine Vorkehrungen waren getroffen, das Menschenreservoir bis zum Überlaufen gefüllt. Zweimal hunderttausend junge, kräftige Burschen, die erlesensten Jahrgänge, lagen rückwärts bereit, um im geeigneten Moment vor die Walze geworfen zu werden, bis sie in einem Sumpf von Blut und Knochen stecken blieb. Sie sollten nur kommen, je stärker, desto besser. Der Sieger von Sternchen war bereit, seinen Lorbeeren einen neuen Zweig hinzuzufügen, und seine Augen blitzten, wie die vielen Tapferkeitszeichen, an seiner Brust. Da erhob sich am Nachbartisch sein Adjutant, kam zögernd heran und flüsterte Exzellenz einige Worte zu. Der hohe Herr schüttelte ablehnend das Haupt. »Es ist eine wichtige ausländische Zeitung, Exzellenz«, drängte der Adjutant. Und fügte, als der Gebieter immer noch energisch abwinkte, bedeutungsvoll hinzu, »Der Herr hat ein Empfehlungsschreiben aus dem Hauptquartier mitgebracht, Exzellenz.« Da gab der General den Widerstand endlich auf, erhob sich seufzend und sagte, halb scherzhaft, halb erkrimmt, zu seiner Nachbarin, »Ein rechtschaffenes Karteschfeuer wär mir lieber.« Dann folgte er geben dem Adjutanten, reichte dem kahlköpfigen Zivilisten, der stürmisch hochschnellte und in der Mitte auseinanderbrach, mir ein zuklappendes Federmesser, schovial die Hand und lud ihn zum Sitzen ein. Der Journalist stammelte einige Worte der Bewunderung, schlug erwartungsvoll sein Notizbuch auf, eine Reihe von Fragen auf den Lippen. Allein der Exzellenzherr ließ ihn gar nicht erst zu Wort kommen. Er hatte sich für derlei Fälle im Laufe der Zeit einige wohlüberlegte, unverfängliche Äußerungen zurechtgelegt und sagte nun seine Rede, mit scharfer Betonung und kurzen Denkpausen, gehorsam her. Vor allem gedachte er rühmend seiner braven Soldaten, lobte ihre Tapferkeit, ihre Todesverachtung, ihre über alles Lob erhabene Leistungen. So dann sprach er sein Bedauern aus über die Unmöglichkeit, jeden Einzelnen dieser Helden nach Gebühr zu belohnen und forderte vom Vaterlande, mit erhobener Stimme, unvergängliche Dankbarkeit für so viele Treue und Selbstverleugnung bis in den Tod. Er erklärte mit einem Fingerzeig auf den dichten Ordenswald die Auszeichnungen, die ihm zuteil geworden waren für eine Ehrung, die seinen Soldaten galt. Endlich flochte noch einige maßvoll lobende Worte über den Gefechtswert der feindlichen Soldaten und die Umsicht ihrer Führung ein und schloss mit der Äußerung seines unerschütterlichen Vertrauens in den Endsieg. Der Journalist lauschte andächtig und warf nur ab und zu ein kurzes Stichwort zu Papier. Die Hauptsache war ja doch das Auftreten des Gewaltigen, seine Art zu reden, seine Gesten zu beobachten, seine Persönlichkeit in wenigen, markanten Zügen einzufangen. Der Exzellenzherr legte, nachdem er seine Rede geschlossen, den Feldherrn gleichsam ab, wandelte sich aus dem Sieger von Sternchen zum Weltmann. »Sie gehen jetzt an die Front, Herr Doktor,« frug er mit verbindlichem Lächeln und antwortete auf das begeisterte »Ja« des Schriftstellers mit einem schweren, melancholischen Seufzer. »Sie glücklicher! Ich kann Sie nur beneiden. Sehen Sie, das ist der tragische Zug im Leben des Feldherrn von heute, dass er seine Truppen nicht mehr selbst ins Feuer führen darf.« »Ein ganzes Leben lang hat er sich auf den Krieg vorbereitet, ist Soldat mit Leib und Seele und kennt die Aufregung des Kampfes nur vom Hörensagen.« Hoch erfreut über die subjektive Äußerung, die er nun doch noch ergattert hatte, und die ihm durchaus geeignet erschien, den allmächtigen Befehlshaber in der gewinnenden Rolle des Entsagenden, der auch nicht immer konnte, wie er mochte, zu zeigen, hatte der Journalist sich für einen Augenblick über sein Notizbuch gebeugt und fand, als er wieder aufblickte, das Gesicht der Exzellenz, zu seinem Erstaunen, gänzlich verändert. Die Stirne lag in drohenden Falten, die Augen starrten, weit aufgerissen, erwartungsvoll über den Interviewer hinweg. Der wandte sich rasch um und sah einen blassen, abgemagerten Infanteriehauptmann mit merkwürdig schlotterndem Gang, grinsend auf die Exzellenz zusteuern. Immer näher kam er, starrte mit gläsernklotzenden Augen und lachte ein hässliches, stumpsinniges Lachen. Schon sprang der Adjutant erschrocken auf von seinem Tisch. Die Adern seiner Exzellenz schwollen wie Taue aus der Stirn. Der Journalist sah ein Atemdat kommen und erblasste. Bis auf einen halben Schritt wankte der unheimliche Hauptmann an die beiden heran. Dann blieb er stehen, kicherte blödsinnig und griff, wie ein Kind, das nach dem Licht erhascht, in die dicht gehäuften Orden der Exzellenz hinein. »Sehr schön! Glänzt schön!« Lallte er mit schwerer Zunge, wies mit seinem endlos dünnen, zittrigen Zeigefinger zur Sonne hinauf, grölte, »Sonne!« Dann wieder nach den Orden greifend, noch einmal, »Glänzt schön!« Dabei wandelte sein unruhiger Blick wie suchend hin und her, und das hässliche, vertierte Lachen wiederholte sich nach jedem Wort. Die Rechte des Exzellenzherrn waren in die Höhe geschnellt, um den Kerl, der da so respektlos auf ihn loskam, vor die Brust zu stoßen. Nun legte sie sich, dem armen Narren, begütigend auf die Schulter. »Sind wohl aus dem Spital hereingekommen, Herr Hauptmann, zur Musik?« sagte er und winkte seinem Adjutanten mit den Augenbrauen. »Es ist weit hinaus zum Spital mit der Trambahn. Setzen Sie sich in mein Automobil, das fährt schneller.« »Auto!« »Schneller!« Echote der Irrsinnige mit seinem grässlichen Lachen, ließ sich geduldig unter den Arm fassen und wegführen. Noch einmal wandte er sich grinsend nach den glitzernden Ordenskreuzen um, dann zog ihn der Adjutant mit sich. Der General folgte mit den Blicken, bis die beiden das Auto bestiegen hatten. Zwischen seinen Augenbrauen stand, unheildruhend, das Gewitterzeichen. Er kochte vor Zorn über die unerhörte Nachlässigkeit, so einen Menschen frei herumlaufen zu lassen. Aber der Zivilist an seiner Seite fiel ihm noch rechtzeitig ein. Er bezwang sich und sagte achselzuckend, »Ja, das sind so die traurigen Seiten des Krieges. Sehen Sie, schon darum muss der Führer heute weit rückwärts bleiben, wo nichts zu seinem Herzen spricht. Kein Feldherr brächte sonst die nötige Härte auf, wenn er alles Elend in der vordersten Reihe mit ansehen müsste.« »Sehr interessant«, hauchte dankbar der Journalist, machte sich rasch eine kurze Notiz und klappte das Heft zu. Er musste befürchten, die kostbare Zeit seiner Exzellenz bereits allzu lange in Anspruch genommen zu haben. Nur eine einzige Frage bat er sich noch, erlauben zu dürfen. Für »Wann glauben euer Exzellenz, dass wir den Frieden erhoffen dürfen?« Der General zuckte zusammen, biss sich in die Unterlippe und sah beiseite, mit einem Blick, vor dem jeder Generalstäbler der x-ten Armee sich in die Erde verkrochen hätte. Mit sichtbarer Mühe setzte er noch einmal das verbindliche Lächeln auf, wies mit der Hand quer über den Platz auf das offene Portal der alten Basilika. »Da kann ich Ihnen nur raten, dort hinüber zu gehen und den Herrn im Himmel zu fragen. Er ist der Einzige, der Ihnen diese Frage beantworten kann.« Ein freundliches Nicken, ein kräftiger Händedruck. Dann ging er, ehrfurchtsvoll gegrüßt von der Menge, mit großen Schritten zu Fuß in sein Amt hinüber. Als er das Gebäude betrat, stand die gefürchtete Querfalte fingertief auf seiner Stirne. Eine angehaltene Ordnanz führte ihn zitternd vor das Zimmer des Garnison-Chefarztes. Dann hielt das ganze Haus einige Minuten lang den Atem an, während die Stimme des Gewaltigen durch alle Korridore donnerte. Er kommandierte den würdigen, alten Oberstabsarzt wie einen Schreiber an seinen Tisch und diktierte ihm einen Erlass in die Feder, der allen Spitalinsassen, ohne Unterschied der Charge, gleich viel, ob krank oder verwundet, das Verlassen der Anstaltsmaun strengstens untersagte. »Denn«, so schloss der Befehl, »wer krank ist, gehört ins Bett. Und wer sich genügend kräftig fühlt, um in die Stadt zu gehen und im Kaffeehaus zu sitzen, der melde sich an die Front zurück, wohin die Pflicht ihn ruft.« Das Auf- und Abgehen mit klingenden Sporen, das Hinabdonnern auf den zusammengekauerten alten Doktor, hatte seinen Zorn besänftigt. Schon galt das Unwetter für überstanden, da spielte ihm ein unglücklicher Zufall die Meldung der Brigade in die Hand, die am stärksten vom Feinde berannt, schwere Verluste erlitten hatte und nur noch weiter auf ihrem Platze belassen wurde, um dem Gegner in verzweifeltem Ringen das Vordringen möglichst kostspielig zu machen. Hinter ihr lauerten schon die Flatterminen, hockte, seit gestern schon, eine ganze frische Division in unterirdischen Kasematten, um dem siegesfroh heranflutenden Feinde eine kleine Überraschung zu bereiten. Natürlich hatte es der Oberkommandierende, dem Brigadier nicht auf die Nase gebunden, dass er auf einem verlorenen Posten stand und keine andere Aufgabe hatte, als seine Haut teuer zu verkaufen. Je länger das Ringen dauerte, desto besser, und die Leute schlugen sich viel zäher, wenn sie bis zum letzten Augenblick auf einen Satz hofften. Das alles hatte der Exzellenzherr eigenhändig so verfügt, war im Grunde hoch erfreut, dass die Brigade nach drei übermächtigen Infanterieangriffen immer noch standhielt. Aber nun lag da eine Meldung vor ihm, die allen soldatischen Traditionen widersprach und den schon verebten Sturm. Dieser Generalmajor, seinen Namen wollte sich Exzellenz auf alle Fälle genau merken, schilderte mit einer durchaus unmilitärischen Gesprächigkeit und Nervosität die furchtbare Wirkung des Trommelfeuers, Erklärte, statt sich auf zahlenmäßige Angaben zu beschränken, seine Brigade für dezimiert, die Widerstandskraft der Mannschaft für erschöpft, und bat zum Schluss dringend um Verstärkung, Da er, mit den Resten seines Bestandes, den Abschnitt gegen die bevorstehenden Nachtangriffe unmöglich halten könne. Unmöglich halten! Unmöglich! Wie eine Fanfare schmetterte der Exzellenzherr diesen Satz, seinen regungslos dastehenden Herrn, immer wieder in die Ohren. Unmöglich! Seit wann hatte sich denn der Oberkommandierende von seinen Abschnittskommandanten darüber belehren zu lassen, was möglich war? Purpurrot vor Empörung nahm er die Feder in die Faust und schrieb als Antwort den einzigen Satz auf die Meldung, der Abschnitt »Wird gehalten«, und darunter seinen Namen, mit den großen, steilen Strichen, die jedes Schulkind im Lande von den Postkarten mit dem Bildnis des Siegers von Sternchen herkannte. Er selbst drückte den Umschlag dem Motorradl in die Hand, zur Beförderung an die Funkenstation, da die Telefonträte der betreffenden Brigade längst schon in Grund und Boden getrommelt waren. Dann brauste er wie eine Gewitterwolke durch alle Räume, blieb eine halbe Stunde im Kartenzimmer, hatte eine kurze Besprechung mit seinem Generalstabschef, und er bat sich die Abendmeldungen ins Schloss hinauf. Also endlich sein dröhnendes »Gute Nacht, meine Herren« in den großen Kuppelsaal hineinrief, seufzte alles erleichtert auf. Die Wache trat unters Gewehr, der Chauffeur warf den Motor an, und die große Maschine stürzte aufknurrend wie ein wildes Tier auf die Straße los. Fauchend, mit Sirenengeheul wandte sich blitzschnell durch die engen Gassen hinaus ins Freie, wo das Schloss mit der Perlenreihe seiner leuchtenden Fenster wie ein Feenpalast in das dunstdurchzogene Tal hinab sah. Fest in seinen Kragen gehüllt, saß der Exzellenzherr nachdenklich im Wagen und ließ, wie immer um diese Zeit, alle Ereignisse des Tages noch einmal an sich vorbeiziehen. Auch der Journalist fiel ihm wieder ein, und seine tollpatschige Frage, für wann hoffen Exzellenz auf den Frieden? Hoffen? War das zum Glauben, dass so ein Mensch, der doch schon was Besseres sein musste in seinem Beruf, sonst hätte er kein Empfehlungsschreiben aus dem Hauptquartier mitgebracht, mit einer solchen Ahnungslosigkeit jedem soldatischen Gefühle gegenüberstand? Auf den Frieden hoffen? Was hatte denn ein Feldherr vom Frieden Gutes zu erwarten? Konnte denn so ein Zivilist gar nicht begreifen, dass ein kommandierender General eben nur im Krieg wirklich kommandierte und wirklich General war, im Frieden aber nur so was wie ein strenger Herr Lehrer mit goldenem Kragen, ein Ölgötze, der sich aus Langeweile zuweilen heiser schreit? Und nach dieser öden Tretmühle sollte er sich zurücksehnen? Sollte er den Herrn Zivilisten zuliebe die Zeit herbei hoffen, die den siegreichen Führer der x-ten Armee wieder nur zur Inspizierung verwenden würde? Sollte es nicht erwarten können, wieder jenen anderen, aussichtslosen Kampf leiten zu müssen, zwischen einer zu knappen Gage und einer auf Glanz polierten Lebensführung, in welchem von Monat zu Monat doch immer der Geldmangel Sieger blieb? Ärgerlich lehnte sich der General in die Kissen zurück und fuhr erstaunt auf, als das Auto mit einem plötzlichen Ruck mitten auf der Landstraße hielt. Eben wollte er den Chauffeur fragen. Da brasselten schon die ersten großen Tropfen auf sein Mützenschild. Es war dasselbe Gewitter, das, denen an der Front, eine kurze Feuerpause beschert hatte, am Nachmittag. Die beiden Unteroffiziere waren abgesprungen und spannten mit raschen Griffen das Dach über den Wagen. Der Exzellenzherr hatte sich aufgerichtet, hielt ein Ohr in den Wind und lauschte gespannt. In das Brausen mischte sich ganz deutlich, aber ganz, ganz leise, ein dumpfes Brummen, ein hohles, kaum hörbares Pochen, wie das ferne Echo der Holzfäller im Walde. Das Trommelfeuer! Die Augen der Exzellenz leuchteten auf. Über das eben noch verärgerte Gesicht huschte ein Schein innerer Befriedigung. Gott sei Dank! Noch gab es Krieg. Ende von Abschnitt Vier Aufgenommen von Julia Niedermeier Abschnitt Fünf von Menschen im Krieg von Andreas Latzko Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Der Kamerad Ein Tagebuch Auch mir hat der Weltkrieg einen Kameraden beschert. In gleichem Schritt und Tritt. Nicht, dass er etwa zudringlich wäre. Im Gegenteil. Die Distanz, die ihn, als gemeinen, von dem Offizier trennt, den er in mir verehren muss, hält er gewissenhaft inne. Stets bleibt er mir drei Schritt vom Leibe, genau nach Reglement. Respekt, respektvoll in eine Ecke oder hinter eine Säule gepresst, ist es nur sein Blick, den er mir schüchtern nachzuschicken wagt. Er will eben nur zugegen sein, verlangt nicht mehr, als dass ich ihn in meiner Nähe dulde. Immer und überall. Wenn ich zuweilen die Augen schließe, um wieder einmal allein zu sein, für einige Minuten nur, ganz allein mit mir selbst, wie früher, vor dem Kriege, dann fixiert er mich aus seiner Ecke, mit einer zehen, vorwurfsvollen Beharrlichkeit, so fest und durchdringend, dass sein Blick mich im Rücken brennt, sich unter meinen Augenlidern einlistet, mich so sehr mit seinen Bildern durchdrängt, dass ich mich fragend nach ihm umschaue, wenn er mich eine Weile nicht an seine Anwesenheit gemahnt. Er hat sich in mich hineingefressen, sich häuslich in mir niedergelassen. Er sitzt in mir, wie der geheimnisvolle Zauberer der Lichtspieltheater in dem schwarzen Kasten über den Köpfen der Zuschauer an der Kurbel hockt und wirft sein Bild durch meine Augen auf jede Mauer, jeden Vorhang, jede Fläche, die meine Blicke auffängt. Aber auch, wo kein Hintergrund für sein Bild sich findet, auch wenn ich aus dem Fenster krampfhaft in die Ferne starre, um ihn loszuwerden für kurze Zeit, auch dann ist er da, schwebt vor mir her, als wäre sein Bild auf die unsichtbare Stange meiner Blicke gespießt, wie eine Kirchenfahne, schwankend vor der Prozession. Gebe es x Strahlen, die durch die Schädeldecke dringen, man fände sein Bild, leicht verschwommen, wie die Figuren alter Goblins, in mein Gehirn eingebogen. Ich entsinne mich einer Reise in Friedenszeiten, von München nach Wien, im Orient-Express, an der herbstlichen Milde der Bayerischen Seen vorbei, durch die goldene Glut des welkenden Wienerwaldes. Und über all die Herrlichkeiten, die ich, bequem gelagert, in wollüstiger Zufriedenheit eingesogen, lief unentwegt ein hässlicher, schwarzer Punkt, eine Luftblase in der Fensterscheibe meines Abteils. So huscht auch mein hartnäckiger Kriegskamerad über Wälder und Mauern, bleibt stehen, wenn ich stehen bleibe, tanzt über das Gesicht eines Vorübergehenden, über den regenfeuchten Asphalt, über alles, was mein Auge streift, schiebt sich zwischen mich und die Welt, wie jene Luftblase alles von mir zu ihrem eigenen Hintergrund degradierte. Die Ärzte freilich wissen es anders. Sie glauben nicht, dass er in mir wohnt und mir die Treue hält. Wissenschaftlich betrachtet liege es nur an mir, ihn nicht länger hinter mir herzuziehen, ihm die Kameradschaft zu künden, so etwa, wie ich auf jener Reise das Fenster mit der lästigen Blase zornig in die Tiefe gefeuert. Die Ärzte glauben es nicht, dass ein Mensch sich dem Anderen im Tode vermählen, sein Leben im Anderen mit sehr Unerbittlichkeit weiterleben könne. Sie meinen, wer am Fenster steht, müsse das gegenüberliegende Haus sehen, niemals aber die Zimmerwand, die hinter seinem Rücken lauert. Die Ärzte glauben nur an Dinge, die es sind, dass man Tote in sich tragen, vor sich hinzustellen vermag, sodass sie ein Bild verdecken, das hinter ihnen liegt. Solcher aber Glauben reicht an die Herren Ärzte nicht heran. In ihrem Leben spielt ja der Tod keine Rolle, denn ein Kranker, der stirbt, hört eben auf, krank zu sein. Und was weiß der Tag von der Nacht, die ihn doch auch ewig ablöst? Ich aber weiß, dass nicht ich den toten Kameraden gewaltsam durch mein Leben schleife. Ich weiß, dass der Tote stärker in mir lebt als ich selbst. Mag sein, dass Gestalten, die über Tapeten huschen, in Ecken kauern, vom finsteren Balkon aus ins erleuchtete Zimmer stieren und ans Fenster pochen, so laut, dass man die Scheibe klieren hört, nur Visionen sind und nichts weiter. Wo kommen sie her? Mein Hirn liefert das Bild. Meine Augen besorgen die Projektion. An der Kurbel aber sitzt der Tote. Er ist der Film-Ausschau. Die Vorstellung beginnt, wenn's ihm so passt, und hört nicht auf, solange er die Kurbel dreht. Wie könnte ich nicht sehen, was er mir zeigt? Schließe ich die Augen, so fällt das Bild eben auf die Innenwand meiner Augen wieder, und das Drama spielt in mir, statt weit weg über Türe und Tapete zu tanzen. Ich sollte der Stärkere sein, heißt es. Einen Toten kann man doch nicht umbringen. Das sollten die Herren Ärzte doch wissen. Hängen nicht die Bilder Tizians und Michelangelos immer noch in den Museen nach Jahrhunderten noch? Und die Bilder, die ein Sterbender mit der ungeheuerlichen Kraft seines letzten Ringens vor vierzehn Monaten in mein Gehirn gemeißelt, sollten verschwinden, nur weil jener, der sie schuf, in seinem Soldatengrabe liegt? Wer sieht denn nicht, wenn er das Wort »Wald« liest oder hört, irgendeinen Wald, den er »irgendmal, irgendwo« durchwandert, aus dem Coupé-Fenster oder auf der Bühne gesehen? Wem erscheint nicht, wenn er von einem verstorbenen Vater spricht, das längst vermutete Antlitz, bald streng, bald milde, bald in der steinernen Starrheit des letzten Abschieds? Was wäre unser ganzes Sein ohne die Bilder, die »Jedes« auf sein Stichwort? Wie im Lichtkegel des Scheinwerfers für Augenblicke aus der Vergessenheit steigen. Krankheit? Gewiss! Die Welt ist wund und duldet kein anderes Stichwort, kein Bild, das nicht den Massengräbern gilt. Für keinen Augenblick kann der Kamerad in mir zu den Toten sich legen, weil alles, was geschieht, ein Blitzlicht ist, das ihn streift. Das erste Zeitungsblatt am Morgen Versenkte Schiffe Abgeschlagene Angriffe Und schon wirbelt der Film Keuchende, ringende Menschen Gekrümmte Finger, die aus Wellenbergen noch einmal nach dem Leben greifen Von Tollwut und Schmerzen entstellte Gesichter durcheinander Jedes Gespräch, das man erhascht Jedes Schaufenster Jeder Atemzug Ein Stichwort Ein Stichwort auch der stille Frieden der Nacht Oder tickt nicht jeder Sprung des Sekundenzeigers das letzte Röcheln von Tausenden? Genügt nicht das Wissen von abgerissenen Kinnbacken, durchschnittenen Kehlen, von ineinander verbissenen Leichen, um die Hölle zu hören, die jenseits der dicken Luftmauer tobt? Wer da mit Sicherheit wüsste, dass im Nachbarhause eben einer gemordet wird, während er behaglich in den Kissen liegt, und aufspränge mit fliegenden Pulsen, wäre krank? Kann man denn anders als benachbart sein mit den Orten, wo Tausende in rasender Not sich ducken, die Erde zerfetzte Glieder in den Himmel schweigt und der Himmel mit eisernen Fäusten auf die Erde hämmert? Kann man wirklich entfernt leben von seinem eigenen, gekreuzigten Ich, wenn die ganze Welt von Stichworten widerhält? Nein Krank sind die Anderen Krank sind jene, die mit strahlenden Augen Siegesnachrichten lesen und eroberte Quadratkilometer leuchtend über Leichenberge aufsteigen sehen, jene, die zwischen sich und ihrer Menschlichkeit eine Wand aus buntem Fahnentuch gespannt, um nicht zu wissen, was in dem Jenseits, das sie »die Front nennen«, an ihresgleichen verbrochen wird. Krank ist jeder, der noch denken, sprechen, streiten, schlafen kann, wissend, dass andere mit den eigenen Eingeweiden in den Händen wie halb zertretene Würmer über Ackerschollen kriechen, um auf halben Wege zum Verbandplatz wie ein Tier zu verenden, während weit, irgendwo, ein Weib mit heißem Leibe neben einem leeren Bette träumt. Krank sind alle, die das Stöhnen, Knirschen, Heulen, Krachen, Bersten, das Jammern, Fluchen und Verrecken überhören können, weil rings um sie der Alltag murmelt oder selige Nachtruhe liegt. Krank sind die Tauben und Blinden, nicht ich. Krank sind die Stumpfen, deren Seele nicht Mitleid und nicht den eigenen Zorn sinkt, sind die vielen, die wie ein seitenloser Geigenkasten, nur Echo sind, jedem dröhnen. Oder ist etwa der Gedächtnisschwache, der wie eine überlichtete Platte kein Bild mehr aufnimmt, der gesunde Mensch? Ist nicht gerade Erinnerung der höchste Inhalt jedes Menschendaseins, der Reichtum, den nur Tiere nicht kennen, weil sie Geschehenes nicht sich weitertragen, nicht neu aus sich erstehen lassen können? Soll ich von meinem Gedächtnis geheilt werden, wie von einem Leiden? Und wäre doch ohne mein Gedächtnis nicht mehr ich selbst, weil jeder Mensch aus seinen Erinnerungen gebaut ist und nur lebt, solange er, wie eine geladene Kamera, durchs Leben geht? Könnte ich nicht sagen, wo ich meine Jugend verlebt, wie die Haarfarbe meines Vaters die Augen meiner Mutter gewesen? Könnte ich nicht, um Rede zu stehen, jeden Augenblick mein Gedächtnis durchblättern und das betreffende Bild aufschlagen? Wie schnell wäre die Diagnose senil oder schwachsinnig bei der Hand? Ja, muss man denn, um als geistig normal zu gelten, sein Gehirn wie Schwamm und Schiefertafel handhaben, Bilder, die grässlichste Not in die Seele gebrannt, auf Kommando wegwerfen können, wie man Seiten aus einem Fotografiealbum reißt? Einer ist vor meinen Augen gestorben, schwer und hart, nach grausamem Kampfe entzweigerissen von den Titanen, Leben und Tod. Und weil ich alle Phasen seines Ringens, wie Momentaufnahmen in meinem Gehirn aufbewahrt, neu erleben muss, solange alles geschehen, unerbittlich diese Serie aufschlägt, wäre ich krank? Ich krank? Und die anderen, die über das Zerfetzen, Zerfleischen, Zerstampfen ihrer Brüder, über das langsame Verzappeln von Menschen im Stacheldraht hinwegblättern können, wie über weiße Seiten, die sind gesund? Ja, wo soll ich denn mit dem Vergessen anfangen, meine Herren Doktoren? Soll ich vergessen, dass ich im Kriege gewesen? Vergessen den Augenblick, da in der verrauchten Bahnhofshalle, käseweiß, mit zusammengekniffenen Lippen, mein Junge neben seiner Mutter stand, und ich aus dem Waggonfenster, mit schlecht gemimter Heiterkeit, von Wiedersehen schwätzte, während meine Augen gierig die Gesichtszüge von Frau und Kind durchwühlten, ich ihr Bild in meine Seele einsog, wie nach tagelangen Märschen die brennende Kehle, das rasend ersehnte Wasser schlürft? Vergessen das gallenbittere Würgen, als der Bahnhofsrachen langsam zuschnappte und Kind, Weib und Welt verschlang? Soll ich die ganze Fahrt in den Tod, als Einzelreisender in einem Zuge, überfüllt mit Familienvätern, die über Sonntag in die Sommerfrische fuhren, mir aus der Erinnerung reißen, wie einen lästigen Wisch? Soll ich vergessen, wie mir es war, als es mit jeder Station stiller um mich wurde, gleichsam das Leben von mir abbröckelte? Bis gegen Mitternacht nur mehr ein, zwei schlafende Soldaten im Abteil saßen und ein käseweißes, schmerzverzerrtes Kindergesicht um das flackernde Öllicht schwebte? Muss man wirklich krank sein, um diesen Abschied von Heim und Wärme, dieses Losfahren mit Hass und Gefahr als Reiseziel, wie einen unheilbaren Riss in sich zu tragen? Was wäre schwerer zu fassen, wann hätten Menschen je rasenderes getan als dieses, mit sechzig Kilometer Geschwindigkeit durch die Nacht fahren, allem lieben, aller Sicherheit entfliehen, den Zug verlassen und in einen anderen steigen, weil dieser, und nur dieser, dorthin fährt, wo unsichtbare Maschinen glühende Eisenstücke schleudern, der Tod ein engmaschiges Netz aus Stahl und Blei zum Fang auswirft? Wer reißt mir das Bild der kleinen, schmutzigen Station, der fröstelnden, schlaftrunkenen Soldaten, die ohne Rausch, ohne Musik im Blute dem Zivilistenzuge nachblickten, wie er sich mit hellen Fenstern fröhlich pfeifend in die Büsche schlug? Wer reißt mir dieses Umsteigen in den Tod, im fahlen Zwielicht, jemals wieder aus der Seele? Und wenn ich diese erste, endlose Nacht auch durchstreichen könnte, wie eine erledigte Angelegenheit, bliebe mir nicht doch der Morgen, da der Zug auf freier Strecke, mitten in einer weiten, taufrischen Wiese, vor einer Weiche hielt, und den Neugierigen der Bescheid ward, dass wir Lazarettzüge passieren lassen müssten? Wie soll ich sie je verscheuchen, der Erinnerung an die Wolke von Lysol und Blutgeruch, von Drachennüssen auf die fröhliche Wiese geblasen? Werde ich nicht ewig die endlosen Schlangen sehen, wie sie so träge herankrochen, als wären sie übersättigt mit zersetztem Menschenfleisch? Aus hundert Fenstern blitzten weiße Verbände, stirrten verglaste stumpfe Augen, liegend, hockend, aufeinander gepfercht, Leib an Leib, hingen sie, wie blutige Dolden, noch auf den Trittbrettern, als überquellender Reichtum an Schmerz und Not. Und diese jämmerlichen Reste von Kraft und Jugend, diese geschundenen, zertrümmerten Menschen, sahen mitleidig, jawohl, mitleidig, auf unseren Zug. Bin ich wirklich krank, weil mir diese Blicke warmen Mitgefühls, von blutenden Krüppeln auf gesunde, stramme Burschen geworfen, unauslöschlich auf der Seele brennen? Und diese Ahnung, die damals fröstelnd den ganzen Zug durchlief, von einer Hölle, der man lieber in blutige Tücher gehüllt, entflieht, als ihr unversehrt entgegenzufahren. Dieser Schauder sollte zum Wissen, zum Erlebnis, zur Erinnerung geworden, einfach abzuschütteln sein, solange immer noch, Tag für Tag, solche Züge sich begegnen. Zur Front! Bin wirklich ich der Kranke, weil ich dies Wort nicht aussprechen oder niederschreiben kann, ohne dass inbrünstiger Hass mir die Zunge pelzig macht? Sind nicht die anderen toll, die mit einem Gemisch von Andacht, romantischer Sehnsucht und scheuer Sympathie, wie hypnotisiert auf diese Krüppel- und Leichenfabrik mit Maschinenbetrieb starren? Wär es nicht klüger, mal diese anderen auf ihren Geisteszustand zu untersuchen? Muss ich es den Herren Ärzten, die mich so mitleidig bewachen, verraten, dass ein paar Worte, die man wie tolle Hunde auf die Menschheit losgelassen, das ganze Unheil angerichtet haben? Front! Feind! Heldentod! Sieg! Mit hängender Zunge und rollenden Augen rasen die Köter durch die Welt. Millionen, die man vorsorglich gegen Typhus, Pocken und Cholera geimpft, hetzt ihr bis in Raserei. Millionen werden in Züge gepfercht, hüben und drüben, fahren singend einander entgegen, und hacken, stechen, schießen aufeinander los, sprengen sich gegenseitig in die Luft, geben ihr Fleisch und ihre Knochen her für den blutigen Brei, aus dem der Friedenskuchen gebacken werden soll, für jene Glücklichen, die ihre Kalbs- und Rindshäute gegen hundert Prozent nutzen, dem Vaterlande opfern, statt die eigene Haut auf dem Markt zu tragen, für dreißig heller täglich. Man denke einmal, das Wort »Krieg« wäre noch nicht erfunden, noch nicht durch tausendjährigen Gebrauch geheiligt, wie eine ungeheure Attrappe in raschelnde Buntheit gewickelt. Wer würde es wagen, das mangelnde Wort »Kriegserklärung« durch folgende Rede zu ersetzen? Nach langen, fruchtlosen Verhandlungen ist unser Vertreter beim Nachbarstaate heute schon dort abgereist. Er hat aus dem Fenster seines Salonwagens zum letzten Mal den Zylinder gelüftet vor den Herren, die ihm das Geleite gegeben, und wird ihnen nicht wieder freundlich lächelnd entgegentreten, ehe ihr nicht viele hunderttausend Männer des Nachbarstaates zu Leichen gemacht. »Auf also! Hinein in eure Güterwagen für sechs Pferde oder 28 Mann! Fahrt ihnen entgegen, diesen anderen! Schlagt sie tot! »Sägt ihnen die Gurgeln ab! Haust wie wilde Tiere in feuchten Erdhöhlen! Verkommt, verwildert, verlaust! Bis wir den Zeitpunkt für gekommen achten, uns wieder in den Salonwagen zu setzen, wieder die Zylinder zu lüften, um in prunkvollen Räumen vornehm und manierlich über den Nutzen zu streiten, der unseren Fabrikherren und Großkaufleuten aus dem Gemetzel zu erwachsen hat.« Dann dürft ihr, soweit ihr noch nicht unter der Erde fault oder als Bettler von Türe zu Türe humpelt, wieder nach Hause, zu euren halbverhungerten Familien, und dürft, nein, müsst, mit doppeltem Eifer an die Arbeit, unermüdiger und doch anspruchsloser als vorher, damit ihr die Schuhe, die ihr in hundert Todesmärschen zerfetzt, die Kleider, die an eurem Leibe verstimmelt, mit Schweiß und Entbehrung bezahlen könnt. Ein Narr, wer mit solchen Worten um Gefolgschaft wohlte, und keine Narren, die Opfer, die draußen frieren, hungern, töten und sich töten lassen, nur weil sie Glauben gelernt. Dies ginge nicht anders, wenn der tolle Köter Krieg mal seine Ketten gesprengt und den Erdball gebissen. Waren so die Kriege, die uns das Wort Krieg überliefert? Waren Krieg und Beute nicht gegenseitig bedingt? Führte den Landsknecht nicht Hoffnung auf zügelloses Leben, Hoffnung auf Weiber und Dukaten und goldgezäunte Hengste? Ist dieses Kauern in eiserner Zucht, dieses Kopfhinhalten, dieses passive Marbonk-Spielen mit Ungeheuern, die aus blauer Ferne ihre Höllenkessel schleudern, noch Krieg? Krieg war das Aufeinanderprallen der überschüssigen Kräfte, der Raufbolde aller Nationen. Jugend, der das Städtchen zu klein, das Wams zu eng wurde, zog hinaus vom Spiel der eigenen Muskeln berauscht. Und nun soll das gleiche Wort herhalten, wenn Männer, schon in Haus und Heim verankert, losgerissen, hinausgepeitscht, vor den Feind hingelegt werden, um in stumpfer Resignation, wehrlos als Statisten auszuharren, in diesem Duell der Munitionsindustrie. Ist es erlaubt, das Wort Krieg als Standarte zu missbrauchen, wenn statt Mut und Kraft Streukegel und Tragweite kämpfen und der Fleiß von Weibern und Kindern in Granaten drehen? Wer wagt es? Die Tyrannen finsterer Zeiten, die ohnmächtige Menschen vor Löwen und Tigerwaffen, heute noch ohne Ehrfurcht zu nennen, wenn er sie an jenen misst, die diesen Kampf zwischen Mensch und Maschine wie ein Marionettenspiel am Telegrafendraht dirigieren. Von der schönen Hoffnung beseelt, dass unser Vorrat an Menschenfleisch, den Stahl- und Eisenbestand der Gegner überdauern werde. Nein! Alle Worte, die geprägt waren, ehe dieses Schlachten begann, sind zu schön und zu ehrlich, wie das Wort Front, das sich hassen gelernt. Bietet man Geschützen, die hinter Bergen verkrochen, den Tod Tagereisen weit über Land schicken, oder Sappen, die zehn Meter unter der Erde unsichtbar herankriechen, die Stirne? Eine Kopfstation ist eure Front, ein zerschossenes Häuschen, hinter welchem die Schienen aufgerissen sind, weil die Züge da kehrt machen, ihre Ladung an frischen, braungebrannten Männern löschen, um sie nachher, wenn sie aus der Maschine kommen, mit blutigen Gliedern und grünsparen überzogenem Gesicht wieder aufzunehmen. Als ich gegen Abend ausstieg an dieser Kopfstation, saß auf der Erde, gegen das Eisengitter der Perronsperre gelehnt, ein bärtiger Soldat, den rechten Arm in der Binde. Und als er mich blitzblank vorbeigehen sah, da streichelte er mit der linken Hand zärtlich seine zertrümmerte Rechte, warf mir einen hässlichen, gehässigten Blick ins Gesicht und rief mit gefletschten Zähnen, »Ja, ja, Herr Leutnant, hier gibt's einen Menschensalat.« Sollte ich's vergessen, dieses hämische Grinsen, das den schmerzumzuckten Mund in die Breite zog? Bin ich krank, weil ich das Wort Front nicht mehr hören kann, ohne, dass mir ein unvermeidliches Echo, Menschensalat, in die Ohren krächzte? Oder sind doch die anderen krank, wenn sie, statt Menschensalat zu hören, gierig das feige Gewäsch jener zeitgenössischen Kriegsbaden verschlingen, die wie Weinreisende für die Marke Weltkrieg emsig in Reklame machen? Weil sie dafür, wie kommandierende Generäle, in Autos herumgondeln dürfen, statt, von einem Gefreiten beherrscht, in lehmigen Gräben dem Tode gegenüber zu liegen. Gibt's wirklich Menschen aus Fleisch und Blut, die noch eine Zeitung in die Hand nehmen können, ohne, dass ihnen der Schaum vor dem Mund stände? Kann man wirklich das Bild von angeschossenen Zweifüßlern, die unter strömendem Regen auf einer schlammigen Wiese langsam, stumpfsinnig verbluten, im Gehirn tragen, und doch ruhig die Schurkereien über lückenlosen Samariterdienst, federnde Krankenwagen und nobeltapazierte Schützengräben lesen, mit welchen diese Kerle sich militärfrei dichten? Menschen kehren heim mit stillen, staunenden Augen, in denen der Tod sich noch spiegelt, gehen scheu wie Traumwandler durch funkelnde Straßen. In ihren Ohren halt noch das tierische Wutgeheul, das sie selbst in den Orkan des Trommelfeuers hineingebrüllt, um nicht bersten zu müssen vor innerer Not. Mit Grauen bepackt, wie ein Maultier, kommen sie an, den erstaunten Blick erstochener, erschlagener Feinde im Gewissen, und wagen den Mund nicht zu öffnen, da alles ringsum, da Weib und Kind selbst, mit geschwätziger Neugier von Granaten, Gasbomben und Bajonettangriffen drehorgelt. So perlen die Urlaubsdager an ihnen ab, und die Rückfahrt in den Tod ist der Lösung von der Scham, ein verkappter Feigling gewesen zu sein, unter den Daheimgebliebenen, für die sterben und töten Gemeinplätze ohne Schauer geworden. So mag's denn so sein, meine Herren Doktoren, es ist ehrenvoll, der Tobsucht bezichtigt zu werden, diesen Halunken gegenüber, die um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, die Menschheit so herrlich abgehärtet, das Mitleiden abgeschafft und den Stolz auf fremdes Leid eingebürgert haben, statt, als einzige Mittler zwischen Not und Macht, das Gewissen der Welt zu wecken, statt mit einem Sprachrohr bewaffnet auf den belebtesten Plätzen so lange »Menschensalat« zu brüllen, bis allen, deren Väter, Männer, Brüder, Söhne zur Leichenfabrik gezogen, die Haare zu Bergen stehen und alle Kehlen der Welt ein Echo werden. Jetzt, wenn Sie gerade in der Nähe wären, meine Herren Ärzte, könnte ich Ihnen meinen Kameraden zeigen, zu leibhaftem Sein ins Zimmer gerufen, von den Stichflammen des Hasses gegen Frontberichte und Hinterlandsgleichmut. Ich fühle ihn hinter meinem Rücken stehen, sein Gesicht aber liegt vor mir auf dem weißen Bogen, wie ein matter Wasserdruck, und meine Feder fliegt mit krampfhafter Eile, um wenigstens die Augen, die mich vorwurfsvoll anstarren, mit Buchstaben zu bedecken. Groß, auseinanderstrebend, grauenhaft verzerrt hebt sich sein Antlitz, langsam anschwellend, aus dem Papier, wie das Bild des Erlösers aus dem Schweißsuche der Veronika. Genau so sahen ihn, an jenem Hochsommermorgen, auch die drei Zeitungsschreiber am Waldrande liegen, und wandten sich unwillig ab mit einem fast militärischen Gesagten »Kurz, kehrt euch!« Mir galt ja ihr Besuch, ich sollte ihnen Wagen und Pferde leihen, da das Auto, das sie mit Blitzesschnelle durch die Gefahrszone flitzen sollte, mit gebrochener Achse auf der Götzer Straße lag. Liebenswürdige Herren waren's, in märchenhaft geschwungenen Prietsches Hosen, mit Reisemützen, wie aus einem Sherlock Holmes-Film entwendet. Sie wollten Briefe mitnehmen und Grüße ausrichten, fanden es entzückend bei mir, lachten aus voller Kehle über meine Matratze aus Weidenruten, und wurden besonders dankbar, als der Wagen bereitstand, ehe das tägliche Bombardement detaillener einsetzte. Als sie aus dem Walde fuhren, mussten sie doch wieder an dem Manne vorbei, der mit seinem grausamen, stellten Gesicht unbeweglich auf der Wiese kauerte. Aber sie sahen ihn wieder nicht. Wie auf Kommando warfen sie die Köpfe herum, beäugten die Zerstörungen, die ein Fliegerangriff tags vorher angerichtet, angeregt gestikulierend, als säßen sie bereits hinter den Spiegelscheiben eines Kaffeehauses. Mein Atem ging kurz, als wäre ich ein ganzes Ende steil bergauf gerannt. Der Platz, auf dem ich stand, kam mir plötzlich fremd und verändert vor. War das noch der gleiche Wald, in den oft krachend die Grenaten schlugen, in den die großen Caproni-Apparate mit weitgespannten Flügeln wie Geier umkreisten, mit Bomben und Pfeilen durchsiebten, während das Abwehrfeuer der Maschinengewehre die Blätter wie Hagel peitschte? Aus diesem Walde fuhren drei Menschen gesund, unversehrt, mit fröhlichem Mützenschwenken? Wo war denn die Wand, die uns andere kauernd auszuhalten zwang, unter den knickenden Ästen? Gab es da nicht ein Tor, das sich nur vor fahlen, eingefallenen Wangen, fieberglänzenden Augen oder blutigen Gliedern auftat? Glatt rollte der Wagen über die braungestampfte Wiese, und nur das leuchtende Rot Bedeckers fehlte, um das Bild einer Vergnügungsreise vollkommen zu machen. Die fuhren heim. Zu Frau und Kind vielleicht? Ein schmerzvolles Ziehen und Zerren, als wäre der Blick an die Räder gebunden. Dann schnellte der Körper, wie losgerissen, ins Leere zurück. Und, und in diesem Augenblicke, da die Seele gleichsam aufgepflügt von dem davonfahrenden Wagen, klaffend und wehrlos war vor Sehnsucht, sprang je das Erlebnis mich an. Mit einem furchtbaren Satz, mit einem einzigen Biss, fürs ganze restliche Leben. Unheilbar. Ahnungslos ging ich zu dem Verwundeten hin, dem die drei so abweisend den Rücken gekehrt hatten, als gehörte er nicht auch zu dem interessanten Museum für Granattrichter, das sie neugierig durcheilten. Er kauerte neben dem schmutzigen, zerfetzten Fähnchen mit dem roten Kreuz, den Kopf zwischen die hochgezogenen Knie gepresst, und hörte mich nicht. Hinter ihm lag der kreisrunde, kaffeebraune Fleck, der sich, wie eine Manege, aus der immer noch ein wenig grün schimmernden Wiese hob. Die Verwundeten, die tagtäglich bei Morgengrauen sich an dieser Stelle sammelten, um mit den Wagen, die uns Munition brachten, und für den Rückweg Verwundete luden, ins Feldspital gefahren zu werden, hatten den Flecken aus der Wiese gewetzt. Wie eine Lieblingsecke auf dem Familiensofa Wie viele hatte ich schon so kauern gesehen? Zehn, zwölf Stunden lang oft, wenn die Wagen zu früh abgefahren oder überfüllt oder nach heftigen Gefechten rückwärts vor dem Munitionsdepot Q gestanden waren. Fröhliche Burschen mit zerschmetterten Armen oder Beinen, das Kriegswort tausend Guldenschuss auf den fahlen und doch lachenden Lippen, neidvoll begraft von leicht Verletzten und den flackernden Augen der Typhuskranken, die alle gerne tausend Gulden und ein Glied dazu geopfert hätten, für die gleiche Gewissheit, nicht mehr wiederkehren zu müssen. Wie viele hatte ich sie wälzen, in die Erde beißenseen vor Schmerz, wie viele bei strömenden Regen, halb schon begraben im aufgeweichten Lehm, stöhnen und wimmern, mit aufgerissenem Leibe die Bohrer überbrüllen hören. Doch dieser schien nur leicht am rechten Bein getroffen zu sein. Durch den flüchtigen Verband war das Blut an einer Stelle durchgesickert, und so bot ich ihm, außer Konjak und Zigaretten, auch mein Verbandpäckchen an. Aber er rührte sich nicht. Erst als ich ihm die Hand auf die Schulter legte, hob er den Kopf, und das Gesicht, das er mir zeigte, warf mich zurück wie ein Faustschlag vor die Brust. Mund und Nase waren auseinandergegangen. Wie überwuchernd krochen sie die rechte Wange hinauf, die keine Wange mehr war. Ein Stück blaurotes Fleisch splittet sich da, überzogen von einer bis zum Platzen gespannten, von Straffheit hellglänzenden Haut. Eine exotische Fucht eher, als ein Menschenantlitz, war die ganze rechte Seite, während von links, aus fahler, zuckernder Traurigkeit, ein banges, wehmütiges Auge zu mir emporblickte. Wie ein Lasso schlang nur jeher Schrecken sich mir um die Kehle. Was war das? Solches Grauen hatte auch diese Wiese, dieser Warteraum zum Jenseits, noch nicht gesehen. Selbst die schaurige Erinnerung an einen anderen, der wenige Tage vorher, genau an der gleichen Stelle, in den wie Schöpfern zusammengefügten Händen, behutsam die eigenen Gedärme gehalten hatte, versankt beim Anblick dieses Janus-Kopfes, der links ganz Frieden, ganz milde Menschlichkeit, rechts, ganz Krieg, ganz verzerrtes, geblähtes Hassgebilde schien. »Schrapnell«, stammelte ich schüchtern, die einleitende Frage. Die Antwort klang verworren. Nur, dass sein rechtes Schienbein ein Dumm-Dumm-Geschoss zertrümmert hatte, konnte ich verstehen. Was aber murmelte er, so oft seine Hand beben, zu glühenden Backgriffen, immer wieder von einer Angel? Ich konnte ihn nicht verstehen, denn das Erlebte kochte noch so heftig in seinen Adern, dass er wie von gegenwärtigem Geschehen, wie zu einem Augenzeugen zu mir sprach. Sein Bauernsinn fasste es nicht, dass es Menschen geben könne, die von der ungeheuerlichen Not seiner letzten Stunden nichts gesehen und nichts gehört. So stieg, mehr Erraten als erzählt, aus kurzen Sätzen, derben Flüchen und gurgelndem Stöhnen allmählich sein Schicksal. Eine Nacht lang war er, nach abgeschlagenem Angriff auf den feindlichen Graben, mit seinem zerschmetterten Bein ohnmächtig vor dem eigenen Drahtverhau gelegen. Beim Morgengrauen dann warfen sie die Angel nach ihm, die Angel aus Eisenhaken und Seil konstruiert, um die Leichen von Freund und Feind in den Graben zu ziehen und verscharen zu können, ehe die Görzer Sonne ihre Arbeit begann. Mit diesem Haken, in hundert Leichen getaucht, hatte ihm ein Tölpel, Gottverdammin, die Wange aufgerissen, ehe einer geübteren Hand der Fischzug gelang. Und nun wollte er, gehorsamst bittend, bald ins Spital gebracht werden, denn es war ihm bange um sein Bein und vor einem Bettler-Dasein als Krüppel. Ich lief davon, wie gejagt, in weiten Sätzen, über Steine und Wurzeln hüpfend, quer durch den Wald, zur nächsten Kolonne. Umsonst, im ganzen Walde war kein einziges Fuhrwerk aufzutreiben, und ich hatte meinen letzten Wagen den drei Kerlen gegeben. Warum hatte ich sie nicht aufgefordert, den einzigen Verwundeten, der auf der Wiese lag, mitzunehmen und im Vorbeifahren abzuliefern beim Feldspital? Warum hatten die drei nicht von selbst daran gedacht, ihre Menschenpflicht zu tun? Warum? Meine Fäuste balten sich in ohnmächtiger Wut, und ich ertappte mich bei einem Griff nach der Revolvertasche, als könnte ich jene fröhlichen noch von ihrem Wagen schießen. Atemlos, durchglüht vom langen Laufen, torkelte ich mit zitternden Knien den Weg zurück. Geknickt, als schleppte ich auf den Schultern das zentnerschwere Bild von Menschen, die sportsmäßig auf Menschen aß angeln. Ein merkwürdiges, seit Jahrzehnten vergessenes Würgen und Kratzen stieg mir in die Kehle, als ich, zu meinem Lagerplatz zurückgekehrt, dem leisen Wimmern des Hilflosen, lauschen musste. Er war nun nicht mehr allein. Ein Häuflein von leicht Verwundeten hatte sich, während meiner Abwesenheit, zu ihm gesellt. Ich sah sie, zwischen den Baumstämmen hindurchspähend, im Kreise der Wiese hocken, während der Geangelte, von rasenden Schmerzen gepeinigt, das kranke Bein in der Hand, umherhüpfte, den Kopf von einer Schulter auf die andere werfend. Gegen Mittag schickte ich meine Unteroffiziere auf die Suche, versprach ihnen fürstliche Belohnung für einen Wagen und lief, mit der Kognakflasche unter dem Arm, wieder auf die Wiese hinaus. Jetzt tanzte er nicht mehr. Mitten im Kreise der anderen lag er auf den Knien, den Leib vornüber gebeugt und rollte den Kopf, wie einen fremden Gegenstand, hin und her auf der Erde. Als er plötzlich wieder hochschnellte, mit einem Wutgeheul, ging selbst durch die Reihe der Verwundeten, die, versunken ins eigene Leid, gleichgültig dagesessen waren, ein erschrockenes Murmeln. Das war nichts Menschliches mehr. Die Haut, unfähig, sich weiter zu dehnen, war geplatzt. Wie die Strahlen auf einem Kompass, liefen die breiten Spalten auseinander, und in der Mitte quall glühend das rote Fleisch hervor. Und er schrie. Er hämmerte mit der Faust auf den riesigen, rötlich-blauen Klumpen los, bis unter den Schlägen der eigenen Hand, wehklagend, wieder in die Knie fiel. Es war schon finster, als man ihn, endlich, auf einen Wagen lud. Und als langsam der Nachtnebel sein Gewebe durch den Wald zog, und ich, in einem Berg von Decken gewickelt, als einziger noch wach lag im Gedränge der schwarzen Stämme, die zusammenrückten in der Finsternis. Da war er wieder zurück, stand starr aufgerichtet im Mondlicht. Und seine zermarterte, kürbisgroße Wange hob sich blau leuchtend aus dem schwarzen Schatten der Bäume. Wie ein Irrlicht flammte sie bald da, bald dort. Nacht für Nacht. Leuchtete in jeden Traum hinein, dass ich die Augenlider mit den Fingern auseinanderspreizte, bis mein Körper nach zehn grauenvollen Nächten zusammenbrach und als ein heulender, zuckernder Haufen eingeliefert wurde, in das gleiche Feldspital, in welchem er seinem verpesteten Blute erlegen war. Und nun bin ich toll. Schwarz auf weiß steht auf der Kopftafel meines Bettes zu lesen. Man klopft mich besänftigend ab, wie ein scheues Pferd, wenn ich aufbegehre und hinausverlange aus diesem Hause, das die anderen einfangen sollte. Aber die anderen sind frei. Aus meinem Fenster sehe ich über die Gartenmauer auf die Straße hinab und sehe sie eilen, die Hüte lüften, sich die Hände schütteln, sich zusammenrotten vor dem Tagesbericht. Ich sehe Frauen und Mädchen, kokettgeputzt, stolzleuchtend, neben Männern trippeln, deren Kreuz auf der Brust als Mörder zeichnet. Ich sehe Witwen in wallenden Schleiern, immer noch geduldig. Siehe junge Burschen mit Blumen auf dem Helm, aufbruchbereit. Keiner muckt auf. Keiner sieht in finsteren Ecken zerschundene, zersetzte, geangelte Menschen lauern, mit aufgerissenem Leib oder blau leuchtender Wange. Sie laufen unter meinem Fenster vorbei, gestikulierend, begeistert, weil die Worte der Begeisterung täglich frisch geprägt aus der Münze kommen und jeder Einzelne sich geborgen und von Zustimmung umrauscht fühlt, wenn sie ihm hell von den Lippen klingen. Ich weiß, dass sie schweigen, auch wenn sie sprechen, schreien, aufheulen möchten, dass sie auf Drückeberger pirschen und kein Schimpfwort haben für jene tausendmal ärgeren Feiglinge, die von keinem Schlagworte berauscht, die ganze Sinnlosigkeit, dieses Hinmordens von Millionen, klar kann dem Bewusstsein tragen, und dennoch den Mund nicht auftun, aus Angst vor einem Verweis der Gedankenlosen. Ich sehe von meinem Fenster aus, den ganzen Erdball, wie einen toll gewordenen Kreiseltanzen, von stolzen Herren in schlauer Berechnung, von seinen Dienern in schleichender Ergebenheit gepeitscht. Ich sehe die ganze Meute, die Schreier, die zu hohl und zu träge, um das eigene Ich zu formen, sich blähen wollen im gleißenden Lob, das ihrer Herde gilt. Die Schürken, die von der Menge geschirmt, getragen, genährt, scheinheilig zu einem selbst erdachten Pupanz emporblicken und ihn, Millionen Braven, ins Gewissen hämmern, bis die Masse geschmiedet ist, die nicht Herz noch Hirn, nur Wut und blinden Glauben noch hat. Ich sehe das ganze Spiel, das in Blut und Schmerzen weiterrast, sehe die Zuschauer gleichgültig vorbeiwandern und heiße einen Narr, wenn ich das Fenster aufreiße, um ihn unterzuschreien, dass die Kinder, die sie getragen und gehegt, die Männer, die sie geliebt haben, mit angstvoll rückwärtsgewandten Augen, wie Vieh geschlachtet, wie wild gejagt werden. Diese Narren da unten, die für respektvolle Kondolenzbesuche, anerkennenden Augenaufschlag, Glanz und Wärme ihres Lebens opfern, ihr Fleisch und Blut in den Stacheldraht werfen, als Aas auf dem Felde faulen und angeln lassen, ohne anderen Trost als den, dem Feinde das Gleiche angetan zu haben. Diese Narren bleiben frei und dürfen mit ihrer armseligen Eitelkeit und lästerlichen Geduld täglich neue Hegatumpen vor die Kanonen hinausschieben. Ich aber muss ohnmächtig hier sitzen, allein mit dem unerbitterlichen Kameraden, den mir mein Gewissen täglich neu gebärt. Ich stehe am Fenster, und zwischen mir und der Straße liegen hochgeschichtet die Leiber der vielen, die ich bluten gesehen. Machtlos stehe ich da, denn der Revolver, den man mir gegeben, damit ich heim wie geplagte, arme Teufel, die eisernes Muss, in andersfarbige Uniformen gesteckt, über den Haufen knalle, wurde mir hier abgenommen, aus Angst. Ich könnte einige Massenmörder aufstöbern in ihrer Sicherheit und als warnendes Exempel zu ihren Opfern schicken. So muss ich hier harren, als Seher über den Blinden, hinter meinen Gitter stehben, und kann nichts weiter tun, als diese Blätter dem Winde übergeben, Tag für Tag von neuem Niederschreiben und immer wieder hinausstreuen auf die Straße. Unermüdlich will ich schreiben, die ganze Welt übersehen, bis in allen Herzen der Samen aufgeht, bis in allen Schlafstuben, gespenstisch blau, ein lieber Tod, das seine Wunden zeigt. Und endlich, endlich als herrliches Erlösungslied der Welt, der millionenstimmige Wutschrei »Menschensalat« unter meinem Fenster erklingt. Ende von Abschnitt Fünf Aufgenommen von Julia Niedermeyer Abschnitt Sechs von »Menschen im Krieg« von Andreas Latzko Diese Libro-Vox-Aufnahme ist in der Public Domain. Heldentod Der Stabsarzt hatte nicht verstanden. Er schüttelte ärgerlich den Kopf und sah, über den Kneiferrand, fragend auf seinen Assistenten hinab. Der blonde Oberarzt schwieg schüchtern und stramm, denn er hatte auch nicht verstanden. Nur der Bursche, am Fußende des Bettes, schien immer noch einigen Kontakt zu haben mit den Wahnvorstellungen seines Herrn, denn auf den Spitzen seines aufgewichsten Schnurrbartes glitzerten, wie aufgespießt, zwei Tränentropfen. Aber der Bursche sprach nur Ungarisch, und so ließ ihn der Herr Stabsarzt mit einem halblauten »Dumesluder« neben dem Bett stehen und schob sich, gefolgt von einer semmelblonden Schüchternheit, schwitzend und pustend in der Richtung des Operationszimmers weiter. Die ungeheuerliche Wattekugel, die, laut der Tafel über dem Bette, den Kopf des Oberleutnants der Reserve, Otto Kader vom Feldartillerie-Regiment Nummer Platzhalter, in ihrem Innenpark sank, als die Ärzte gegangen waren, auf die Kissen zurück. Miska setzte sich wieder auf seinen Rucksack, schnupfte die Tränen hoch und dachte, den Kopf zwischen die großen, ungewaschenen Hände gepresst, verzweifelt über seine Zukunft nach. Denn, dass es mit dem Herrn Oberleutnant nicht mehr lange dauern könne, darüber war er sich im Klaren. Er wusste ja, was unter der riesigen Wattekugel verborgen lag, hatte die zertrümmerte Schädeldecke gesehen und das fürchterliche graue Gegröße unter den blutigen Splittern, das Gehirn des armen Herrn Oberleutnant, der so ein gar guter Mensch und Vorgesetzter gewesen. Ein zweites Mal durfte er auf so ein Mordsglück nicht hoffen. Ein zweites Mal gab es solch einen seelenguten Herrn überhaupt nicht mehr. Die vielen, vielen Scheiben Salami, die ihm der Herr Oberleutnant von seinem eigenen Vorrat immer geschenkt, die sanften, warmen Worte, die er in hatte, jedem verwundeten Zuflüsten hören, alle Erinnerungen der langen, blutigen Zeit, die er, fast als Kamerad, an der Seite seines Herrn stumpfsinnig durchgelitten hatte, stiegen jetzt in ihm auf. Er tat sich ganz furchtbar leid, der gute Misga, in seiner grenzenlosen Wehrlosigkeit gegenüber der großen Kriegsmaschine, in die er nun irgendwo von neuem hineingeworfen werden sollte, ohne der sicheren Stütze des guten Herrn Oberleutnant an seiner Seite. So kauerte er, den breiten Bauernschädel zwischen den Fäusten, wie ein Hund, zu Füßen seines sterbenden Herrn, und auf den Spitzen seines mit Staub und Pomade festgegleisten Schnurrbarts spießten sich in sanfter Folge die herabrollenden Tränen auf. Ganz klar war es ja Misga auch nicht, warum der arme Herr Oberleutnant immer wieder so furchtbar nach seinem Grammophon schrie. Er wusste nur, dass die Herren im Unterstand gesessen und sich vom Grammophon, den Rakotzimarsch, hatten vorspielen lassen, als plötzlich die verdammte Granate heranpfiff und dann alles in Rauch und Erde verschwand. Ihm selbst war ja auch Hören und Sehen vergangen, denn ein losgerissenes Brett hatte ihn, wie vom Himmel kommend, über den Rücken geschlagen, dass er hinfiel und eine Ewigkeit nicht Atem holen konnte. Dann, dann erinnerte sich Misga nur mehr ganz unklar an einen unerhörten Haufen von zerhackten Brettern, eingestürzten Balken, an einen Brei aus Sackfetzen, Beton, Erde, menschlichen Gliedern und viel Blut. Und an den Herrn Kadetten Melzer, der immer noch aufrecht da saß, den Rücken gegen die Reste der Seitenwand gelehnt, mit der Grammophonplatte, die eben noch den Rakotzimarsch gespielt hatte und die, wie durch ein Wunder, ganz geblieben war, an der Stelle, wo eigentlich sein Kopf hingehörte. Aber der Kopf war nicht da. Der Kopf war weg, ganz weg. Nur die schwarze Grammophonplatte stand, auch an die Wand gelehnt, direkt auf dem blutigen Kragen. Das war schauderhaft gewesen. Kein Soldat hatte Hand anlegen wollen an den sitzenden Körper mit der Platte, die genau wie ein Kopf auf dem Halse oben saß. Brrrr! Misga fühlte, wie es ihm kalt über den Rücken lief bei der Erinnerung, und das Herz blieb ihm stehend vor Schrecken, als just in diesem Augenblick der Oberleutnant wieder zu schreien anfing. Grammophon! Nur Grammophon! Misga sprang auf, sah die große Wattegrüß sich mühselig von den Kissen lösen, sah das einzig Auge, das seinem Herrn geblieben war, gierig auf ein unsichtbares Etwas geheftet, und stand beschämt da, wie ein Schuldiger, als ihm aus allen benachbarten Betten unwillige Blicke zuflogen. »Das ist ja nicht zum Aushalten!« schrängend schwer verwundeter Major vom anderen Ende des langen Korridors. »Tragen Sie den Menschen doch weg!« Aber der Major sprach deutsch, und so stand Misga erst recht ratlos da, wischte sich den Angstschweiß von der Stirne und meldete, da ihn sein Herr ja doch nicht hören konnte, einem nebenanliegenden Leutnant, dass das Grammophon kaputt gegangen sei, in tausend Stücke kaputt, sonst hätte er, Misga, es gewiß nicht liegen lassen, sondern mitgebracht, wie alles, was von den Sachen des Herrn Oberleutnant noch irgend aufzufinden gewesen. Niemand gab ihm Antwort. Den ganzen langen Korridor entlang hatten die Herren Offiziere, wie auf Kommando, die Köpfe unter die Kissen gesteckt, die Decken über die Ohren gezogen. Der alte Major wickelte sich sogar seinen blutigen Mantel wie einen Turban um, bloß um das fürchterliche, kluxende Lachen, das bald in Heulen, bald in wütende Schreie nach dem Grammophon überging, nicht zu hören. »Herr Oberleutnant«, »bitt gehorsamste, Herr Oberleutnant«, bettelte Misga und strich mit seinen großen, harten Pratzen ganz, ganz leise über die zuckenden Knie seines Herrn. Aber Herr Oberleutnant Kader hörte ihn nicht, fühlte auch die schwere Hand nicht, die auf seinen Knien lag. Denn ihm gegenüber saß immer noch der Kadett Melzer, auf dem heise einen flachen, schwarzen, runden Kopf, in welchen der Rakotzimarsch spiralfärbig eingezeichnet war. Nun wurde es dem Oberleutnant auf einmal sonnenklar, dass er dem armen Melzer bitte Unrecht getan hatte, sechs Monate lang. Was konnte denn der arme Teufel für seine Dummheit, für die abgeschmackten patriotischen Floskeln? Wie hätte er mit einer Grammophonplatte als Kopf vernünftig denken können? Der arme Melzer! Oberleutnant Kader konnte einfach nicht begreifen, es schien ihm unfassbar, dass er nicht vor sechs Monaten schon, gleich als Kadett Melzer, seine Einrückung zur Batterie meldete, dahintergekommen war, was man dem guten Jungen im Hinterlande angetan hatte. Man hatte ihm den Kopf vertauscht, den hübschen, blonden, 18-jährigen Kopf abgeschraubt und mit einer zerkritzelten, schwarzen Scheibe ersetzt, die nichts konnte, als den Rakotzimarsch krächzen. Das war ja jetzt erwiesen. Wie musste der arme Junge gelitten haben, als ihm sein zwanzig Jahre älterer Oberleutnant immer wieder lange Vorträge hielt über Menschlichkeit? Mit der flachen, runden Scheibe, die man ihm aufgesetzt, konnte er es natürlich nicht begreifen, dass die italienischen Soldaten, die zerfetzt und blutig an der Batterie vorbeigeführt wurden, auch viel lieber zu Hause geblieben wären, wenn nicht ein Plakat an einer Straßenecke sie genauso gezwungen hätte, alles stehen und liegen zu lassen, wie die Mobilmachung in Ungarn die ungarischen Kanonierer. Jetzt erst begriff Oberleutnant Kada den unbändigen Trotz seines Kadetten. Nun verstand er erst, warum der Junge, der ja sein Sohn hätte sein können, die schönsten, klügsten Reden und Erklärungen stumm hatte über sich ergehen lassen, um zum Schluss mit zusammengebissenen Zähnen den Rakozi-Marsch zu pfeifen und immer wieder knirschend den Stereotypen-Satz zumummeln »Totschlagen soll man die Hunde«. Also nicht, weil er so jung und dumm gewesen, nicht, weil er vom Hofe der Kadettenschule schnurstracks ins Feld gekommen war. Die Grammophon-Platte hatte die Schuld, die Grammophon-Platte. Oberleutnant Kada fühlte die Adern wie stricke Anschwellen, das Blut wie mit Hammerschlägen gegen die Schläfenpochen. So unbändig war seine Wut gegen die Missetäter, die dem armen Melzer, den lieben jungen Kopf, den er früher auf dem Hals getragen, heimtückischerweise abgeschraubt hatten. Und das war das Grässlichste an der Sache. Er sah, wenn er jetzt an seine Untergebenen und Offizierskameraden zurückdachte, alle genau wie den armen Melzer, ohne Kopf herumlaufen. Er presste die Augen zusammen, wollte sich die Gesichtszüge seiner Kanoniere wieder ins Gedächtnis rufen. Umsonst. Kein einziges Gesicht tauchte in seiner Erinnerung auf. Monate und Monate hatte er im Kreise derselben Menschen verbracht und kam jetzt erst dahinter, dass keiner von allen einen Kopf auf dem Hals ergetragen. Sonst hätte er sich doch entsinnen müssen, ob sein Feuerwerk einen Schnurrbart gehabt hatte, ob der Geschützführer vom ersten Geschütz blond oder brünett gewesen war. Aber nein, nichts war ihm geblieben. Nur Grammophon-Platten sah er, schwarze, scheußliche, kreisrunde Scheiben auf blutigen Blusen aufsitzend. Die ganze Sonnzugegend lag plötzlich, wie eine riesige topografische Karte tief unter ihm, so wie er sie oft in illustrierten Zeitungen gesehen. Das silberne Band des Flusses schlängelte sich durch Kappen und Hügel, und Oberleutnant Kada flog über das Gewimmel hinweg, ohne Motor und ohne Flugzeug, nur von seinen ausgebreiteten Armen getragen. Und überall, wohin seine Blicke fielen, auf jedem Hügel, jedem Berg, in jeder Mulde, sah er die Schaltrichter von unzähligen Sprechapparaten in die Erde eingelassen. Tausende und Abertausende von jenen bekannten Füllhörnern aus himmelblauem Blech, mit Goldkanten verziert, stirrten mit geöffnetem Maul zu ihm empor. Und um jeden solchen eingegrabenen Schaltrichter wimmelte ein Ameisenhaufen von emsigen Kanonjären mit Patronen und Granaten. Und nun sah es Oberleutnant Kada ganz genau. Alle trugen Grammophonplatten auf dem Halse, wie der Kadett Melzer. Nicht einer hatte seinen eigenen Kopf auf. Wenn aber die Granaten heulend hinausflogen aus den himmelblauen Trichtern, mitten hinein in einen Ameisenschwarm, dann brachen die flachen, schwarzen Scheiben unter der Wucht der Sprengstücke krachend auseinander und verwandelten sich im selben Augenblick auch schon wieder in richtige Menschenköpfe. Oberleutnant Kada sah aus der Höhe das Gehirn aus den zertrümmerten Plattenquellen, sah die gleichmäßig gerippten Flächen sich blitzschnell in fahle, leidende Menschenantlize verwandeln. Alle Geheimnisse des Krieges, alles, worüber der sterbende Oberleutnant monatelang Nächte durchgegrübelt hatte, schien jetzt mit einem Schlager entschleiert. So war es also zu verstehen. Diese Leute bekamen offenbar ihre Köpfe erst zurück, wenn es schon ans Sterben ging. Weit, weit rückwärts, irgendwo, wurden sie ihnen abgeschraubt, mit Platten ersetzt, die nichts konnten, als den Rakotzimaus spielen. So präpariert wurden sie in die Züge gepfercht, kamen so erst an die Front, wie der arme Melzer, wie er selbst, wie alle. Von wütendem Zorn gepackt, schnellte die Watte-Kugel wieder in die Höhe. Oberleutnant Kada wollte aufspringen, den Leuten das Geheimnis verraten, sie aneifern, ihre Köpfe zurückzufordern. Jedem Einzelnen wollte er es ins Ohr flüstern, auf der ganzen weiten Front, von Blava bis hinunter zum Meere. Jedem Einzelnen Kanonier und jedem Einzelnen Infanteristen und auch den Italienern drüben. Auch denen wollte er es sagen. Auch denen hatte man ja Platten auf die Hälse geschraubt. Auch die sollten zurück, zurück nach Verona, nach Venedig, nach Neapel, wo ihre Köpfe aufgeschichtet lagen, in Magazinen, zur Aufbewahrung bis nach dem Krieger. Von Mann zu Mann wollte Oberleutnant Kada laufen, um jedem Einzelnen, Freund wie Feind, wieder zu seinem Kopfer zu verhelfen. Aber da merkte er auf einmal, dass er nicht gehen konnte. Auch mit dem Fliegen war es vorbei. Mit dicken, eisernen Trossen waren seine Füße ans Bett gefesselt worden, damit er das große Geheimnis nicht enthüllen könne. Nun, dann wollte er es ausrufen, mit schmetternder, übermenschlich lauter Stimme, mit einer Stimme, die über das Heulen und Krachen der Granaten, von Blava bis Triest und hinüber nach Tirol und bis ans Meer in Flandern und bis zum persischen Golf hinunter, wie die Fanfare des jüngsten Gerichtes die Wahrheit verkünden sollte. Schreien wollte er, wie noch nie ein Mensch geschrien hatte. »Gramophon! Holt die Köpfe! Nur Gramophon!« Da brach seine Stimme, mitten in seiner Heißverkündung, mit einem gurgelnden Schmerzenslaut plötzlich ab. Es tat zu weh. Er konnte nicht schreien. Ihm war's, als bohrte sich bei jedem Worte, das er rief, eine spitze Nadel tief in sein Gehirn ein. Eine Nadel? »Gewiß! Wie hatte er das vergessen können? Auch ihm war ja der Kopf abgeschraubt worden. Auch er trug ja nur eine Gramophonplatte auf dem Heise, wie alle anderen. Wenn er sprechen wollte, grub die Nadel sich in seinen Schädel und lief, erbarmungslos, über alle Windungen seines Gehirnes. Nein, das konnte er nicht ertragen. Lieber wollte er schweigen. Das Geheimnis für sich behalten. Nur nicht mehr diesen Schmerz, diesen wahnsinnigen Schmerz im Kopf. Aber die Maschine lief weiter. Oberleutnant Kader packte seinen Kopf mit beiden Fäusten, krallte die Nägel tief in die Schläfen ein. Gelang es ihm nicht, die verdammte Maschinerie rechtzeitig zum Halten zu bringen, dann brach ihm sein eigener Kopf. Immer weiter herumgedreht. Unfehlbar, das Genick in kurzer Zeit. Isaac perlte der Angstschweiß aus allen Poren. »Miska!« schrie der Oberleutnant in höchster Not. Aber Miska verstand nicht, was er tun sollte. Die Platte drehte sich weiter und sang freudig schmetternd den Rakoczi-Marsch. Schon spannten sich alle Sehnen. Immer wieder fühlte Oberleutnant Kader den eigenen Kopf, seinen Händen entgleiten. Schon tauchte sein Rückgrat vor seinen Augen auf. Mit einer letzten, rasenden Kraftanstrengung versuchte er noch einmal in den Verband hineinzugreifen, den Kopf nach vorne zu pressen. Dann, dann noch ein fürchterliches Knirschen und Stöhnen. Und dann, dann war das, endlich mäuschenstill auf dem langen Korridor. Als der semmelblonde Assistenzarzt aus dem Operationszimmer zurückkam, verriet ihm das Winseln Miskas von Weitem schon, das wieder im Bett frei geworden war auf der Offiziersabteilung. Der ungeduldige alte Major winkte ihn zum Überfluss noch an sich heran und verkündete mit respektvoll vibrierender Stimme laut, damit es alle Herren hören. Der arme Teufel dort unten hat endlich ausgelitten, als echter Ungar, mit dem Rokotzi-Marsch auf den Lippen. Ende von Abschnitt Sechs Aufgenommen von Julia Niedermeyer Abschnitt Sieben von Menschen im Krieg von Andreas Latzko Diese Libowox-Aufnahme ist in der Public Domain. Heimkehr Durch die Blätter blinkte zum ersten Mal der See, und auch die wohlbekannten grauen Kalkberge tauchten schon auf, griffen, wie drohende Finger, über den Bahndamm tief ins Wasser hinein. Da, hinter dem verrauchten, schwarzen Loch in der hellen Wand, gleich nach der Ausfahrt aus dem kurzen Tunnel, guckte für einen Augenblick die Kirchturmspitze über die Böschung und ein Eckchen vom Schloss. Johann Bogdan beugte sich weit zum Waggonfenster hinaus, mit gierigem Blick, wie einer, der sein Inventar revidiert, gespannt und voller Misstrauen, ob ihm nichts abhandengekommen, während seiner Abwesenheit. Bei jeder erwarteten Baumgruppe nickte er befriedigt, die Richtigkeit der Landschaft an dem Bilde messend, das er fest eingebrannt in der Erinnerung trug. Alles klappte. Jeder Kilometerstein auf der großen Chaussee, die jetzt neben dem Gleise einherlief, stand fest auf seinem Platze. Eben blitzte auch flammend die Rotbuche vorbei, an der die Racker immer scheuten und einmal aufs Haar den Wagen umgeworfen hätten. Johann Bogdan tat einen tiefen, schweren Atemzug, fischte seinen winzigen, runden Spiegel aus der Tasche und besah sich noch ein letztes Mal vor dem Aussteigen sein Gesicht. Es schien ihm mit jeder Station hässlicher zu werden. Die rechte Hälfte ging ja noch an, da war noch ein wenig von seinem Schnurrbart übrig geblieben, und auch die Wange war leidlich glatt, bis auf den schlecht verheilten Riss neben dem Mundwinkel. Links aber, über die linke Seite, hatte er sich was aufschwätzen lassen, von der verdammten Großstaatssippschaft, die im Krieg genau wie in Friedensdienst. Doch nur darauf aus war, arme Bauersleute zum Narren zu halten. Schurken waren sie alle miteinander, der großartige Herr Professor sowohl wie die feinen Damen, mit den schneeweißen Mänteln und den albernen, geschraubten Redensarten. Es war, weiß Gott, kein Kunststück, einen einfältigen Kutscher, der mit Ach und Krach das bisschen Lesen und Schreiben erlernt hatte, in eine Falle zu locken. Da haben sie ihn angegrinst und ihm schön getan und ihm das Blaue vom Himmel herunterversprochen, und nun saß er da, hilflos, sich selbst überlassen, ein verlorener Mann. Mit einem wütenden Fluch riss er den Hut vom Kopfe und warf ihn neben sich auf die Bank. War das ein menschliches Gesicht? War es erlaubt, einen Menschen so herzurichten? Die Nase wie aus kleinen, verschiedenfarbigen Würfeln zusammengestückelt, der Mund verzogen, die ganze linke Wange aufgedunsen, wie rohes Fleisch, so rot und kreuz und quer von tiefen Narben durchzogen. Abscheulich! Dazu, anstelle des Backenknochens, eine langgestreckte Höhle, so tief, dass ein Finger drin verschwand. Und dafür hatte er sich so quälen lassen? Dafür hatte er sich siebzehnmal wie ein geduldiges Schaf in das verfluchte Zimmer mit den Glaswänden und den vielen blitzenden Messern hineinlocken lassen. Ein heißer Schauer lief ihm heute noch über den Rücken, bei der Erinnerung an die Qualen, die er Zähne knirschend ertragen hatte, nur, um wieder ein menschliches Aussehen zu kriegen und heimkehren zu können zu seiner Braut. Und nun war er da. Der Zug fuhr pfeifend aus dem Tunnel. Die Kugelakazien vor dem Häuschen des Stationsvorstehers grüßten zum Fenster herein. Grimmig zerrte Johann Bogdan seinen schwer bepackten Rucksack durch den Korridor. Stieg zögernd die Treppen hinunter und stand ratlos, hilfesuchend da, als der Zug, der ihn gebracht hatte, hinter seinem Rücken davonfuhr. Er zog sein großes, geblümtes Taschenduch hervor und trocknete den Schweiß, der in dicken Perlen auf seiner Stirne stand. Was sollte er nun anfangen? Warum war er überhaupt hergekommen? Nun, da er endlich den Fuß auf den heiß ersehnten Heimatboden gesetzt, überfiel er mit einem Mal rasendes Heim wie nach dem Spital, das er am gleichen Morgen, vor wenigen Stunden erst, jubelnd verlassen hatte. Er dachte an den langen Korridor mit den vielen in Verbände gewickelten Menschen, die alle humpelten, hinkten, lahm, blind oder entstellt waren. Dort schließt sich längst niemand mehr an seinem zerschundenen Gesicht. Im Gegenteil, die meisten waren ihm neidisch, weil er doch wenigstens arbeitsfähig geblieben war, seine gesunden Arme und Beine behalten hatte und das rechte Auge. Gar viele wären gerne bereit gewesen, mit ihm zu tauschen. So mancher hatte missgönnige Bemerkungen gemacht und es für ein Unrecht erklärt, dass der Staat ihm eine Invalidenrente bewilligt für das verlorene Auge. Ein Auge und ein bisserl ein zerkratztes Gesicht, das war doch nichts gegen ein Holzbein, einen lahmen Arm oder eine durchschossene Lunge, die wie eine schlechte Maschine pfiff und rasselte, bei jeder geringsten Anstrengung. Ein Glückspilz war er im Kreise der vielen Krüppel gewesen, eine Berühmtheit. Alle Welt kannte dort seine Geschichte. Wer ins Spital kam, wollte vor allem den Johann Bogdan sehen, der sich siebzehnmal operieren, die Haut sich in Streifen hatte aus Rücken, Brust und Schenkeln schneiden lassen. Nach jeder neuen Operation stand, wenn der Verband entfernt wurde, die Türe seines Schlafsaales keinen Augenblick still. Hundert Meinungen wurden abgegeben, jedem Neu-Hinzugekommenen ausführlich erklärt. Wie arg das Gesicht vorher gewesen! Die wenigen, die von Anfang an mit Bogdan das Zimmer geteilt, schilderten den früheren, grausigen Zustand mit einer Art Stolz, als hätten sie Anteil an den wohlgelungenen Operationen. So war Johann Bogdan allmählich fast eitel geworden auf seine fürchterliche Verwundung, auf die Fortschritte, die seine Verschönerung machte, und hatte das Spital mit der Erwartung verlassen, in seinem Dorf wie eine Sensation bewundert zu werden. Und jetzt? Verweist Und die ihn, wachsen gesehen, fühlte er sich je mit seinem früheren Ich, mit dem schönen Johann Bogdan, der hier als fescher Herrschaftskutscher bekannt war, konfrontiert. Da waren alle Operationen und Flickereien den Teufel was wert. Da gab es keinen anderen Vergleich als den einen, schmerzlichen, zwischen dem kecken, übermütigen Burschen, der hier am ersten Mobilmachungstag mit heißer gesungener Stimme seiner Marxer ein letztes Lebewohl zugerufen hatte, und dem Krüppel, der jetzt mit einem Auge der Trümmer der Kimmbacke zerflickt im Gesicht und halbiert der Nase vor demselben Stationsgebäude stand, verbittert und niedergeschlagen, als wäre ihm das Unglück an diesem Morgen erst zugestoßen. Vor der kleinen Gittertüre schwatzte mit der Lochzange in der Hand die Frau des Bahnwärters Kovacs, der seit Kriegsbeginn irgendwo im russischen Dienst tat. Und wartete ungeduldig auf den letzten Passagier. Johann Bogdan sah sie stehen, und sein Herz fing so heftig zu pochen an, dass er unwillkürlich noch langsamer ging. Würde sie ihn erkennen oder nicht? Seine Knie knickten ein, wie plötzlich morsch geworden, und seine Hand zitterte vor Erregung, als er ihr das Billet entgegenhielt. Sie nahm es ihm ab und ließ ihn passieren. Ohne ein Wort Dem armen Bogdan stockte der Atem. Er raffte seine ganze Kraft zusammen, sah ihr mit seinem einzigen Auge fest ins Gesicht und sagte, mühsam seine Stimme festigend, »Gruß Gott!« »Gruß Gott!«, wiederholte die Frau. Er begegnete ihren Augen, sah sie sich weiten, erstarren, über sein zerschundenes Gesicht tasten und dann schnell über ihn hinwegschauen, als könnte sie den Anblick nicht ertragen. Schon wollte er stehen bleiben, da merkte er, dass ihre Lippen bebend ein lautloses »Jesus Maria« stammelten, als wäre er der Leibhaftige »Gott sei bei uns«. Und taumelnd, gekränkt, ging er weiter. »Nicht erkannt«, hämmerte das Blut ihm in den Ohren. »Nicht erkannt!« »Nicht erkannt«, er schleppte sich bis zur Bank gegenüber dem Stationshaus, warf sein Gepäck ab und sank nieder. »Nicht erkannt«, »die Frau des Bahnwärters Kovacs, den Johann Bogdan, nicht erkannt.« Das Haus ihrer Eltern grenzte an sein Elternhaus, sie waren mitsammen zur Schule gegangen, mitsammen konfirmiert worden. Er hatte sie in den Armen gehalten, sie abgeküsst, weiß Gott, wie oft, ehe der Kovacs ins Dorf kam und um sie warb. Und sie hatte ihn nicht erkannt. »Auch nicht an der Stimme«, »so verändert«, war er. Unwillkürlich warf er noch einen Blick hinüber, sah sie eifrig auf den Stationsvorsteher einsprechen, und er riet aus ihren Gebärden, dass sie von dem schauderhaften Anblick erzählte, von dem gräulich entstellten, fremden Soldaten, den sie eben gesehen. Er stieß einen kurzen, krechzenden Laut aus, einen missglückten Fluch, dann fiel sein Kopf vornüber, und er heulte los, wie ein verlassenes Weibsbild. Was sollte er nun anfangen? Hinauf gehen ins Schloss, die Tür aufstoßen zum Gesindehaus und der verblüfften Marxer ein patziges »Grüß Gott« zurufen? Ja, so hatte er sich's gedacht, hatte sich, weiß der Teufel wie oft, das Bild ganz genau ausgemalt, das Aufgreischen der Mägde, den Freudenschrei seiner Braut, ihren Sprung an seinen Hals, und die tausend Fragen, die sich über ihn ergießen würden, während er, die Marxer auf den Knien, nur so nebenher, dann und wann, eine Antwort gebe, der andächtig lauschenden Gesellschaft. Wo war das jetzt alles? Zu Marxer gehen? Er? Mit diesem Gesicht, vor dem die Bahnwärters Juli sich bekreuzigt? War die Marxer nicht im ganzen Komitat berüchtigt, wegen ihrer Spitzenzunge und ihrer Hochnäsigkeit? Schockweise hatte sie die Männer abblitzen lassen, alle ausgelacht, alle zum Narren gehalten, ehe sie sich endlich in ihn vergaffte. Johann Bogdan stopfte die Faust in den Mund und bohrte sich die Zähne tief ins Fleisch hinein, bis der heftige Schmerz ihm endlich das Schluchzen überwinden halte. Dann vergrub er den Kopf in den Händen und versuchte nachzudenken. Nie war ihm in seinem Leben irgendetwas schiefgegangen. Überall hatte man ihn gut leiden können, in der Schule, bei der Herrschaft im Schloss und auch beim Militär. Als hübscher, aufgeweckter Junge, ausgezeichneter Reiter, schneidiger Kutscher, den seine Pferde liebten, wie er sie, war er, vergnügt vor sich hinpfeifend, durchs Leben gegangen, gewöhnt, die Weiber geschmeichelt lächeln zu sehen, wenn er ihnen im Vorbeisausen großmütig eine Kusshand zuwarf. Nur bei der Marxer hatte es etwas länger gedauert. Aber die war ja auch weit und breit, als das schönste Mädel berühmt, und selbst der gnädige Herr hatte ihm fast neidisch auf die Schulter geklopft, als sie sich verlobten. »Ein schönes Paar«, hatte der Herr Pfarrer gesagt. Tastend fischte Johann Bogdan seinen kleinen Spiegel wieder aus der Tasche und sank zusammen, erdrückt von einer tiefen, wehmütigen Traurigkeit. Das sollte nun der Bräutigam der schönen Marxer sein? Was hatte dieses Affengesicht, dieses zerflickte, schäckige Gefries, das ihm der verdammte Gauner, der Betrüger, der sich einen berühmten Professor schimpfen ließ, da zusammengeschustert hatte, mit Johann Bogdan zu tun, mit dem Johann Bogdan, dem die Marxer die Ehe versprochen und weinend das Geleit gegeben hatte, als es losging. Für die Marxer gab es nur einen Johann Bogdan. Der war Herrschaftskutscher und der schönste Mann im Dorf. War er noch Herrschaftskutscher? Der gnädige Herr wird sich hüten, sein schönes Zeugel mit so einer Vogelscheuche zu verstandeln und in die Komitatshauptstadt hineinzufahren, mit einer Fratze auf dem Bock. Zum Heun wird man ihn schicken, zum Ausmisten im Stall. Und die Marxer, die schöne Marxer, um die sich alle Männer reißen, sollte die Frau eines elenden Taglöhners werden? Nein, das fühlte Johann Bogdan ganz genau. Für die Marxer war der Mensch, der da auf der Bank saß, nicht der Johann Bogdan mehr. Sie wird ihn nicht mehr haben wollen, so wenig die Herrschaft ihn wieder auf den Bock setzen wird. Ein Krüppel bleibt ein Krüppel, und die Marxer hat sich mit dem Johann Bogdan verlobt und nicht mit dem Kinderschreck, den er ihr jetzt nach Hause brachte. Seine Traurigkeit wich allmählich einer unbändigen Wut gegen das Großstadtgesindel, das ihn beschwatzt, ihm weiß Gott, was aufgewunden hat er. Stolz sein sollte die Marxer, weil er im Dienste des Vaterlandes entstellt worden war. »Stolz?« Er lachte höhnisch auf, und seine Finger krampften sich um den vermaleteiten Spiegel, bis er in tausend Scherben brach und ihm die Hand zerschnitt. Das Blut tropfte langsam in den Ärmel, ohne dass er es merkte. So groß war seine Grimm gegen das vornehme Weiberpack im Spital, das ihn mit solchen Gewäsch ganz um seinen Verstand gebracht hatte. Die dachten wohl, für eine Bauerndirne wäre auch ein Mann mit einem Auge und halber Nase noch gut genug. Vaterland? Ging sie denn mit dem Vaterland zum Altar? Konnte sie mit dem Vaterland Start machen, wenn ihr die Weiber mitleidig nachschauten? Kutschierte das Vaterland mit fliegenden Bändern auf dem Hut durch das Dorf? Lächerlich! Hier auf der Bank, mit dem Stationshaus und der Aufschrift vor Augen, die in einem einzigen Wort, einem kurzen Namen, sein ganzes Leben, alle seine Erinnerungen, Hoffnungen und Erlebnisse zusammenfasste. Fiel Johann Bogdan ganz plötzlich der lahme Peter ein, der in dem verfallenen Häuschen hinter der Mühle doschiert hatte, vor vielen Jahren, als er selbst noch ein Kind gewesen. Er sah ihn ganz deutlich vor sich stehen, mit seinem klappernden Stelzfuß und seinem verhungerten, traurigen Gesicht. Der hatte auch sein Bein hingeopfert, fürs Vaterland, in Bosnien unten, während der Okkupation und musste dann allein in der alten Hütte hausen, verspottet von den Kindern, die seinen Gang nachmachten. Übellaunig geduldet von den Bauern, die sie ihm nachtrugen, dass er der Gemeinde zur Last fiel und von ihrem Gelde lebte. Im Dienste des Vaterlandes? Nie hatte jemand vom Vaterland gesprochen, wenn der lahme Peter vorbeikam. Man nannte ihn verächtlich den Dorfarmen. Und damit wasser. Johann Bogdan presste die Zähne aufeinander, dass sie knirschten, vor Ärger darüber, dass ihm der Peter nicht im Spital schon eingefallen war. Dann hätte er, den städtischen Tüchtig, seine Meinung gesagt. Über ihr dummes Geschwätz vom Vaterland und von der großen Ehre, wie ein Aff heimzukehren zu Marxer. Wenn er jetzt den Professor hätte in die Kreien kriegen können, fotografiert hat ihn der Betrüger, und nicht einmal nur, ein Dutzendmal wenigstens, von allen Seiten, nach jeder Schinderei von Neuem, als wäre ihm weiß Gott was für ein Kunststück gelungen. Und nun hat ihn nicht einmal die Bahnwärter Juli erkannt. Die Bahnwärter Juli, ein Nachbarskind! So tief versunken war Johann Bogdan in seinen Kummer, so verbissen in grimmige Rachebläne, dass er den Mann, der seit einigen Minuten schon vor ihm stand und ihn neugierig prüfend von allen Seiten begraffte, gar nichts sah. Eine Hitzewelle flog ihm ins Gesicht, und sein Herz blieb stehen vor freudigem Schreck, als ihm plötzlich eine Stimme aus seinem Brüten weckte. »Bist du's, Bogdan?« Er fuhr auf, selig, doch noch erkannt zu werden, und runzelte tief enttäuscht die Stirne, als er den buckligen Mihaly vor sich stehen sah. Im ganzen Dorf, im ganzen Komitat, gab es keinen zweiten Menschen, dem Johann Bogdan nicht in aufgewellender Dankbarkeit herzlich die Hand geschüttelt hätte, in diesem Augenblick. Mit dem Buckligen aber wollte er nichts zu tun haben, jetzt schon gar nicht. Der Kerl bildete sich am Ende ein, einen Kameraden an ihm gewonnen zu haben, und war wohl froh, nicht mehr der einzige Krüppel im Ort zu sein. »Nun ja, ich bin's. Was gibt's weiter?« Der Bucklige wühlte mit seinen kleinen, stechenden Augen, neugierig in Bogdans, narbendurchfurchten Gesicht und schüttelte mitleidig den Kopf. »Ach, dich hat der Rus ja nicht zugerichtet.« Wie ein kläffender Kröter schnappte ihn Bogdan an. »Geht dich nichts an! Hast was zu reden, du? Wäre ich aus dem Mutterleib schon so zugerichtet auf die Welt kommen, mit dem Bauch auf dem Rücken wie du, hätte mir der Rus nichts tun können.« Der Bucklige setzte sich ruhig neben ihn hin, ohne auch nur im Geringsten gekränkt zu sein. »Höflicher bist du nicht geworden im Krieg, Bogdan. Das merke ich schon,« sagte er trocken. »Bist nicht in rosiger Stimmung, kannst mir denken. Ja, so geht's. Die armen Leute müssen ihre gesunden Knochen hergeben, damit der Feind den Reichen nichts von ihrem Überfluss wegnimmt. Kannst noch froh sein, dass du so davongekommen bist. »Bin ich auch,« knurrte Bogdan mit einem gehässigen Seitenblick. Ob arm oder reich, fragt die Granate nicht. Da liegen Grafen und Barone draußen und vor allem in der Sonne, wie hingeworfen es aus. Wen unser lieber Herrgott nicht schon in der Wiege geschlagen hat, dass er nicht zum Mann und nicht zum Frauenzimmer tagt, der ist jetzt im Feld. Ob er nun arm ist, wie eine Kirchenmaus, oder gewohnt ist, aus goldenen Schüsseln zu essen. Der Bucklige räusperte sich und zuckte die Achseln. »Es gibt solche und solche,« meinte er, wollte noch was hinzufügen, besann sich aber eines Besseren und schwieg. Dieser Bogdan war immer schon eine elende Lakaiennatur gewesen, stolz darauf, den hohen Herren dienen zu dürfen, fühlte sich solidarisch mit seinen Unterdrückern, weil er in verschnürten Joppen mit silbernen Knöpfen zu ihrem Glanze beitragen durfte. Nun hatten sie ihn vor die Kanonen gehetzt, damit er ihren Reichtum verteidigen half, und der Kerl saß da, entstellt, mit einem Auge nur, und ließ noch immer nichts auf die gnädigen Herrschaften kommen. Gegen solche Dummheit konnte man nichts ausrichten. Es war schade um jedes Wort. Schweigend saßen sie eine Weile nebeneinander. Bogdan stopfte umständlich seine Pfeife, und der andere sah ihm interessiert zu. »Gehst du ins Schloss hinauf?« frug vorsichtig der Bucklige, als die Pfeife endlich brannte. Johann Bogdan wusste ganz genau, wohin der verhasste Kerl hinaus wollte. Er kannte ihn ja, ein Sozi war der, so ein Halunke, der die armen Leute um ihr Brot bringt, mit seinem dummen Geschwätz. Genau wie ein schlechter Hund, der die Hand beißt ihn füttert. Er hatte in der Ziegelei als Aufseher sein schönes Auskommen gehabt und zum Dank die ganze Arbeiterschaft gegen die Herrschaft aufgehetzt, bis sie den doppelten Lohn forderten und das Schloss anzünden wollten an allen vier Ecken. Auch bei ihm hatte er schon einmal sein Glück versucht, hatte den gnädigen Herrn schlecht machen wollen. Aber da war er an den Richtigen gekommen. Ein paar Ohrfeigen rechts und links und ein tüchtiger Fußtritt dazu, war die Antwort gewesen, damit er es nicht noch einmal versucht, den Johann Bogdan zu einem Sozi zu machen, zu solch einem Spitzbuben, der keinen Herrgott und kein Vaterland kennt. Der andere rutschte unruhig hin und her auf der Bank, warf ab und zu von der Seite her einen prüfenden Blick auf seine Nachbarn, fasste sich endlich ein Herz und sagte ganz plötzlich, »Sie werden ja wohl froh sein um dich da oben. Deine Arme sind doch ganz geblieben, und sie können Leute brauchen in der Fabrik.« Bogdan rumpfte die Nase. »In der Ziegelei?« Frug er, wegwerfend. Der Bucklige lachte laut auf. »Ziegelei? Warum nicht gar? Wer braucht ein Ziegel im Krieg?« »Ziegelei gibt's längst nicht mehr, mein Lieber. Da werden jetzt Granathülsen fabriziert. Siehst du die Waggons da drüben? Das ist alles voll mit Granathülsen. Jeden Samstag geht ein ganzer Zug von hier ab. Interessiert hörte Bogdan zu. Das war was Neues, eine Änderung auf dem Gut, von der er noch nichts wusste. »Siehst du, das ist alles so hübsch eingeteilt,« erzählte der andere weiter und lächelte spöttisch. »Der eine geht hinaus und lässt sich den Schädel kaputt schlagen, der andere bleibt schön daheim, fabriziert Granathülsen und tapeziert sein Schloss mit tausend Kronenscheinen. Mir kann's ja recht sein. Sollen wir vielleicht mit Erbsen schießen, oder mit der Luft? Ohne Granaten kannst keinen Krieg führen. Die sind genauso nötig wie die Soldaten. Stimmt? Und weil die reichen Herren die Wahl haben, so lassen sie dich dann den Kopf hinaustragen. Was kriegst denn du für dein Aug? Hundert Kronen im Jahr? Oder gar hundertfünfzig? Und die anderen, die von den Raben gefressen werden, haben nicht einmal so viel vom Krieg. Der gnädige Herr da drum verdient aber jeden Tag seine Paartausender und riskiert nicht einmal seinen kleinen Finger dabei. So wär ich auch gern Patriot. Kannst es mir glauben. Anfangs hieß es ja natürlich, er ginge ins Feld. Ist doch großartig abgefahren. Aber drei Wochen später war er schon wieder da, mit Monteuren und Maschinen, und jetzt hält er schöne Reden drinnen im Komitatshaus, schickt die anderen sterben und ist auch noch der Hahn im Korb bei ihren Frauen, stopft sich die Taschen voll und tätschelt alle Mädel ab in der Fabrik. Ist ja der einzige richtige Mann weit und breit. Unwillig, mit gerunzelter Stirne, ließ Bogdan die Rede über sich ergehen. Nur der letzte Satz machte ihn stutzig. Er horchte auf, wurde unruhig und kämpfte eine Weile heldenhaft gegen die Frage, die ihm auf den Lippen brannte. Dann konnte er endlich doch nicht mehr an sich halten und platzte heraus, ist die Marxer auch oben in der Fabrik? In den Augen des Buckligen blitzte es auf. Die schöne Marxer, das glaube ich, Vorarbeiterin ist sie geworden. Man sagt zwar, dass sie noch nie eine Hülse in der Hand gehabt hat. Dafür haben die Hände des gnädigen Herrn. Mit einem kurzen, heiseren Krächzen fuhr ihm Johann Bogdan an die Gurgel, presste ihm den Adamsapfel in die Kehle hinein, hielt ihn fest in unbarmherziger Umklammerung, bis er, um sich schlagend, mit angstvoll hervorquellenden Augen, kluxend und blau im Gesicht hinschlug und röchelnd liegen blieb. Dann kramte Bogdan eilig sein Zeug zusammen und marschierte los, weit ausgreifend, mit riesigen Schritten, als könnte er was versäumen, oben im Schloss. Keinen Blick warf er mehr auf den buckligen Mihaly, wandte sich kein einziges Mal um, zog ruhig weiter und fühlte noch lange die warme Kehle in seiner Hand. Was war ihm denn ein Mensch, der röchelnd auf der Straße lag? Ein Mensch mehr oder weniger. An Tausenden war er so vorbeigezogen, in der schaukelnden Gleichmäßigkeit der marschierenden Kolonne, stumpsinnig vor Müdigkeit, ohne daran zu denken, dass die dicht gesäten, grauen Flecke in den Wiesen, die Klumpen, die, wie Dunghaufen im Frühjahr, auf Schritt und Tritt die Straße säumten, Menschen waren, der Tod hingelegt. Gewartet waren sie in Toten. Dort, bei Kiltsche, als es über das Feld ging, wo aus jeder Furche erdgraue Hände in die Luft kreikten, blutgedrängte Hosenbeine und verzerrte Gesichter aus dem Boden wuchsen, als krabbelten alle Toten aus den Gräbern zum jüngsten Gericht. Gestolpert waren sie damals über Leichen. Dem dicken, kleinen Reserveleutnant war es sogar totenübel geworden, zur großen Belustigung seines Zuges, weil ein schon halbverfauter Russe, dem er versehentlich auf die Brust getreten, unter ihm einbrach, sodass er den Fuß kaum wieder frei bekam aus dem verpesteten Loch. Lächelnd erinnerte sich Johann Bogdan an die boshaften Scherze der Kompanie über den leichenblassen Offizier, der, an einen Baum gelehnt, den heiligen Ulrich anrief, wie einer, der tüchtig über den Durst getrunken hatte. Glühend leuchtete die Landstraße in der Mittagssonne. Im Dorf schlug die Turmuhr zwölf. Drüben vom Hügel ertönte, wie als Antwort, das tiefe Summen der Fabrikspfeife, und ein weißes Wölkchen stieg über die Baumwipfel. Bogdan beschleunigte seine Schritte, lief mehr, als er ging, ohne sich um die Schweißtropfen zu scheren, die ihm kitzelnd über den Nacken perlten. Fast ein volles Jahr lang hatte er Spitalsluft geatmet, nur Dächer und Mauern gesehen und Lysol und Jodoform gerochen. Wollüstig zog seine Lunge den Duft der blühenden Wiesen ein, und seine Sohlen klatschten kräftig auf die Straße, als marschierte er wieder in Reih und Glied. Seit dem Tage seiner Verwundung war dies sein erster Gang, die erste Landstraße seit den wilden Gefechtsmärschen im Russischen. Zuweilen schien es ihm, als hörte er die Kanonen rollen. Der kurze Kampf mit den buckligen Lumpen hatte sein Blut in Wallung gebracht. Und seine Kriegserinnerungen, von der öden Eintönigkeit des Lazarettlebens, wie von einer dichten Staubschichte, überdeckt, wirbelten je wieder auf. Fast freute es ihn, den verdammten Halunken zu früh freigegeben zu haben. Eine Minute länger, und er hätte sein lästermaul nie wieder aufgetan, hätte den Kopf erschöpft zur Seite gelegt, mit auseinandergespreizten Fingern noch einmal sehnsüchtig die Luft umarmt, und wäre dann blitzschnell zusammengeschrumpft, genau wie der struppige, dicke Russe mit den großen, blauen Augen, der als erster mit einem schönen Gruß von Johann Bogdan, beim heiligen Petrus, vorsprach. Dem hatte er die Kehle nicht mehr locker gegeben, ehe er das Gezappel nicht ganz sein ließ. Mausetot hatte er den gewürgt, und war doch ein ganz possierlicher Kerl gewesen, lange nicht so widerlich, wie dieser bucklige Schuft. Aber freilich, er war der erste Feind, den er zu packen bekommen, sein allererster Russ. Eine stattliche Reihe war gefolgt, aber erwürgt hatte er nur diesen einen. Mit dem Kolben niedergeschmettert, mit dem Bayonetta stochen, mit den Stiefeln zertrampelt sogar den Halunken, der ihm, seinen liebsten Kameraden, vor den Augen niederschlug. Aber erwürgt hatte er keinen mehr. Darum war ihm der kleine Dicke so in der Erinnerung geblieben. Von den anderen wusste er nichts mehr, sah nur einen Knäuel von grau-grünen Uniformen, und das Knirschen, Stampfen, Röcheln und Fluchen des Handgemenges klang ihm wie er ins Ohr, wenn er an seine Heldentaten dachte. Wie fiel er wohl so ins Jenseits geschickt? Der liebe Gott mochte sie gezählt haben. Er selbst hatte genug damit zu schaffen, sich die Kerle vom Leib zu halten. Wer sich da erst lange umschauen wollte, wäre die längste Zeit neugierig gewesen. Und doch! Da war noch ein zweites Gesicht, das er sich auch genau gemerkt hatte. So ein großer, hagerer Kerl, lang wie eine Hopfenstange, mit großen, gelben Hauern im Mund, die er wie ein Eber fletschte. Ja, an den erinnerte er sich noch, als wär's als gestern gewesen. Er sah ihn stehen, halb schon an die Wand gepresst, das Gewehr über dem Kopf verschwingend. Noch ein Augenblick, und der Kolben wäre niedergesaust. Aber um dem Bock dann zuvor zu kommen, dazu war so ein schläfriger Ruß noch lange nicht der Rechte. Ehe er noch zuschlagen konnte, hatte er das Bayonett schon zwischen den Rippen, fiel hintenüber auf sein Gewehr. Durch und durch war ihm das Bayonett gegangen, hinter ihm noch in die Wand gefahren, auf ein Haar wäre es abgebrochen. Das passierte aber kein zweites Mal. Das war nur geschehen, weil er zu stark zugestoßen hatte, mit zusammengebissenen Zähnen, die Finger krampfig um den Schaft gekrallt, aus voller Kraft, als gelte es, Eisen zu zerschneiden. Er hatte eben noch nicht gewusst, dass es gar nicht so schwer war, einen Menschen niederzumachen, war auf weiß Gott was für einen Widerstand gefasst gewesen, und entsand sich ganz genau, das in der Mund offen stehen geblieben war, vor Erstaunen, wie das Bayonett so glatt hineinfuhr in den langen Kerl, als hätte er in Butter gestochen. Wer das noch nie probiert hat, denkt, der Mensch wäre ganz aus Knochen, holt weit aus und kann nachher schauen, wie er sein Gewehr wieder freikriegt, ehe einer von den struppigen Teufeln seine Wehrlosigkeit ausnutzt. Ganz leicht musste man ansetzen, mit einem kurzen, ruckartigen Stoß. Dann lief das Ding ganz von selbst hinein, wie ein gutes Pferd. Man hatte ordentlich Mühe, es zurückzuhalten. Das Wichtigste war, den Feind nicht aus dem Auge zu lassen. Nicht aufs Bayonett durfte man starren, nicht dorthin, wo man stechen wollte. Immer dem Gegner ins Auge, um seine Parade rechtzeitig erraten zu können. Aus den Gesichtszügen musste man den richtigen Augenblick zum Zurückweichen abpassen. Sie machten es ja alle ganz gleich, alle aufs Haar so wie der Erste, der lange, wilde Kerl mit den gefletschten Zähnen. Mit einem Mal wurde ihr Gesicht ganz glatt, als hätte das kalte Eisen im Leib ihre ganze Wut abgekühlt, rissen erstaunt die Augen auf und blickten zum Feind hinüber, als wollten sie vorwurfsvoll die Frage an ihn richten. »Was machst du denn?« Dann griffen sie gewöhnlich ins Bayonett hinein, zerschnitten sich überflüssigerweise noch die Hände, ehe sie hinfielen. Wer da nicht genau Bescheid wusste, die Waffe nicht rechtzeitig anhiel und schnell aus der Wunde herauszog, in dem Moment, da er die Augen groß werden sah, wurde mit umgerissen oder bekam von irgendwoher einen Kolbenschlag über den Kopf. Lange, ehe es ihm gelang, loszukommen. Alles das hatte Johann Bogdan gar oft besprochen mit den Kameraden. Wer nach harten Gefechten Kritik geübt wurde an den Gefallenen, die sich dumm gestellt und ihre Ungeschicklichkeit mit dem Leben bezahlt hatten. Mit Riesenschritten vorwärts eilend, auf dem wohlbekannten Wege, Hügel an, zum Schloss, war er jetzt gleichsam untergetaucht in seinen Erinnerungen. Seine Beine liefen von selbst, wie Pferde, auf dem Heimweg. Er passierte das offene Gittertor und ging schon auf gekiesten Wegen den Kopf auf der Brust, ohne zu ahnen, dass er angekommen war. Pferdewiehern riss ihn aus seinen Gedanken. Er fuhr auf und blieb stehen, von tiefer Rührung gepackt, als er, wenige Schritte weit, das Stallgebäude erblickte, und drinnen, im Dämmerlicht, schimmernd hell, die Grupp seines geliebten Schimmels. Schon wollte er abschwenken auf die Stalltüre zu. Da tauchte, weit unten, am anderen Ende des großen Platzes, ein Frauenzimmer auf. Es kam von der Ziegelei her, ein rotgetupftes, seidenes Tuch auf dem Kopfe, die pralle Büste, hoch aufgerichtet, mit einem herausfordernden Wiegen in den Hüften, das die weiten Röcke wie reife Halme wogten. Johann Bogdan stand starr, als hätte ihn jemals vor die Brust gestoßen. Das war die Marxer! So ging kein zweites Mädel im ganzen Komitat. Er warf sein Gepäck auf die Erde und stürmte los. »Marxer! Marxer!« klang es schmetternd hell über den weiten Huf. Das Mädel wandte sich um und ließ ihn herankommen, neugierig, mit zusammengekniffenen Augen. Drei Schritt weit blieb Bogdan stehen. »Marxer!« wiederholte er flüsternd, den Blick angstvoll auf ihr Gesicht geheftet. Er sah sie blass werden, kreideweiß, sah ihre Augen unruhig hin- und herhüpfen, von seiner linken Wange zur rechten hinüber und wieder zurück. Dann kam ein Grauen in ihre Augen, sie schlug die Hände vors Gesicht und lief davon. So schnell ihre Füße sie trugen. Tief traurig starrte ihr Bogdan nach. Genau so hatte er sich das Wiedersehen vorgestellt. So und nicht anders, seit die Bahnwärtersfrau, das Nachbarskind, ihn nicht erkannt. Nur, dass sie davonlief, wurmte ihn. Das hatte sie nicht nötig. Johann Bogdan war nicht der Mann, der in einem Frauenzimmer Gewalt antat. Gefiel er ihr nicht mehr, so wie er geworden war, nur dann konnte sie sich einen anderen suchen, und er würde schon auch noch eine finden. Darum war er ihm nicht wange. Das wollte er ihr auch sagen. In großen Sätzen sprang er ihr nach, erwischte sie bei der Hand, als sie nur mehr wenige Schritte vom Maschinenhaus trennten. »Warum laufst du davon?« knurrte er sie an, atemlos. »Brauchst du zu sagen, wenn du mich nicht mehr willst? Meinst du, ich freß dich auf?« Sie starrte ihn an, forschend, unsicher. Fast tat sie ihm leid, so arg zitterte ihr ganzer Körper. »Wie siehst du aus?« hörte er sie stammeln und wurde rot verzorren. »Habst du ja schreiben lassen, dass mich eine Granate erwischt hat. Hast gemeint, ich bin schöner geworden? Sag's nur gerade raus, wenn du mich nicht mehr willst. Reinen Wein will ich haben. Ja oder nein? Ich werde dich nicht zwingen zum Heiraten. Sag's nur gleich. Ja oder nein?« Marxa schwieg. Es war irgendetwas in seinem Gesicht, in seinem einzigen Auge, das ihr den Atem nahm, wie mit kalten Fingern in ihren Eingeweiden wühlte. Sie schlug die Augen nieder und stotterte. »Du hast ja noch gar keine Stellung. Wie können wir heiraten? Muss das den gnädigen Herrn fragen, ob er...« Johann Bogdan war's, als fiel ein roter Vorhang aus Feuer gewoben vor seine Augen. »Der Herr?« »Was sprach sie vom Herrn?« Er dachte an den Buckligen und fühlte mit einem Schlag, dass der Herr Lunker nicht gelogen hatte. Wie eine glühende Zange umklammerten seine Finger ihr Handgelenk, dass sie aufschrie vor Schmerz. »Der Herr!« brüllte Bogdan. »Was hat der gnädige Herr zwischen dir und mir zu suchen? Ja oder nein? Antwort will ich. Der Herr hat an nichts zu schaffen zwischen uns.« Marxa richtete sich auf. Mit einem Mal kam eine merkwürdige Sicherheit über sie. Ihre Wangen bekamen wieder Farbe. Ihre Augen funkelten stolz. Hochmütig, wie er sie immer gekannt, stand sie da, den Kopf herausfordernd in den Nacken geworfen. Bogdan sah die Änderung, sah, dass ihr Blick über seine Schultern hinwegging, ließ sie fahren und wandte sich blitzschnell um. Es war so, wie er sich's gedacht hatte. Aus dem Maschinenhause trat soeben der gnädige Herr, gefolgt vom alten Tod, seinem Waldhüter. Wie eine Katze war die Marxer vorbeigehuscht, stürzte zum Herrn hin, beutelte sich nieder und küßte ihm die Hand. Bogdan sah sie herankommen, zu dritt, senkte den Kopf, wie ein Wider, zum Angriff. Eine entschlossene, kalte Ruhe stieg langsam in ihm hoch, wie im Schützengraben, wenn der Hornist zum Angriff blies. Er fühlte die Hand des gnädigen Herrn seine Schulter berühren und wich einen Schritt zurück. Was sollte das alles? Der Herr sprach von Tapferkeit und Vaterland, wie lauter überflüssiges Zeug, das nichts mit der Marxer zu schaffen hatte. Er ließ ihn sprechen, ließ die Worte auf sich niederprasseln wie Regen, ohne sich um ihren Sinn zu kümmern. Sein Blick irrte unruhig hin und her, vom Herrn zum Marxer und zum Waldhüter, bis er an etwas glänzenden, neugierig haften blieb. Es war der vernickelte Knauf am Hirschfänger, den der alte Waldhüter an seiner Seite trug, der funkelnd die Sonne spiegelte. »Wie ein Bajonett«, dachte Bogdan, und der Einfall durchzuckte ihn, das Ding aus der Schneide zu reißen und dem Luder, der am Marxer, in den Leib zu rennen, bis zum Heft. Aber ihre runden Hüften, die bauschigen, bunten Röcke, machten ihn irre. Mit Weibern hatte er einen Krieg nie zu schaffen gehabt. Er konnte sich's nicht recht vorstellen, wie das wäre, wenn man da hineinstieße. Sein Blick glitt auf den Herrn zurück, und nun bemerkte er, dass er ihn in Hanisch gebracht hatte, mit seinem verstockten, trotzigen Schweigen. Er fletscht die Zähne, fiel ihm ein, genau wie der lange Russ, und er lächelte fast bei der Vorstellung, wie auch der gnädige Herr gleich ein glattes Gesicht bekäme, und er staunt fragende Augen. Sprach er da nicht gerade von der Marxer? Was ging ihn die an? Trotzig richtete sich Bogdan auf. Mit der Marxer ordne ich mir meine Angelegenheit schon selbst, gnädiger Herr. Das ist eine Sache zwischen ihr und mir, sagte er heiser, und sah dem Herrn fest ins Gesicht. Der hatte noch einen Schnurrbart, rechts und links ganz gleich, und fein hochgezirbelt. Wie hatte der Bucklige gesagt? Der eine geht hinaus und lasst sich den Kopf kaputt schlagen. Er war eigentlich gar nicht so dumm, der Bucklige. Nun wurde der Herr ganz zornig. Bogdan ließ ihn schreien und starrte wie hypnotisiert auf den glänzenden Knauf hinüber. Erst als immer wieder der Name Marxer an sein Ohr schlug, wurde er wieder aufmerksam. »Die Marxer steht jetzt in meinem Dienst,« hörte er den Herrn sagen. »Du weißt, ich kann dich gut leiden, Bogdan. Ich will dich auch wieder bei den Pferden beschäftigen, wenn dir darum zu tun ist. Aber die Marxer lässt du mir in Ruhe. Raufereien dulde ich nicht. Will sie dich noch heiraten, so ist's mir sehr recht. Will sie aber nicht, dann lässt du sie zufrieden. Höre ich noch einmal, dass du ihr wehgetan hast, dann jage ich dich zum Teufel. Verstehst du mich? Schäumend vor Wut legte Bogdan los. »Zum Teufel?« schrie er beamend. »Der gnädige Herr will mich zum Teufel jagen? Gehen der gnädige Herr doch erst selber hinaus. Ich war schon beim Teufel. Ich bin acht Monate draußen gelegen in der Hölle. Da ist mein Gesicht. Da können der gnädige Herr sehen, dass ich aus der Hölle komme. Hier den Beschützer spielen, sich die Taschen vollpfropfen und die anderen sterben schicken. Das ist bequem. Wer sich zu Hause herumdrückt, der sollte nicht andere zum Teufel schicken, die schon für ihn in der Hölle gewesen sind.« So maßlos war seine Wut, dass er wie der buckelige Sozi sprach, ohne sich zu schämen. Sprungbereit stand er da, mit straff gespannten Muskeln wie ein wildes Tier. Er sah den Herrn mit verzerrtem Gesicht auf sich losstürzen, den Reitstock durch die Luft flitzen, sah ihn auch niedersausen, aber den Schlag, der hart und scharf seinen Rücken graf, fühlte er nicht mehr. Mit einem Satz rief er den Hirschfänger aus der Scheide und stieß ihn, dem Herrn, zwischen die Rippen. Nicht etwa weit ausholend, dass ihm jemand noch hätte den Arm fallen können. Oh nein! Ganz leicht, von unten her, mit einem kurzen Ruck, genau wie er es im Felde erlernt hatte. Der Hirschfänger war nicht schlechter als im Bayonett, er lief nur so ins Fleisch hinein. Dann kam alles genau wie immer. Johann Bogdan stand mit vorgebreitem Kinn, sah das zornenstellte Gesicht des gnädigen Herrn, je, sich glätten, ganz weich und ruhig werden, wie ausgebügelt. Er sah seine Augen sich weiten, sah ihn erstaunt vorüberschauen, genau wie ein getroffener Russ, mit der vorwurfsvollen Frage im Blick. »Was machst du denn?« Nur das Niedersinken konnte er nicht mehr sehen, denn ein mächtiger Schlag traf ihn von irgendwoher auf den Hinterkopf, krachend, als stürzte aus unendlicher Höhe ein Wasserfall, zermalmend auf ihn herab. Eine Sekunde lang sah er noch das Gesicht der Marxer, umrahmt von einem flammenden Rad. Dann fiel er mit gespaltenem Schädel auf seinen Herrn, der schon zuckend auf der Erde lag. Ende von Abschnitt Sieben Aufgenommen von Jule Niedermeier Ende von Menschen im Krieg von Andreas Latzko Untertitelung des ZDF, 2020